So, willkommen zurück. Okay, das war ein kleiner Fehler. Okay, nach einer langen Pause geht es wieder mit Let's Play Pokémon S4 weiter. Erstmal überprüfen wir die Pokémon, ob sie auch wenige Pokémon haben wir überhaupt. Schauen wir mal nach. Erstmal haben wir den Magnetunnel 31, einen Vibarbe 35, einen Kader 6, Sumpax 37, Lombeo 32 und Kamerupt. Okay. Was noch uns fehlt, ist ein Butalandra. Hab's Maus weg? Okay. Im letzten Teil haben wir das Schiffstrack gemacht, aber das ist nicht auf YouTube. Der Grund ist, dass meine Festplatte kaputt gegangen ist und dadurch wurden auch natürlich die Datei gelöscht. Ja, jetzt haben wir unsere Pokémon erstmal. Gut, also wir machen jetzt nicht die Schiffstrack. Stattdessen machen wir jetzt die Route, die Wasserroute hier oben. Ja, das sind noch ein paar Schwimmer. Okay, jetzt Zumpax Surf wieder. Und hier haben wir ein Item. Aber der Trainer läuft es natürlich an. Ich bin ein lausiger Läufer, wenn Wasser fängst du mich nicht. Tja. Und es ist ein Schwimmer mit einem Zentacher. Das müsste in kurz zu erledigt sein. Also ich gebe zu, dass die Route Edition, die ich gemacht habe, war nicht so erfolgreich. Aber vielleicht kann ich jetzt ein bisschen aufholen. Indem ich die Saphir ein bisschen weiter mache. Ja, und es ist jetzt, wie ihr seht, noch ein Zentacher ein. Es ist auch wieder kein großer Gegner für uns. Und es war es schon. Nicht gerade ein starker Trainer, aber was soll's. Ein Protein. Er wird den Angriffswert. Ja, und... Also wir müssen erst mal nach oben. Zuerst müssen wir die hier ausschalten. Schwimmerin Nicole. Mit einem Walmer. Ja, die Trainer hier sind nicht so besonders beeindruckend. Weil wir einen Magneton haben, wird es recht leicht sein. Und wieder ein Wahnsinn-Kill. Also, ja. Keine große Herausforderung. Und hier ist Route 105. Hier haben wir Eisen, das ist halt die Verteidigung. Okay, hier ist nix. Aber hier ist was. Puh, als ich dich sah, habe ich zuerst gedacht, ein Kind würde trinken. Die scheinen nicht so viel wie wir uns deshalb in deinem kleinen Kampf. Ich ertrink doch nicht. Außerdem bin ich kein Kind. Ich bin fast 18. Oh mein Gott. Okay, ihr seht's. Ich glaube, ich wiederhole mich schon sehr oft. Es ist keine große Herausforderung. Und, ja, Rauhaus, die Fähigkeit von Carvana verlässt es ein bisschen, aber... Das ist kein großer Verlust. Gut, hier ist ne Insel. Und da ist auch ein... Ruine-Maniac. Hier in der Gegend soll es einen mysteriösen Felsen geben. Weißt du etwas darüber? Ja. In den Felsen gibt's Regis drin. Und es kann man fangen, wenn man in das Siegelkammer war. Aber ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen zu viel gesagt. Das werdet ihr am Schluss sehen, wenn ich die Liga durchhabe. Und hier können wir keinen Elektroattacken einsetzen, weil Sand am Boden ist. Und Boden sind resistent gegen Elektroattacken. Deswegen müssen wir jetzt Ultraschall einsetzen. Sieht zwar nicht so, wir sahen das viel ab wie Donnerstock vorhin an den Wasser-Pokémon. Aber das hilft auch. Tja, jetzt können wir's fangen. Können wir aber nicht, da ist ein Trainer gehört. Ja, jetzt geht's ja daneben. Das war der Sandwirbel von vorhin. Oh, Schaufel, jetzt muss ich aufpassen. Das wäre dann vierfache Schaden, wenn man das trifft. Deswegen wäre ich's besser. Ist wie ein Brava im Flug? Nein, okay. Hat es Schwebe? Ja, hat es Schwebe, okay. Okay, dann setzt sie wie Brava ein. Schwebe, wird Schaufel ab. Okay, jetzt setzt mal Finte ein. Finte trifft immer. Also von daher. Und das war's. Das hat er jetzt in seinem Damen und die Weiterentwicklung, okay. Setz dich mal Lombrero ein. Der war das Lombrero. Dann haben sie mal gesehen, ne? Einen halben Monat. Gut. Ähm, Surfer. Und, da war gerade ein Insekt bei mir. Und ich hab's schon fertig gemacht. Gut. Diese scheiße Insekten, wo kommen die überhaupt her? Von draußen, das ist mir schon klar. Aber wo von draußen? Wahrscheinlich in irgendwelchen Wäldern oder so. Oder von Bäumen. Was soll's? Auf jeden Fall haben wir den Tränen jetzt ausgeschaltet. Und wir können weiter. Und zum Backsurf. Mal schauen, ob da unten was ist. Ne, da ist nix, okay. Dann gehen wir weiter nach Norden. Und da ist noch einer. Im tiefen blauen Meer schwimmen, das ist das Größte überhaupt. Und wieder ein Schwimmer. Der wird wahrscheinlich wieder schwache Wasserpokémon haben. Und was für schwache Kabara, okay. Äh, da kann ich Fugensprung einsetzen. So stark ist es nicht. Ne, 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 ne. Und da ist ein Tacher, das hat man vorhin schon. Das setzt sich auch Fugensprung ein. Ist ja auch eigentlich egal. Donnerblitz oder Fugensprung, beides One-Hit-Di. Vingal, lass dich draußen. Vielfalt ist Stärke, weil Vingal noch ein Flug, das zusätzlich ist. Ja, Vomitkill. Ich bin abgesoffen. Wenn du abgesoffen bist, warum stehst du da? Du dann noch. Und ein wildes Pokémon. Das ist ein Vingal, hat man gerade eben. Hat umgehört das gleiche Level, wie das von vorhin. Dannerblitz. Und die Sache ist gegessen. Okay. Ich hab jetzt die Speed-Taste verwendet, weil... Das geht schneller. Tja, und hier ist wieder so eine... Hier ist der Felsen, den der Ruinen-Maniac gemeint hat. Ist da noch ein Trainer? Ich weiß es nicht genau. Nee, hier ist keiner mehr. Okay. Haben wir noch, haben wir Schutz dabei. Aber ich mag's nicht, wenn da wilde Pokémon auftauchen. Nee, haben wir nicht. Schade, was soll's. So viele tauchen jetzt auf komischer Weise gar nicht mehr auf. Wo ich auf dem Gameboy das gezockt habe, sind da jede Sekunde... Ähm... Alle zehn Schritte welche aufgetaucht. Und im Schüttel überreden, es kommt eins. Ein Tentara! Und bis zum nächsten Teil! Gut. Also nehmt! Kampf gegen Tentara! Donabit! Donabit! Und... Finish! Das war's mit dir! Und... Erfahrung... Erfahrungspunkte! Die weiße Edition, die ich übrigens gekauft habe, die hab ich schon durch. Meine Pokémon haben so Level... 70 bis 80. Ja, momentan mach ich mir ein neues Team, das... Weil ich hab ein paar schwache Pokémon in der Weißen. Aber ich hab ein Shiny... Hehehe... Ein Shiny Pico... Pico... Ähm... Chilabelle meine ich. Ein Shiny Chilabelle, das ist so in... In so einem braun... In so einem braunen Ton beige, glaube ich. Ja, ja... Das kann auch ziemlich heftige Attacken, kann Gigastoss, Hyperstrahl, ähm... Rückkehr und... Ja, Rückkehr, äh... Und noch ne andere... Ähm... Weckruf kann's noch. Und... Rückkehr hat... Ist saustark, weil Chilabelle hat die Fähigkeit Mechaniker, äh... Schwache Attacken... Plus eigene Schalle, der verstärkt normale Attacken und Zuneigung. Verstärkt die Attacken noch weiter. Daher ist es... Ziemlich heftig, die Attacke. Aber jetzt sind wir nicht bei der Weißen, sondern bei der Saphir-Edition. Und da ist noch ein... Ich glaub, das ist die Letzte hier. Der Blau-Bleu-Himmel, das ist und endlich mehr, ist es so friedlich. Schwimmerin Hydron... Mit einem Meryl... 27... Ähm... Einen Minimister, das habe ich eine Kiste in der Mecca und du bist weg. Ach, scheiße, egal. Normalerweise macht man immer das andere, wenn man das durch diesen Spruch bekommt... Ich habe verloren, weil ich hier nur herumhänge. Lutschen meine Eier. Dann zeige ich dir, was herumhängt. Ähm... Thema Wechsel. Ähm... Ja, hier oben ist noch eine Route. Da kommen wir aber ne... Ne, ganz oben, bei der... Bei Meta-Ross-City. Ups. Jetzt bin ich auf die Speed-Taste genommen. Ich wollte eigentlich... Sprinten. Ach, was soll ich sprinten? Wir haben doch ein Fahrrad. Moment, wo ist nochmal die Taste? Hier ist sie. Okay. Und noch ein... Ne, ein Pokémon-Kampf. Es ist ein Bummels. Ziemlich selten. Aber trotzdem fliehe ich. Kein großer Gegner. Level 5. Dann surfen wir mal hier. Ich weiß, die Frage ist... Kevin, warum surfst du jetzt da? Äh... Keine Ahnung. Naja. Geht schneller. Was heißt hier schneller? Ohne Pokémon-Kampf wär's schneller gewesen. So. Ja, hier können wir noch was machen. Heilen müssen wir unsere Netzt. Weil... So geschwächt haben sie uns nicht. Die AP ist ein Auer zu knapp. Ten-Tacher. Das müssen deine Kämpfer und deine Hammer, glaube ich, schon. Ja. Wo geht's denn da weiter? Hier geht's weiter. Genau. Hier waren wir noch nicht. Die Trainer muss man... Muss man... Darf man nicht unterstützen. Ich hab schon einmal gegen einen verloren. Die setzen meistens Kampf ein. Daher wäre Magneto nicht so besonders. An der ersten Wahl. Speichern wir das dann mal. Okay. Das ist ganz kompetent aus. Ich weiß, die Gesellschaft. Senior ist das, glaube ich. Ne, Experte. Okay. Hariyama. Hat man jetzt ein Item? Nein, gut. Weil ich glaube, das ist kein Abschlag. Da kann's... Item von uns linken. Also stehlen. Ja, Mogelheb. Gehen wir den erst einmal ein. Oh, nein. Normaler Tocke. Okay, das wundert mich ein bisschen. Ich dachte, das wäre eine Kampfattacke. Weil Kampfattacken sind jetzt sehr effektiv gegen... Pflanzen. Oder doch? Ne, ich glaube nicht. Oder kann doch sein, aber ich weiß auch nicht. Okay, das war jetzt ein besonders... Gut von uns gewesen. Hmm. Wir müssen einen härteren Brocken rausschicken. Und der härter Brocken ist jetzt zum Pax. Ähm, Bodycheck. Das müssten viel abziehen. Jawoll. Ah, schon wieder wie ein Überwurf. Kann da auch was anderes? Ja. Nämlich Mogelheb. Ein Nimi down. Du bist viel stärker, als ich mir das vorgestellt hatte. Da oben haben wir ein paar Bären. Seetangbären. Ich mach es ein bisschen schneller. Okay. Hier haben wir Gras. Hier gibt es auch ein paar Pokémon, nehme ich an. Mal schauen, was es da für Pokémon gibt. Schwalboss. Okay, die Pokémon haben ein gutes Level. Lass mich fliehen, du Tunte! Lass mich fliehen. Spass! Hier haben wir noch einen. Aber wir holen uns zuerst Power Punch. Das müssen wir das Power Punch sein. Jawoll, Thema 1. Ich glaube, wir haben ein Kunstrad. Da können wir nicht hoch, okay. Da kommen wir nur mit dem Eilrad hoch. Aber ob da oben was ist, ich weiß das nicht so genau. Na ja, was soll's. So wichtig wird es schon nicht sein. Ich glaube, das müsste eine Sonderbombombe oder sowas sein. Mein Macholo. Mein, äh, du, mein Macholo verlangt einen Kampf oder so ähnlich. Schwarzgürz-Yunichi. Mein Macholo. Wenn er noch ein Macholo hat, ergibt es keinen Sinn. Feuer-Odem. Oha. Na ja, okay, Volltreffer. Machschock. Nimm ihn mal, Kammerobt. Oh, kurz vorm Level-Up. Oh, Machschock, komm her. Intensität 8. Bald muss Kammerobt sogar erbben erlernen. Ich glaube, mit 35 oder so. Naja, ne, stärker. Feuertacke wäre auch nicht schlecht. Ich weiß, wir haben Hitzekoller, aber ich will es nicht einsetzen. Weil Hitzkoller, äh, ich versenke den Spezialangriff. Vielleicht setze ich später ein, wenn wir in die Liege sind oder so. Du weißt auch nicht. So Larschle kannst du wahrscheinlich auch. Mist. Ach, noch eins. Okay. Ach, das lohnt sich nicht. Ach, nervst mich doch nicht. Ich... Die, potato. Alter, so ein Hurensohn. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt alle Wasserrouten mit Trainern. Okay, bis zum nächsten Teil. Ach, Mist, jetzt habe ich da. Egal. Egal. Willkommen zurück bei der Spare Pokemon 64. Und ihr seht, meine ist so dumm und rennt gegen die Wand. Scheiße, was ist da los? Ah, ihr sagt. Höh, warum läufst du mal nach unten? Was soll das? Okay, anscheinend spinnt bei mir jetzt die Steuerung ein bisschen. Ich muss das Programm mal kurz beenden. Was ist denn da los? Junge, Junge. Vielleicht geht's besser. Nein! Okay, bis zum nächsten Teil. Ich mache das erst ein bisschen schneller. Okay, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was das vorhin war. Wahrscheinlich ein kleiner Bug oder so. Oh, wahrscheinlich habe ich da... Was an Einstellungen gemacht. Jetzt mal speichere ich. Ja, jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen, den wir gemacht haben. Also, ab der Route, wo wir gespeichert haben. Ja. Jetzt müssen wir wieder durch den Metaflurtunnel. Nach Meta-Ross-City. Oder? Ja. Ja. Und wie gehen wir denn in den Tunnel, wo wir nichts sehen? Dieser Nebel. Der hat mich schon in der Arena genervt. Ja, ne, mein Fahrrad, das geht schneller. Ich frage mich sicher, warum ich das Kunstrad habe. Naja, ab der Stelle, wo wir jetzt surfen werden, da gibt es viele Stellen, da braucht man ein Kunstrad. Und wir, ich habe da noch was gefunden. Was wir machen können. Ich glaube nicht, dass wir da mit dem Kunstrad fahren können, aber ich probiere es schon mal nach. Ja, darf man. Okay, aber da wird dann nicht die Zeit gezählt. Ich spiele Pokémon und schaue, gehe jetzt in eine Wasserroute. Ja, und hier ist noch was. Ach! Scheiß Tunden-Schlupuk. Und surfe. Ja, das ist hier ein Sonderbombon. Das kann man auch nehmen. Nervt nicht! Das hilft uns aber für später auf. Sonderbombon sollten wir einsetzen, wenn die Level sehr hoch sind. Weil wenn man es will, wenn man es will, wenn man es bei einem 60er Sonderbombon einsetzt, dann bringt es weniger, als wenn man bei einem 60er Sonderbombon einsetzt. Das müsste doch zugeben, oder? Ja, deswegen setze ich dir immer so sauf spät ein. Dann spart man sich auch Zeit. Okay, jetzt müssen wir nach oben. Ich hoffe, wir haben alle Routen. Was guckst du denn so? Lass mich durch, du! Arschloch! Halten wir uns das erste Mal die Pokémon auf die Schnelle. Okay. Pokémon sind das Gehalt auf die Schnelle. Ab nach Westen. Ne, nach Osten. Ombrero! Alter, lass mich fliehen! Was hab ich dir getan? Lass mich fliehen! Ja, das geht doch. Und das sind wieder die Info-Viewer, Pia und Udo. Und wir haben die Profi-Angel. Jetzt können wir stärkere Pokémon angeln. Aber erst im nächsten Teil. Alter, dauernd drauf. Okay, willkommen zurück. Oh, du bist Kevin! Hallo, erinnerst du dich an uns? Zeig uns, wie stark du geworden bist! Okay, das war das Stichwort. Oh, du bist! Eine Herausforderung von Interviewer, Pia und Udo. Gut, und ihr Flom hat sie zu Krakilow entwickelt. Ihr Machen nicht Hilo... Machen nicht Hilo ist so stark erblieben wie vorhin. Ibrava, Sandgrab Okay Vierfache Stärke Und Eistrahl Nein, oh, Glück gehabt Ah, geil daneben Ihr sollt wohl mehr Pokémon spielen Okay, was mache ich jetzt Surfer schaltet mein eigenes Vibra, aber Deswegen Ne, ich mache Surfer doch nicht Na, Alter, was soll das? Knirscher Ja, tatsächlich, die Farbe spielt keine Rolle Level 33 Vibrava entwickelt sich 45 zu Libelle Also quasi noch 10 Level Ui, mein Vibrava staunt, dass es angreifen kann Naja, Mist, verzippt Okay, das war erst dann You are dead Not be surprised Wusehnlich Don't be surprised Nein, ich gebe euch kein scheiß Interview Fickt euch ins Knie Nein Ich bin ein Angler, aber auch ein Trainer Ich ziehe die Pokémon auf, die ich gefangen habe Er setzt ein Knie Wander ein in den Kampf Und ich habe ein Brero und setzt Absorber ein Und es ist sehr effektiv Und One and Hittet ihn fast Oh ja, ja Oh nein, jetzt kommt ein Knirscher Oh nein Okay, er hat nicht viel abgezogen Deswegen kommt jetzt Absorber Und es Hittet ihn Und es Hittet ihn Und es ist ein Knirscher Was hat er jetzt? Er setzt noch eins ein Oh nein, ich hab solch Angst Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich setz am besten Absorber Absorber setz ich ein Ein Ich setz Absorber ein Und er ist fast tot Und setzt einen Energiefokus ein Was soll die Scheiße? Es kommt Absorber Und er wird jetzt Gewonhitted Nein, das ist kein One-Hit Was laber ich da bloß? Auf jeden Fall ist es down Das ist sehr schön Ich dachte, ich wäre gut im Training Was, du hast trainiert? Fällt mir gar nicht auf Oh nein Treu, hi Du bist der Trainer, den ich in Faust auf Haften getroffen habe Echt geiler Satz Oh, okay Du bist Kevin Ich erinnere mich Kevin In dieser großen Welt gibt es viele verschiedene Arten von Pokémon mit verschiedenen Elementklassen Ach nee, erst jetzt schon gemerkt Ziehst du verschiedene Elementklassen auf? Ja Oder nur Pokémon eines bestimmten Elementklasse? Was denkst du als Trainer gegenüber? Tut mir leid, ich bombardiere dich hier mit Fragen Das stimmt Nun, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder Ja, verpiss dich euch Ich will dich nie wiedersehen Gut, dass wir noch unseren Kader haben Jetzt können wir das jetzt zerschneiden Zack Citro-Bären Und noch ein paar Citro-Bären Der Boden ist wieder weich und lämig Das mit den Bären, das gibt es ab der weißen Edition nicht mehr Ich fand es eigentlich ziemlich gut mit den Bären Vogel-Pokémon sind elegant durch die Lüfte fliegen Was? Pokémon, die elegant durch die Lüfte fliegen Achso, sind die besten Es wird ein Vogelfänger sein Ringel Niete 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 Niete, allstrahl Dieser weißen Herr ernebelt die Attacke, die dauert so, lasst von lange, bis sie fertig ist Und down 45 Oh, das war eine Buchlandung Bis zum nächsten Teil So Jetzt gehen wir mal weiter nach Osten Wir können aber auch nach Norden, aber wir gehen jetzt durch Osten Äh, nach Osten, ja Nicht durch Osten, nach Osten Ich habe solche Angst Deswegen fliehe ich Lass mich fliehen, du sch... Ich rege mich jetzt nicht auf, nein Nochmal Jetzt aber Wenn, wenn es nochmal gescheitert wäre, dann hätte ich sowas von Platt gemacht Mit Kamerubt und Erdbeben Gut, das ist hier Schauen wir mal die Schild an Route 123 Route 118 Das sagt mir jetzt voll viel Und hier sind viele Bären Sagen wir mir erst die Bären ein Labos Bären Ich überspringe es mal Oder ich mache das jetzt ein bisschen schneller Weil das noch zu ewig dauert Lass mich... Aber gut Ich habe nichts gesehen Nein, ich will keine Bären pflanzen Nein Oh Ich sagte, ich will keine Bären pflanzen Gut Okay, jetzt können wir sie bekämpfen Man sagt, dass gute Zeiten auch mit guten Aromen gefühlt sind Öko-Fritze Öko-Fritze möchte kämpfen Öko-Fritze setzt Knilz ein Ach, vertippt Aber was soll's Der Öko-Fritze kann eh nichts dagegen machen Oh Stache Spore Es ist mir auf einmal so kalt Keine Ahnung warum Naja, ich trage ja nur ein T-Shirt Moment Ich ziehe mir schnell Ne, schnell das werden wir das an Ein Moment Moment noch Das dauert ein kleines bisschen So Okay Ach Mist Jetzt Was hat die Öko-Fritze noch Die Waldtentwicklung Cup-Pils Wird Zeit Ihre Pflanzen So einen Waldbrand zu machen Nein, vertippt Nicht Stein hageln Das ist nicht sehr effektiv Bitch Okay Jetzt Blutauer Das geht doch Level up Du Fleur Wieder so ein Öko-Pokémon Ich glaube Jetzt habe ich eben In der letzten Minute Mindestens siebenmal Öko gesagt Und Du bist nicht mehr Als ein Stück Pflanze Das favorant ist Ach, das war nicht witzig Nicht witzig Warum lache ich Nicht witzig Du kannst mich Bärenmeister nennen Wenn man dem bestimmte Dialoge sagt Dann kriegt man so seltene Bären Aber mir fallen die Dialoge Jetzt nicht auf die Schnelle ein Raub Rabuta-Bäre Ich sag dir jetzt irgendwas Pokémon Äh, Abra 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 Die Dile Abra Dile Potato Gibt's da Potato P, 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 P Plus Dile Dile Po Potato Ne, gibt's nicht da welches hasse ich denn welches pokémon zentra 13 sache wo ist denn da hier ich hasse der fache deuten tache tito wäre okay jetzt sehe ich mal hier haben wir zwillinge hallo trainer ich hoffe deine pokémon fangen nicht an zu weinen wenn sie verlieren jetzt will sie mir angst machen ich habe solche angst nein bitte ich will nicht kämpfen nein nein ich habe angst vor ihrem hudox an puffinella nein nein hilfe was mache ich nur was mache ich nur eisstrahl und hilfe hilfe ja ich hab so angst vor dieser attacke die macht mir sowas von angst hilfe okay warum soll ich es eigentlich dauernd okay wahrscheinlich damit es nicht so ruhig ist sage ich dauernd okay okay noch mal eisstrahl okay noch mal knirscher mk die mk putox ist dauernd mk und mk er setzt sie strahlen mk ich setze eisstrahlen das ist ein bisschen besser als seinem süßstrahlen mk mk surfer schaltet mein micro aber deswegen muss ich wechseln mk ich setze am besten ein schwaches einen kader mk 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 gewählt nicht blöd oder was schreibt bitte in den kommentar dass kevin bleier blöd ist so ist feuer ohne wir haben verloren der mir ist angst machen und dann verlieren mit so einem schwarm pokémon ich hatte nie angst gegen euch nie hier kommen wir noch hin da kommen können wir es hin wenn wir viel weiter sind das hätten wir wir haben noch ein item das haben wir übersehen aber den haben wir auch übersehen erhebt euch meine vogel pokémon und jetzt auf hittlerisch erhebt euch meine vogel pokémon meine vogel pokémon werden euch versich machen mein schweib in den archifiken jung ich ich drehe dich irgendwie keine ahnung was mache ich jetzt ich heiße es am besten jetzt so fahre heiler so weg mit der paralyse nein nur situation ist eine heftige attacke jetzt das gleich die kp mit dem das gleich die kp immer aus das heißt wenn der anwender der das notsituation einsetzen nur ein kp hat dann hat der gegner auch ein kp und dann noch rück zu kippen und so dann kann man gar nicht mehr verlieren schwall boss und wenn man immer der stärker ist dann ist es sowieso vorbei also hier muss ich aufpassen weil vogel pokémon sind schnell ok das vergesst man am besten energiefokus erhöht nur so die volltrefferquote tot alt nein da war ja noch ein item nein kein pokémon ich sagte item so kein pokémon ich sagte item so ok bis zum nächsten teil ich speichere noch schnell ok bis zum nächsten teil wir kommen zurück wir gehen jetzt nach norden route 119 das ist kein trainer das hohe grasse fängt sich in den speichen deines rades also wir können mit dem rad fahren probieren wir das mal gleich aus ja seht ihr da können wir nur ohne rad hin und es fängt zum regnen an der mir mirki zirkel wurde von leuten gegründet die die mir mirki leben der kampf beginnt die mir mirki so weit wir aufeinandertreffen mir mirki blablabla und diesem mirki geistet seine mirki pokémon ein und mich zum mirkisieren er gibt zwar keinen sinn was ich gequatscht habe aber das ist auch egal egal es regnet jetzt kann man surfer einsetzen das verstellt das wurde das wird nämlich durch durch den regen verstärkt und wann hättet ihn gut dass sie an erster stelle habt das ziemlich gut ich gebe auf ja und die immer wenn wir rennen immer war laut immer wenn wir laufen dann laufen die auch es ist eine besonders schwer zu denen hinzukommen so trifft man sich meine pokémon dagegen machen den käfer pokémon leisten die gesellschaft döt 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 kiffamaniachs jetzt ein waupe ein waupe ist doch süß oder waupe Nein, du bist nicht süß! Verpiss dich! So. Was haben wir? Moment, Telefon. Muss mal kurz pausieren. Bis zum nächsten Teil. Ich schneide es dann einfach zusammen. Schön, wieder da. Ähm. Keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Ach ja, das ist Shaloko. Nee, Quatsch. Doch nicht Shaloko. Dann eben ein Papinella. Ja, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Papinella ist nicht mehr Papinella, sondern ein Stück Scheiße. So. Zielschuss. Zielschuss ist Naya. Naya, eine Naya-Attacke. Aber immer noch besser als Donnerwelle. Shaloko. Hallo, Shaloko. Schöner Tag heute. Schöner Tag, um zu sterben! Ja, ihr seht, ich versuche ein bisschen witziger zu sein, denn bei meinen anderen Editionen war ich nicht so witzig. Deswegen versuche ich jetzt witzig zu sein, ne? Vielleicht funktioniert es ja. Und ich kriege mal Aufrufe bei meinen Videos. Aber wobei die Aufrufe mir nicht zu wichtig sind. Ne? Wobei sie mir eigentlich doch ein bisschen wichtig sind. Ach, ich weiß auch nicht. Das werde ich ja... Das werde ich schon sehen, wie viel Aufrufe das hat. So, Surfer! Wolbert! Elimiter! Okay! Und schon wieder habe ich das Wort nicht O gesagt. Oder mit dem O und dem K. Und das gegenseitige Pokémon, äh, das andere Pokémon von Wolbert ist, Elumsie. Oder Ilumise. Ilumise ist... Nein! Er heizt sich! Okay, diese Attacke hat eh nur 5 AP, also von daher. Haha, so wenig! Es liegt da am Regen. Oder wenn es dunkel ist, wenn Nacht ist, dann halt es, glaube ich, mehr. Glaube ich nur. Kann aber sein, dass es auch nicht stimmt. So, das war's. Du bist ganz schön stark! Ja, danke, ich weiß. Und du bist schwach. Den brauchen wir, den Superschutz. Den setzt man gleich ein. Und da ist er, Superschutz. Okay. Jetzt tauchen keine Pokémon mehr auf. Hier ist, glaube ich, ein verstecktes Item. Jawohl, Hyperheiler. Und hier sieht man einen Trainer, versteckt. Wir gehören zum Mimirki-Zirkel, wie armen nach, was du machst. So, Gehweiheiler. Ein Käfer und Wasser. Käferwasser. Das ist gut gegen Käferwasser. Das ist gut gegen Käferwasser. Käferwasser. Äh. Dann setze ich Absorber ein. Nass mache. Ich mach dich gleich nass. Die Attacke ist voll pervers. Der Name dieser Attacke ist pervers. Nass mache. Ruckzuckie. Das ist ein bisschen mehr ab, dachte ich mir. Das war es schon. Ein Hyperdrank. Und ich glaube, das ist der letzte hier. Hey, du schaffst das. Hast du mich gefunden? Oder wolltest du mir ausweichen? Nein, ich wollte dir nicht ausweichen. Ich wollte schon gegen dich kämpfen. Da ich weiß, dass du eine Niete bist. So, das war's. Du bist draußen. Du machst den ersten Zug. Du machst den ersten Zug. Du bist draußen. Der ist nicht einmal zum Zug gekommen. Unnütz. Haben wir den schon? Alter, lauf doch nichts weg. Ne, den haben wir noch nicht. Ich dachte, den haben wir schon. Gut, dass ich den noch angesprochen habe. Der kam ein bisschen seltsam vor. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Die Erde wird nass. Surfer. Jetzt bereue ich es nicht, dass ich Lombrero-Surfer beigebracht habe. Poodocks. Oh, süß. Oh, süß. Süße Attacke. Ich habe solche Angst. Ich nehme ein Mist. Es habe eine Kiste in der Mecke und du bist weg. Das müssten killen. Wenn ich mich nicht irre. Okay, ich irre mich. Nein, sehr effektiv. Okay. Irgendwie mal was gescheit ist. Er hat immer nur diese Nieten-Attacken. Oh, jetzt. Jetzt macht er aber hoch. Jetzt beschleimt er aber seine Stärke. Es regnet weiter. Was, keine AP mehr. Okay. Wir sind jetzt eh gleich beim Wettmuseum. Da müssen wir unsere heilen können. Panikon. Naja, die AP wären knapp. Deswegen kommt jetzt Kamerubt. Im Regen kommt Kamerubt. Er hat... Er hat keine andere Wahl, als im Regen zu kämpfen. Und muss sein... Es muss sein... Es muss sein gelöschtes Feuer... Verstärken und damit sein... Ist Panikon angreifen. Also okay. Ich glaube, das waren alle... Käferfreaks. Okay, bis zum nächsten Teil. Weil jetzt wird unser 4... Irgendwieder. Okay, hier bin ich wieder. Ja, ob es zwei Möglichkeiten gibt. Hier oder hier? Nehmen wir mal hier hin. Oh, das ist schön. Citro-Beeren. Yonago-Beeren. Okay, jetzt brauchen wir unser Fahrrad, um weiterzukommen. Nein, Quatsch. Es ging so. Wie ging das nochmal? Nein! Oh! Ich habe das komplett vergessen. Ah, jetzt. So ging es. Okay. Hier ist... Hier kann man unsere geheimen Basis bauen. Mit einer... Mit einer... Mit geheimen... Kraft. Oder wie der auch heißt. Okay, hier war nichts. Bis auf eine geheimen Basis... Ort. Äh, bis auf einen Ort für eine geheimen Basis. Okay. Jetzt hat es gerade vollgebaucht, bis auf die paar Beeren. Oh, da fällt mir ein. Hier ist noch was. Genau hier ist doch noch was. Habe ich mir gedacht, dass hier noch was ist. Zickzacks. Ich verpiss mich. Zink. Hört den Spezialangriff oder Verteilung. Weiß ich nicht gerade. Weiß ich gerade nicht oder so ähnlich. Du hast mich angesprochen, also wirst du mit mir kämpfen. Sicher, ich will das Pokémon einsetzen, das ich gefangen habe, als ich Surfer einsetzte. Der hat einen Barsch war. Barsch war es extrem selten. Aber ich habe mir eins gefangen. Dafür habe ich aber drei Stunden gebraucht, bis ich eins gefunden habe. Barsch war es so selten, weil es sich zu Milotek entwickelt. Milotek ist ziemlich stark. Im Gegensatz zu diesem Carpador. Hey, warum soll ich Surfer eigentlich mit Absorber einsetzen? Kommen Sie, dass ich mich vertippt habe, mal wieder. Ah, Tentache. Okay, jetzt wechsle ich. Kamerubt. Tentache ist ja teilweise ein Gift. Und Gift ist schwach gegen Boden. Und Kamerubt ist ein Boden. Ja, aber Kamerubt ist auch schwach gegen Wasser. Und Tentache ist ein Wasser. Aber scheiß drauf. Oh, hat überlebt. Na, säure, schwache Attacke. Intensität 10. Down. Und hier ist Barsch war das seltene Pokémon. Hallo Barsch war. Du schielendes Pokémon, du. Platsche. Und Absorber. Das war's. Das war's mit dir. Carnivana. Irgendwie hat er lauter Fisch-Pokémon. Bis auf Zentara. Ja, jetzt haben wir unsere Energie wieder aufgefrischt. Ich habe keine Ahnung, was verlangst du... Äh, was verlangt wird, um zu gewinnen. Das war's. Tiefblau. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja. Möchte ich. Gut, gehen wir mal in das. Poster, vielleicht ist da was drin. Wow. 6 Wingals. Es sollte eine Höhle geben, die Urzeithöhle. Die Menschen erzählen sich, dass dort die Geister der Pokémon wieder zum Leben erweckt werden. Ob das tatsächlich möglich ist? Ey, lass mich raus. Wingal, Fängerin. Ich weiß, ich weiß, ein neuen Diss. Carpador-Fänger. Okay, so besonders lustig ist ja nett, aber es ist ein Diss. Wobei ich auch ein paar Carpador-Fänger fange, aber nur wegen Garadus. Aber ich fange nicht nur Carpador, damit ich Carpador habe. Ich fange Carpador, damit ich Garadus habe. Ja, Carpador in ihrem Team haben unsere Statentwickler und sind einfach nur bescheuert. Genau wie diese Duvler. Ey Duvler, paralysier mich ruhig. Stört mich nicht, stört niemanden von uns. Ja genau, jetzt sinkt unsere Verteidigung. Ja ja, sowas mag ich. Ich mag es, wenn meine Verteidigung gesunken wird und ich paralysiert bin. Ja ja, das heißt, hier glücklich weniger ab wie ein Regentanz. Oh nein. Ich habe solche Angst. Okay. Ey, ihr kennt doch Duty Calls bestimmt oder einige von euch. Dann so, gif die Nuclear Missile Bomb to us, a military boss, and put your hands up. Okay, I'll give you the Nuclear Missile Bomb to you. Also, Super Sargent of a Super Sargent in most immortal Parisian of Emotional Sargent on the Max oder so. Ich weiß es nicht. Ziemlich lustig, ihr müsst mal oben eintippen. Duty Calls. Das ist so eine Call of Duty Verarsche. Und Roselia brennt. Und Roselia brennt. bei allen anzug unfälle passieren immer dann wenn du nicht damit rechnen ja hier kommen mit kaskade hoch okay ich speichere erst einmal bis zum nächsten seit nicht wieder so wir kommen zurück ich wollte speichern habe ich nicht getan jetzt habe ich es getan wer besitzt das wissen um die technik zu und wer besitzt das wissen um und die technik um zu überleben das sind die pokémon range ranger der hat sechs stück glaube ich nur eins kappels er dachte ich habe das schon mehrmals durch deswegen weiß ich ungefähr die pokémon die besitzen warum setzt den beutel an bin ich blöd oder was ja jetzt müssen wir wieder unsere paar kamer und einsetzen kopfnuss oh nein die 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 haben irgendwie top genesung oder sowas nein wir haben kein top genesung kindern wechsel ich ich will jetzt auch kein tranken setzen weil dann wäre es immer noch paralysiert und dann müsste ich die paralyse heilen und dann wird es wieder geschwächt nein nein genau die richtige attacke ich weiß dann ob es ist nicht sehr effektiv aber mal schauen wie viel das abzieht nein volltreffer fick dich ins knie fick dich ins knie wie war aber fick die jetzt ins knie ähm knirscher auch junge das ist starkes kappels ok mal was anderes feuer oder vielleicht bringt es das ja was ja mehr als knirscher nach tempo ich habe noch nicht gesehen dass es eine pflanzen attacke eingesetzt hat ich besitze nicht genügend wissen über pokémon dann spielen mehr pokémon mein gott ist doch so leicht kaufen sich pokémon spiel für 20 euro und dann weiß man wie pokémon geht oder man lädt sich runter im emulator scheiße mei pokémon sind fast tot habe ich ein beleber vielleicht dabei surfer hat keine ap mehr nehme ich an na doch ein paar sehr schön sehr sehr schön nicht sehr schön singal ein flug pokémon nein nein ach sehr gut nein nicht super schall nicht super schall alles bloß kein super schall naja ich weiß vielleicht habe ich ein beleber mal schauen ja ich habe einen gebe ich jetzt magneton das flügel schlag zieht wenig ab fällt mir gott auf fällt euch auf fällt euch auch auf alter was labe ich da die ganze zeit ich weiß es nicht kein mensch weiß es nicht immer ich warum setzt es aqua knarre ein warum das macht was starkes ein nein warte es labe ich setze das schwache sein gott warum gabst du diesen mengal die attacke ab aber knare warum es gibt doch was viel stärkeres wie zum beispiel himmelsfeger das wäre doch eine attacke pokémon für profis so wie ich ich seine bin aber warum gibst du den aqua knarre naja schwalbos ich will dich magneton das kanot situation aber seins hat eh mehr kp bis jetzt jetzt hat es null kp uns fehlt es am potential hier ist was ein hyper trunk was ist hier ja hier müssen wir weiter nein geradax lass mich fliehen lass mich fliehen danke hier ist ein ninja junge getarnt als äh als felsstück elixier scheiße ich glaube gegen den müssen wir kämpfen wenn du nicht auf deine deckung aufpasst kommt der schmerz zu dir der jagt mir sowas von gar keine angst sein da muss ich erst nachdenken der aqua sowas von zwei schule nachdenken keine angst sein nachkommen wie vermisst die attacke eistrahl warum setzt sich kein surfer ein bin ich pläts da gary was schaust denn so herr ist meine katze und der ist alles gerade zu mir gekommen viele versenken sich jetzt katze gary spongebob smorgon smorgon ich könnte jetzt kamerut einsetzen es gibt aber drei gründe erstens ist kamerut geschwächt zweitens ist kamerut paralysiert und drittens funktionieren die attacken nicht weil smorgon die fähigkeit schwebe hat deswegen kommt magneton zudem ist magneton resistent gegen gift attacken zeige ich euch mal die zielschuss attacke und peilen nicht an ah ok rovorki bringt nichts da ich zielschuss angesetzt habe zielschuss trifft ihn äh bei zielschuss lässt die nächste attacke treffen egal wie ungenau die ist selbst wenn es eine karo attacke ist trifft die das kann man gar kann man gute kombis machen wie zum beispiel willensleser und eiseskälte bei access zum beispiel oder mu kann man zum beispiel so heftige attacken beibringen geofissur geofissur und zielschuss oder willensleser wenn man geofissur als tm hat aber es gibt es nur in der ersten generation als tm nein 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 ungenau aber trifft du bist draußen du machst den ersten zug du bist überraschend gut ich weiß jude hier ist noch einer wenn machen wir später und hier ist team aqua wache schieben ist langweilig hey du komm mir nicht komm nicht in nähe des klima instituts zwing mich doch dazu ja hier treibt sich team aqua ihr treibt team aqua sein unwesen aber heilen wir uns erst in so pokémon am bett in dem wir sie masturbieren lassen ok jetzt machen wir es mit diesem trainer da unten die weiten des himmels strahlen die aura unausgesprochener versprechen ab nichts ist vergleichbar mit dem absoluten glück des fliegerns vogelfänger mit einem pokémon hätte man unter einteilen müssen aber es kann unsere lumbrero wieder eich strahlen juhu ja wenn du schon kämpft dann musst du auch was abziehen deswegen satze ruckzuck die beiden weil er weiß dass er drauf gehen wird abgewirkt und abgestürzt hier ist nichts ok gehen wir wieder rein und im nächsten teil wir zwingen wir die team aqua äh schwuchteln es speichern euch ok bis demnächst ciao wir sind jetzt hier im wetterzentrum klimainstitut und kämpfen jetzt gegen team aqua hier ist was das kind hier was wir wollen wir wollen schauen was ihr hier macht team aqua rüppel eine weibliche person keine wahl nein nach vertippt nochmal wo hat trotzdem viel abgezogen es bringt dir nichts absorbe und das ist das das war's für dich du bist tot du bist tot Lombrero levelt ganz schön ja du hast verloren weiter geht's der boss hat interesse an den forschungen zeigte er hat er uns her geschickt sterb gefälligst nicht tue ich aber gerade aus äh prinzip mache ich das so der 2 ein super tat der als erste erst stelle das kann man gleich mit eistrahl kaputt machen kalt und das war's mit jetzt mit seinem super das ist dann nur noch eins und es ist ein pfiffchen ein unlicht und licht und licht und licht da setze ich eis ein so ein missbesicht von einem kind ich bin kein kind kapiert mein gott ich habe es immer in dem spielen sagen dass ich ein kind bin bin ich aber nicht das spiel spielen auch ähm ältere so wie ich zum beispiel ne egal wirst du wirst wirst du noch die GANG GANG BAM Ach NÖ Die fiese Attacke Angeberei erhöht den Angriffswert, verwirrt aber mein Pokémon gleichzeitig und wenn mein's verwirrt ist und sich selbst verletzt mit dem erhöhten Angriffswert zieht die Selbstverletzung mehr ab Der Nachteil an Angeberei ist, wenn ich angreife, ziehen meine Attacken mehr ab das ist angebereiten jetzt wechsel ich besser weil ich befürchte es wird sich jetzt selbst verletzten wie ein emos magneton in dem ist der kiste in der merck und du bist weg also dass da sehr effektiv wanted kill und er ist tot 37 nennt mich nicht kind verdammt sonst rass ich aus ich bin 17 17 und das ist der letzte hier wir sind team akka wir sind dort wo realitäten gefunden wurden wir führen es ist vielleicht ein paar die von dem jen das ist die währung in japan und das spiel kommt aus japan vielleicht ist es jen irgendwas dass das ziele dass das pokémon vielleicht ein dieb ist oder sowas und gehen könnte vielleicht sein naja und zubat ist kein welt mehr sondern ein tod ist zu tot aber so habe ich hier die pokémon namen die kann man ja leicht aus tiernahme kennen kann die wanne ist zum beispiel ein 1 1 1 wie heißt es fiel ich nach egal fällt mir gerade sein das war's dann wohl und das ist die anführe rin nee quatsch du bist hier jetzt ist in die angelegenheit von team akku einmischen da bist entweder vorzus oder einfach nur dumm oder meines wo sich das mich hier du bist ja so niedlich einfach widerlich ich mach dich fertig du baby die sie man war vorstand khordula das ist die alle kann linkedin' sann absorber naja ist am recht sein kann ich meinen lobeo trainieren rauhard funktioniert nicht da es eine physische attacke mag neuen die weltentwicklung und fischieren setze ich mal selber ein ja und an den über eingeber reihe habe ich gerade erklärt oder vorhin und server nicht selbst verletzt nicht selbst zu wissen sehr schön lombero ist keinem so zähl ich lombre lombremo genannt ja ich weiß dass ich sie widerlich stark bin danke vielen dank nun sehen wir in sicherheit blablabla ach jetzt geben sie mir vor mehrere oder wie es heißt das ist so ein wetter pokémon es kann sich verschiedene form anpassen je nach wetter die ausnahmen sind allerdings sandsturm und noch eine andere ich glaube nur sandsturm ja nur sandsturm okay jetzt müssen wir ein bisschen platz schaffen den karl legt man jetzt ab hat das ei haben wir noch gar nicht ausgebrüht jetzt da kommt es so raus das haben wir noch von mal im froh quatsch von 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 bad lavastadt danke vielen dank nun sind wir in sicherheit es ist vielleicht eine seltsame art das hast du mir schon vorhin schon erzählt dieses pokémon einzelne gestalt abhängen von jeweiligen wetter im institut gibt es sehr viel davon du kannst es ruhig annehmen echt dann will ich noch eins wisst ihr was für eine arbeit das war die hier alle zu vertreiben ich will noch eins es kann pulverschnee regentanz sonntag und hagelsturm es soll wetter attacken prognose ist vom wetter abhängig und das trägt ein item wie es trägt ein zauberwasser zauberwasser kann ich eigentlich nehmen das gebe ich lumbrero ja zauberwasser verstärkt wassertacken ok ständig sage ich okay ist echt scheiße muss ich mir abgewöhnen und es hat auf gehört zurück nennen und jetzt können wir hier weiter wir können wir surfen machen wir das gleich mal wir wollen es ja genau machen ich dachte wir ein item ist es auch so sehr schön es ist es ist ein mührer klar 25 kein würdiger gegner jetzt schau ich mir nach welches das schwächste ist was sie haben die brabe ist irgendwie schwach du bist meine erste stelle glaubt ja er mag die tonnen trägt den ep teiler dann geht man dem wie braver speichern tun wir auch gleich ok hier ist wahrscheinlich nichts nur die geheimen basis und ja es ist ein alt werden ich glaube das ist ein ein wasserstein neben blatt stein an l'ombrero kann man die nette einsetzen da brauchen ein wasserstein oder ich schau mal nach vertrauen ist gut kontrolle ist besser er braucht man wasserstein aber ich will das erst entwicklen wenn es gut attacken kann gut attacken wie gut attacken wie truppon bekann oder so tentara veröffentlich ist wie brava fliehen nein noch in den tag oder mein haus pokémon du tauchst immer auf wenn ich surfe verpiss dich ok nächsten im nächsten teil hier weiter nach norden schauen was es dort gibt jetzt muss ich nur noch pausieren ok jetzt gehen wir nach oben und da kommt die meike wo warst du ich habe dich schon gesucht wie stark bist du geworden lass mich das für dich herausfinden wenn du deine pokémon natürlich sollte das los ach ich hasse die meike drei pokémon nur wie süß und ein weg kam auf wie süß dann gab ja sagen gerade verletzt ihn hier kam auf oh nein body check ist die fieler okay ich habe mich gehört zieht wenig ab zieht fast auf wie der sand grab von mir das sieht noch weniger noch mal sand grab und das ist town wenn man hat es immer noch okay los welmer ja zieht nicht so viel ab weil wir immer viele kp hat acht walze jetzt muss ich aufge aufpassen heute sieht immer mehr ab nein ja seht ihr sogar volltreffer aber wir können sie immer heilen wegen absorber gleich hat es nicht gleich kannst du nicht mehr gleich kann es weil man nicht mehr als einsetzen das war's einmal ist tot fette fette sau 36 noch 19 jetzt kommt die raptein jetzt muss ich aufpassen was kann ich gegen raptein einsetzen aber röpptein welches kamerut laubklinge die spezielle attacke von raptein blut ist aber allerdings sehr effektiv und zieht mehr abweist die laubklinge ja 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 ritz mich ruhig weiter mit der scheiß laubklinge oder in dem fall mein ach ich hab vergessen laubklinge hat eine hohe volltrefferquote super ok dann kommt L'Ombril L'Ombril kann Eisstrahl und Eisstrahl ist sehr effektiv nein 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 überlebt ach sehr gut schön tot ok meike ist geschichte na noch nicht ganz geschichte ich glaube einmal müssen wir noch gegen die kämpfen aber ich hätte mir absolut keine sorgen zu machen müssen weil das so und hier dies ist ein geschenk für dich vor allem 2 das ist fliegen können wir aber nicht einsetzen da brauchen wir erst den orden ja die labert uns schon damit voll ja 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 oh wenn wir nur zu einem sind dann kriegt man Münz amulett kann man ja später machen wenn wir den orden haben und hier ist ein ninja junge getarrnt als baum fällt leicht auf ich lauere in den schatten und liebe in der dunkelheit ich lebe in der dunkelheit das ist mein schicksal ich tauche auf um dich auszufordern geht zurück nach japan valentin ninjas höchste ist wie brava sein kopf kann man das einsetzen knirscher geht eigentlich feuer oder naja ich finde ich bin knirscher am besten jetzt ach doppelteam ok jetzt müssen wir es hinter einsetzen sind das nämlich immer ok dann selbst mal finde ein was soll es temposchüt erhöht ninjas initiative ok finde ja ja mach ruhig weiter so ich glaube später setzt der zornklinge ein das ist eigentlich eine gute taktik erst doppelteam machen dann und die fähigkeit er wird noch seine initiative und dann auch einen zornklinge einsetzen da ist es ziemlich stark ja es kann zornklingen dachte ich mir aber zornklingen muss hintereinander treffen das heißt wenn es nur einmal nicht trifft ist die stärke wieder auf 0 hm zornklinge es gab es schon in der zweiten generation hat man vom marinara takai bekommen vielleicht mache ich dann noch einen let's play in der zweiten generation in in joto das hat ein facebook symbol auf seinen auf seine uniform das kann ich euch zeigen ok im moment da hat ein facebook symbol hier hier dran hat er ein facebook ich glaube die sind dauernd facebook die ninjas ninjas und unterhalten sich über ihren nächsten auftrag oder so und deswegen tarnen sie sich als facebook äh ähm als facebook äh leute nein vergiftet naja wir sind eh gleich in der stadt das kann bestimmt finale smogern doch nicht oder keine ahnung vielleicht wollte es gerade finale einsetzen aber was soll es jetzt ist es tot und da kommt sein nachfolger es ist noch ein smogern sangrad können wir nicht einsetzen dass smogern schwebe hat ja und das gift schadet wie brava das war es mit dir also ich frage mich bestimmt warum ich ein so ein kompliziertes team habe ein paar tun sich ganz einfache elektropokémon rein oder feuer pokémon also ja die machen es halt so aber ich mache es auf ähm auf liga damit man in der liga einen kleinen vorteil hat deswegen hole ich mir jetzt starke pokémon so richtig starke bomber pokémon weil diese pokémon die wie absol oder so die bringen ja fast nichts also ihr könnt ruhig ein absol in euer team können das ist ganz in ordnung aber ich finde es besser wenn man es wenn man ein team direkt auf die liga aufbaut weil die liga ist der schwerste punkt im spiel der andere der andere das andere ist eigentlich nur kinder sondern das kinder leicht okay jetzt speichern wir nochmal okay ich verlange nicht mehr in baumhausen city und da kommen wir nicht durch komisch jetzt ist vielleicht ein bug im spiel ne das ist kein bug im spiel das gehört schon so das sind nämlich unsichtbare pokémon ob ich darf mir zu viel verraten sonst ist es nicht mehr spannend warum ich diesen schirm trage das verrate ich dir wenn du mich besiegen kannst schirm damit gerda goldini ach jetzt wünschte ich hätte wieder lombeiro an erster stelle ok knosha kamerupt würde ich nicht an erster stelle tun weil hier gibt es auch viele wasser pokémon aber auch viele pflanzen pokémon ich glaube das kann ich später vielleicht an erster stelle tun mein äh kamerupt aber jetzt hole ich mir erstmal lombeiro ja jetzt kommt wieder ein walmer das hat man vorhin schon oder welmer vorhin habe ich welmer glaube ich gesagt weil immer oder welmer sagt man ich glaube welmer heißt das weil ich soll ja eine wahl darstellen und wail heißt auf englisch wahl er auf deutsch wahl ja und ihr seht es es ist quasi wieder fast der gleiche kampf wie vorhin gegen michael welmer oder weimar ist ihr könnt sagen wie ihr das wollt jetzt wie braver erreicht level 37 und lombeiro 36 hatte ich glaube ich noch nie ein doppel level ab also im let's play meine ich ok das war's für diesen teil bis zum nächsten teil der hat man Vielen Dank. Vielen Dank. Und es ist ein Pokémon-Kampf. Geradax, 27. Keine Lust zu kämpfen. Das ist ein Vogelfänger, aber den gegen den kämpfen wir später. Gehen wir erstmal zu treu. Der sagt uns hier was. Kevin, hi. Es ist lange her. Ja, lange her. Vor... 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 Vor sechs, sieben Parts oder so. Eine Stunde. Also... Fett, Fett, weit, weg, äh, Fett, lang, her. Hier ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also wenn ich dieses Gerät bei einem unsichtbaren Objekt benutzen würde... Nein, nein, nein. Statt es zu beschreiben, zeige ich dir es lieber. Das macht mir Spaß. Sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Ja. Kevin, zeig mir deine wahre Stärke als Trainer. Toll ist es, dass Devon Scope ein... Ein unsichtbares Pokémon wird sichtbar. Das erschreckte Pokémon greift an. Wow. Das unsichtbare Pokémon ist ein... Keck Leran. Ein Nummer Pokémon. Die Fähigkeit... Ähm... Ja, das könnte ich Feuerohlem einsetzen. Dann verwandelt es sich in einen Drachentyp. Dann könnte ich Feuerohlem nochmal einsetzen. Und es wäre sehr wichtig. So einfach. Die Attacke, wo es abgeschaden bekommen ist, den Typ der Attacke verwandelt es... in den Typ der Attacke verwandelt es sich dann. Jetzt ist es ein Drachentyp, Weil ich vorhin Feuerodum eingesetzt habe Und jetzt habe ich noch mit Drachenboot Feuerodum eingesetzt und das ist jetzt sehr effektiv Ja, bei Drachen gegen Drachen Sehr effektiv sind Das werde ich aber in der Liga Auch schon merken Wenn Drachen Wenn mein Liebärl dagegen Ja, die Drachen der Top 4 kämpfen Aber das ist noch ein weiter Weg bis hin Und jetzt müssen wir erst einmal Diese Rote hier machen Ja, jetzt können wir es eigentlich fangen Ich fange es mal, keine Schaden Ähm, hm, 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 hm Hyperball Das zum Held in unser Team Ich fange es einfach nur damit Wer kann So In den letzten drei Male, wo ich das gespielt habe Habe ich es auch gefangen Ähm, das ist irgendwie so ein Zufall Dass ich immer so wenig KP habe, dass ich es fangen kann So, bemerkenswert Ein Kampf, die ist wirklich bemerkenswert Die Pokémon sind offentlichtig sehr gewachsen Seitdem wir uns das letzte Mal in Faust der Waffen getroffen haben Das letzte Mal haben wir uns da unten getroffen In diese Rote, du Hirni Bist du blöd oder wat? Ich möchte dir dieses Devonskop geben Wer weiß Es gibt bestimmt noch viele andere verborgene Pokémon Ja, ja, ja Ja, verpiss dich doch Ich will dich nie wiedersehen So, jetzt schauen wir mal Wo die ganzen Kekleons sind Hier ist ein Geradax Kein Kekleon Hier ist müsste eins sein beim Schild Jawohl, hier ist eins Hallo Kekleon Kann man auch gut leveln Äh, ja Trainieren für die Arenaleiterin Die Arenaleiterin setzt Flug-Pokémon ein Na, ich soll's vielleicht heilen Obwohl, jetzt wird's wahrscheinlich eh tot sein Na, doch nicht Wobei, ich kann hier jetzt eh gleich ins Poké-Center Also wäre das eine Verschwendung Der Wechsel ist besser Was ist gut gegen Drachen Vielleicht kann ich irgendwie Eine Typkombination machen mit Lombeo Erst surfer und dann Absorber Wenn's Absorber ist, hat sie eine Pflanzenattacke ein Äh, Quatsch Wenn's dann pflanzen Typ ist, hat sich Eistrahl ein Ja Also erst surfer, dann Absorber, dann Eistrahl Wenn's so weit kommt Ja, jetzt ist nicht sehr effektiv Bei Drachen sind's gegen was und nichts Äh Nicht sehr effektiv Okay, jetzt ist es ein Wasser Jetzt setze ich Absorber ein Das ist sehr effektiv Zieht aber trotzdem wenig ab Jetzt ist es ein Pflanzen-Typ Und jetzt Eisstrahl, das ist ja auch sehr effektiv Jetzt wird's zu einem Eis-Typ Oder ist es tot Ja Hier können wir mit einem Kader hin Hier ist glaube ich nichts Nee, hier ist nichts Dann war hier noch eins Servus Keglion Also die Brabe müssen wir wechseln, sofort Ich hoffe Keglion kann jetzt Verfolgung Das wäre jetzt das Schlimmste, was passieren würde Das tut will Also wieder Taktik, Surfer, Absorber, Eistrahl Jetzt kommt Absorber Das ist eine Pflanze Und jetzt Eisstrahl Und tot Damit könnte man glaube ich die Trainer von der Liga ein bisschen austricksen Mit einem Keglion im Team Und hier ist eine Grotte Sonnengrotte, das finden wir in der Sonnengrotte Team 11 Solarstrahl Solarstrahl, Solarstrahl Ich weiß es nicht, soll ich es vielleicht Ich weiß nicht, soll ich es vielleicht Wo ist ein Solarstrahl? Oh, das ist ein anderes Item Ja, das ist Sonntag Okay, ich habe mich gehört Das ist Sonntag, kein Solarstrahl Okay, vergesst es, was ich gesagt habe Speichern wir noch mal Entsprechern wir noch mal in der Sonnengrotte Und gehen zurück zur Stadt So, renn mal ein bisschen Renn ist gut für den Körper Und dann wird nicht dick Klick, 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 klick Baumhausen City ist die Stadt Ach Ja, doch nicht Ich habe dort gedacht Er gibt uns was Nur so ein Gedanke Okay, bis zum nächsten Teil So, willkommen zurück bei Let's play Pokémon 4 Ups, äh Wart, die sagt immer Bla, bla, bla Ja Einfach müssen unser Pokémon heilen Bevor wir in die Arena gehen Danke, wie seine Poké-Busse wieder fehlt Bla, bla, bla Prüfen wir sie noch schnell Da wäre es glaube ich klug bei In der Flugarena Magneton an erster Stelle zu setzen Okay Sind wir immer noch in Baumhausen City Ja, ja, der Wunscope, ja, ja Ich habe bis vorhin gerade die Neueste Southpac-Folge gesehen Auf Southpac.de Sie heißt Sie heißt Human-Sentry-iPad Oder so ähnlich Sie ist total cool Da geht es um Apple und so weiter Also würde ich jedem Southpac-Freak Empfehlen Mir wundere den eleganten Kampfstil Der Vogel-Pokémon Einfach auf Southpac.de reingehen Und da schaue ich mir auch immer die Folgen an Und so Und es ist komplett gratis alles Ganz easy Naja Jetzt genug mit Werbung Jetzt zurück zum Spiel Und ich habe die Vogelfänger schon besiegt Okay Wird glaube ich persönlich eingeschult Du wirst kein leichtes Spiel haben Doch, werde ich Mit dem Magneton wird man keine Probleme haben Ja Ich wurde geschlagen Ja, ja Das würdest du Gut Zack Und dann wette nach oben Relax Take it easy Oder Ja Ja, genau Das ist so Ne, Quatsch Das ging anders Ähm So Dann so Ne, Quatsch Da kommt man gar nicht mehr weiter Das ist so Und dann so Genau So geht es weiter Und noch einer Es gibt keinen Grund Dass Wipke unsere Land Hinteran Unser Herr Reinerleiterin Sich mit ihr abgibt Ich bin Ich bin so Und stark für dich Dann zeig es mir Wenn es du schaffst Glaube ich dir Aber Allein durchreden Wird man nicht Schlau Schwalbini Level 29 Also bitte Du glaubst Du kannst mich besiegen Mit einem Schwalbini Nein Das kannst du eben nicht So Schwalbos Ist ein Tick besser Als Schwalbini Aber auch Kinderleicht Für unseren Magneton Ach Doppelteam Versuchst du mich Zu nerven Was Denkst du Nix mit nerven Camper Nestor Ich Ich habe verloren Ja das hast du Die meisten sagen Ich habe verloren Obwohl es schon klar ist Dass sie verloren haben Oh Gott Das ist jetzt schwer Aber noch schaffbar So Dann so Kämpfe gegen den Trainer Erstmal Liebhaber von Vogelpokémon Streben danach Unser Äh Streben danach Dieser Arena Beizutreten Es ist Mitglied der Arena Von Baumhausen City Darf ich Verlieren Okay Dann erfüllen wir Deinen Wunsch Björn WINGAL Wird von Vogelfänger Björn In den Kampf Geschickt Das wird Ein vierfach Donnerblitz Zack BAM Das war's Mit dir Du WINGAL Ach Wieder ein Schwalboss Dass die Alle Schwalboss Haben So Fertig Die Arena Ist ein bisschen Zu leicht Wenn man Magneton Hat Den Orden Werden Wir Schnell Haben Hey Lieber Da Muss Man Gar Nicht Reden Donnerblitz Ach Jetzt Versucht Das Heraus Zögern Jetzt Ich hab Jetzt Vorgespult Weil Ja Das War Doch Etwas Zu Schwer Für Mich Zutragen Wo Ist Ähnlich Keine Ahnung Quatsch Ich hab Das Falsch Gemacht So Da Muss ich Da Durch Oder So Da Muss Man Sicher Nach Unten Das Geht Auch Nach Unten Ne Geht Nicht Doch Muss Man Doch Hin Vielleicht Muss Man Später Da Unten Ach Quatsch Ich hab Es Falsch Gemacht Ich muss Es Hier Jetzt Erst Vorbereiten Ne Quatsch So Muss Ich Es Machen Genau Hier Lang Da Lang Da Lang Dann Haben Wir Hier Ein Viereck Und Das Sind Wir Auch Schon Wicke Speichern Wir Erst Mal Obwohl Ich Kaum Glaube Dass Wir Verlieren Werden Aber Sicher Ist Sicher Ich bin Wirbke Die Leiterin Von Der Arena Von Baumhausen City Ich Wurde Mit Hilfe Meiner Vogelpokémon Und Habe Den Himmel Berührt Wie Anstrengend Der Kampf Auch War Wir Haben Mit Grazie Gewonnen Ich Bezüge Die Eleganten Cro Cro Graphie Meiner Vogelpokémon Okay Der Rinder Seit langer Zeit Wieder Wicke Komm her Zeig mir Was du Kannst Schwalbers Endlich Mal ein Gescheiz Level 31 Ach Quatsch Vertipps Okay Bei meiner Tastatur Vertippt man Sich leicht Die ist Nämlich So Ganz Schmal Okay Sie Setzt Doppelteam Ein Und Will Ihr Schwalbers Ähm Ja Keine Ahnung Das Adjektiv Fällt mir Gar nicht Ein Aber Was Wichtiger Ist Schwalb Ist tot Und Wie braver Wieder Ein Doppellevel Up Hab Mal Vorhin Schon Altaria Das Ist Ihr Stärkstes Schätze Ich Mal Ist Ein Drachen Und Flug Deswegen Ist Donnerblitz Nicht Effektiv Und Es Kann Erdbeben Fällt mir Gott Ein Muss Jetzt Aufpassen Am Besten Hört sich Gegen Einen Drachen Auch Einen Drachen Ein Los Vibrava Ja Jetzt Kommt Erdbeben Zum Glück Vibrava Schwebe Okay Feuer Oder Nach Macher Nein Greif An Bitte 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 Nein Jetzt wird es Wahrscheinlich Draufgehen Deswegen Was mache Ich Jetzt Was mache Ich Jetzt Was mache Ich In Meiner Not Jetzt Jetzt Setze Wahrscheinlich Feuer Oder Nein Daher Wäre es Klug Wenn ich Wechseln Würde Tja Erdbeben Ist Gegen Lombereo Nicht So Effektiv Setze Ich Spontan Lombereo Rein Lombereo Kann Eistrahlen Das Wäre Vierfach Effektiv As Aeroas Oh Mann Nein Wann Hat Die Aeroas Eingesetzt Nein Okay Das Altaria Bereitet Mir Ich Weiß Es Kann Erdbeben Aber Ich Schicks Mal Rein Jetzt Mal Stark Ist Drachentanz Donnerblitz Zack Bam Nein Jetzt Setze Den Trank Ein Ein Hypertrank Naja Und Das Füllt Ihre Kapi Vollständig Auf So Bam Okay Jetzt Erdbeben Ein Da Bin Ich Mir Hundertprozentig Sicher Deswegen Setze Aus Taktischen Gründen Wie Bravo Ein Was Doch Kein Erdbeben Meinetwegen Feuer Oder Jetzt Greift Sie Wieder An Scheiße 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 Jetzt Schöhn Okay Das Artaria War Schasser Brocken Aber Das Wird Kinder Leicht Pelipper Jetzt Kommt Wieder Magnet An Los Pelipper Setze Ein Das war's. Sechste Orden, glaube ich, ist es jetzt. Jawohl. Sechste Orden. Den Fede Orden. Mit dem Fede Orden gehauchen, die alle Pokémon bis Level 70, die du durch Tausch bekommen hast. Aber wir werden eh nicht tauschen, weil es ein Emulator ist. Außerdem kannst du fliegen. Ich kann fliegen, fliegen, und es sei was, was wir da bekommen. Jaja, okay. Jetzt sprechen wir erstmal, weil der Kampf war doch schwer. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird, aber okay. Und da ist ein Weg nach draußen, ganz easy. Okay. Jetzt heilen wir unsere Pokémon. Erstmal, weil der Kampf war ziemlich hart. Da-da-da-da-da-da-da-da. Jetzt gehen wir nach Segras, Sulp City. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm mir jetzt halt wieder vorbei. Das werde ich. Okay, schauen wir mal unsere Orden an. Es ist sechs Orden, haben wir. Der siebte ist ein Doppelkampf. Aber mehr will ich dazu nicht sagen. Und der achte ist, ja, normaler Kampf wieder. Okay, aber bis zum siebten Orden dauert es noch eine Menge. Äh, braucht es noch, ja. Also jetzt wird man so schnell keinen Orden mehr machen. Wahrscheinlich erst in 10, 20 Parts oder so. Vielleicht auch 30, ich weiß nicht. Jetzt gehen wir erstmal in die Route 120. Und schauen, ob wir alle Trainer haben. Halt! Ich geh mal kurz ins PokéCenter und holt es einen Kader, weil hier gäbe es viele Zerschnackstellen. Ups. Ähm. Ja, dann schneid es zusammen. Bis später. Okay, bin ich wieder. Ich hab mir jetzt einen Ninkader holt. Und jetzt schauen wir mal nach, was hier ist. Ich glaube mal spontan, dass da hier nichts ist. Aber schauen kostet ja nichts. Nee, hier ist nichts, aber vielleicht zeigt der Detektor was an. Okay, hier muss was sein. Ich schau jetzt mal. Ein Sonderbonbon. Also ist da doch was. Hätte ich mir schon gedacht. Das heht man aber für später auf, wenn wir in der Liga sind. Und das sind wieder die Interviewer, Pia und Udo. Oh, du bist Kevin. Hallo, erinnerst du dich an uns? Zeigst du uns, wie stark du geworden bist? Okay, das war das Stichwort. Ja, das sagen sie immer. Und das soll ein Reporter sein. Reporter müssen ja immer Abwechslungsreiches sagen. Aber sie sagen immer das Gleiche. Okay, ihr Magnetilo hat sich zu einem Magnetor entwickelt und ihr Krakelo ist geblieben. Ich setze erst mal Donnerblitz auf Rakelo und Lombeo setzt Eichstrahl ein auf Magneton. Eichstrahl. Eichstrahl. Ich würde gerne Surfer einsetzen, es würde aber mal einen Magneton treffen. Zusätzlich noch. Deswegen setze ich jetzt Eichstrahl ein. Naja, paralysiert. Okay, jetzt wechsel ich Lombeo, das wäre das Beste. Was ist denn gut gegen Lombeo? Ähm, gegen... Nesslich wie Brava. Ich weiß. Obwohl, das Hacker keine Schwebe. Okay. Dann kann ich ruhig Sandgrab einsetzen. Ach, jetzt kommt mein Magneton auch noch dran. Super. Ultraschall und... Ah, jetzt ich finde ein Sandgrab ist eigentlich... Au, also... Sandgrab ist ein bisschen ungenauer und Finte killt den sowieso und trifft immer. Jetzt haben diese Wichser doch tatsächlich zwei Pokémon paralysiert von mir. So ein Scheiß. Nein, fickt euch. Nein, okay. Ich hasse euch. Zwei Schwuchteln. Stalker. Meine Pokémon... Mein Pokémon ist stark. Wie sieht das mit deinem aus? Stalker. Diese waren voll die Stalker mit ihrer fetten Kamera. Direkt auf mein Ding. Auf meinen Pokémon. Ach, Warblue. Und mein Magneton ist immer noch paralysiert. Ich glaube, ich gehe mal... Nach dem Teil mal schnell ins Pokécenter und heile sie wieder. So, das war's. Ne, Pokémon sind stärker. Ja, das weiß ich. Hier ist zwar ein verborgenes Item. Ach, was? So schnell. Oh, da ist da eins. Jawohl, da ist eins. Ich glaube, an den zwei ist es auch. Aber ich will jetzt da durchs Gras gehen und gegen Pokémon kämpfen, weil das nervt mich. Jetzt gehen wir wieder nach unten. Und es fängt hier zu regnen an. Hast du Attacken auf Lager, die ein fliegendes Pokémon schlagen können? Ja, habe ich. Du Vogelfinger. Wenn du so nett fragst, dass ich die Attacken drauf habe, dann zeige ich sie dir schnell. Ach was, ich heile sie jetzt so schnell. Was soll's? Die muss ich eh alle loswerden, die Paraheiler. Habe ich einen Paraheiler? Oh, ich habe gar keinen sowas, aber auch. Oder? Feuerheiler, Top-Ather. Ne, ich habe keinen. Ich habe nur einen Top-Ather. Wobei der eh nichts heilen kann. Was soll's? Versuch ich es mal so ohne. Naja, Nachtnebel. 29 Schaden. Kennen wir aus der Roten Edition die Attacke. Falls ihr meinen letzten Blick gesehen habt. Das war's. So, Schwalbers kommt dran. Dass hier so viele Vogelträner sind. Ja, ich weiß. Da ist eine Arena in der Nähe. Aber das passt doch gar nicht. Die Landschaft, meine ich. Ich meine, hier regnet es. Im Regen fliegen doch keine Vögel herum. Na, schade, dass Magneton nicht Donner kann. Weil wenn, wenn es regnet und Magneton setzt Donner ein, dann trifft Donner immer. Das ist eine coole Kombi. Habe ich früher immer eingesetzt, da habe ich Magneton immer Regentanz und Donner beigebracht. Aber, das Regentanz bringt's gar nicht so richtig, weil es Attacke. Weil Donner, Mai, Donner kann auch immer treffen. Also, das ist reine Glückssache. Und diese Trainerin ist stark. Die hat ein Melotec. Da muss ich aufpassen. Ich speichere am besten. Diese Trainerin hat mich mal gepawnt. Also, gekillt. Mein Schirm, meine Pokémon und ich. Würden eins dieser Elemente fehlen, wäre diese spielte Schönheit ruiniert. Oder ist es die mit Melotec? Ja, das ist die. Was, die hat keine Melotec? Okay, die hat ein Vomero. Okay, vergisst du, was ich gesagt habe? Die hat kein Melotec. Vielleicht ist sie verwechselt, sie auch. Keine Ahnung. Und Vomero passt sich in der Regenform an. Also, ja, jetzt verändert sich wieder die Form von Vomero. Jetzt verändert sie sich zu der Sonnenform. Die sieht so aus. Da gibt es noch eine Hagelform. Wenn das Vomero Hagelsturm einsetzt, werdet ihr das schon sehen. Oh, nein. Jetzt verstehe ich die Taktik. Meteorologe, okay. Hm, mal schauen. Okay, Vomero ist jetzt ein Feuertyp. Deswegen setze ich jetzt zum Pex ein. Surfer werde ich schon hinkriegen. One-Hit-Kill schätze ich. Jawohl. Volltreffer sogar. Sehr schön. Du hast das Bild der Schönheit ruiniert. Oder das ist sie, glaube ich, mit der Melotec. Ach, ich habe jetzt schon eine Melotec-Phobie. Oh, und da ist ein Ninja, Junge. Ich kämpfe, glaube ich, erstmal gegen den. Wir Ninja verbergen uns unter unserem Tarnmantel. Ich wette, du wusstest nicht, wo ich versteckt war. Ja, natürlich. Ich schau dir das Display an, dann weißt du's. Ach, du bist gar keine reale Person, Mr. Facebook-Ninja, Junge. You're not even a real person! I'm coming to a brother of Spade! Nee, quatsch. Ach. Äh. I want you for Space Boss in your recorded version. Also ähnlich, was was ich. Ich kenne den Text von Epic Repples of History 2 nicht auswendig. Smogon. Äh. Smogon, 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 Gift, Gift, Gift. Was setzt ich gegen Gift ein? Äh. Kammer rückt, das habe ich ewig nicht mehr eingesetzt. Wahrscheinlich, weil es hier regnet. Da setzt sich Kammer rückt. Also, äh, nicht so gern ein. Kammer rückt, könnte ich eigentlich Sonnentag beibringen. Oder nicht. Oder, weiß nicht. Ich weiß nicht, das könnte ich aber auch Lombere beibringen. Und dann kann man mit Solarstrahl machen. Hm. Ich glaube, bei Kammer rückt wird's noch mehr, äh, besser, ähm, bringen. Äh, oder so was? Willst du noch mehr bringen? Äh, jetzt kommt Finale, okay. Äh, ja. Und jetzt kommt Ninjask. Der wechselt sich wieder. Mein Paralombrero. Ninjask. Es regnet immer noch. Aber nicht mehr lange, weil der Kampf ist gleich vorbei. Wenn es, wenn Alstrahl trifft. Jawoll. Wunderbar. So mag ich's. Ich habe verloren. Ich wünschte, mein Tarnmäntel würde meine Schande tarnen. Okay, das war's für diesen Part. Bis zum nächsten. Egal, wir kommen zurück. Äh, wir sind immer noch in dieser Route hier. Äh, äh, ja. Setz dich mal in den Beleber allen auf Magneton. Ich weiß, ich könnte jetzt ins Poké Center schnell gehen, aber das ist ja ein Let's Play. Was, 17 Supertränke? Wow. Wo ist geil, dass wir so viel haben? Ach ja, die haben wir ja gekauft beim Arena-Leiter. Norman, stimmt's. Ja, wunderbar. Die müssen wir eh verbrauchen. Aber später bringen Supertränke nicht mehr so viel. So, jetzt noch safen. Okay. Pokémon haben viele, äh, viele spezielle Fähigkeiten. Wenn du ein klasse Trainer werden willst, lerne etwas darüber. Entweder die in Milotik oder keiner. Oder er, oder wie sie, er, sie, es. Jawohl, dem müssen Milotik haben. So, jetzt muss ich aufpassen. Milotik ist sehr stark. Ist auch sehr, sehr selten, aber ich hatte mal ein Milotik. Das kriegt man nur, wenn man ein Barsch war. Ein Schönheitswert von, ja, ein hoher Schönheitswert kriegt. Das erreicht man nur, wenn man Hommelbeeren eben gibt. So Riegel als. So Riegel aus Hommelbeeren. Und, dann, ein Level Up, dann entwickelt sich Barsch war zu Milotik. Und Barsch war es eh sehr selten, also, ja. Der, wo einen Milotik hat, der, der kriegt einen Hut ab, muss man sagen. Also, Milotik ist schon ein seltenes. Ach ja, und ich habe übrigens, meine weiße Edition habe ich verloren, jawohl. Äh, aber das ist nicht so schlimm, weil ich wollte mir eh die schwarze kaufen. Aber das juckt mich halt, dass mein Shiny Chiller Bell nicht mehr existiert. Weiß nicht, vielleicht finde ich es noch, vielleicht nicht, weiß nicht. Da war auch einen Tag vorher, bevor ich es verlangt habe, eine Party von bei mir. Jawohl, eine Party war bei mir. Ähm, kann sein, dass es einer mitgehen lassen hat oder so. Keine Ahnung. Hoffentlich taucht es wieder auf. Aber, ja, so schlimm ist es nicht. Hat es ja nur für 30 Euro gekostet. Ich habe es halt mit dem DS gekauft, da habe ich 10 Euro Rabatt gekriegt. Ja, was soll's. Und hier können wir wieder Zerschneider einsetzen. Ja, wohl, das sind Bären. Die hole ich mir mal auf die Schnelle. Okay. Das safen wir noch schnell, wenn wir schon dabei sind. Okay. Ständig sage ich okay, das muss ich mir echt abgewöhnen. Ich glaube, das kommt auch nicht so gut an, wenn ich ständig okay sage. Wie sieht es mit deiner Fitness aus? Wenn du nicht fit bist, könnten harte Zeiten auf dich zukommen. Lass mich raten, Pokémon Ranger. Luturzel. Ja, das kennen wir ja. Das hat man auch schon mal. Ja, das ist, das ist, das ist. Das Melutiker hat uns sehr geschädigt, aber für das Luturzel reicht es noch. Scheiße, Blutiker hat schon fast Level 40. Meine Fresse. Ich glaube, ich sollte mal andere trainieren. Ich wechsle mal. Welche sind die schwächste? Kann man rupt, aber... Ja, es regnet da. Es ist nicht so clever. So ein Peps hat noch kein hohes Level. In Anführungsstrichen. Jetzt kommt die Waldentwicklung. Servus, Lomero. Wir haben auch eins. Also, wissen wir eh die Schwächen. Die Schwäche ist nämlich... Ja, keine Ahnung. Eine Flugattacke, aber... Zumindest kann keine Flugattacke. Was soll's. Und die Attacke kennen wir auch noch. Ja, Kratz-Furie, komm. Ja, ja, ja. Ritz mein Pokémon ruhig auf. So, Lomero ist tot. Planas. Mir fällt gerade ein. Kann wie braver fliegen? Das wäre natürlich supergeil. Ich bring... Glaube, ich bring wie braver fliegen bei. Nach dem Kampf. Ach, komm! Jetzt, äh... Sorry, aber das hat mich jetzt gerade aufgeregt. Ich glaube, wie braver kann fliegen. Also, ich schau mal. Beutel. V-M2. Fliegen. Jawohl, die Brava kann fliegen. Sehr schön. Die Attacke vergessen wir. Finte... Ich vergesse mal Finte. Trifft zwar immer, aber... Knirscher trifft fast auch immer. Okay. Und wieder okay gesagt. Also, es ist wirklich schlimm. Naja. Jetzt fliegt mir erst mal zurück und holen uns das Münz-Amulett. Na, komm. Ja, wir sind mal hier. Und ich will jetzt sicher auch so, ob City, da fliegt man jetzt dann hin. Äh, da gehen wir jetzt dann hin. Aber erst mal fliegen wir nach Wurzheim und holen uns das Münz-Amulett von... ...unsere Mutter. Das könnte man nämlich gut gebrauchen, weil wir dann viel Kohle kriegen. Das erhöht nämlich den Gewinn, den man nach einem Kampf kriegt. Ja, Münz-Amulett. Überstreng dich nicht. Bla, bla, bla. Ich wollte den Dialog gerade überspringen, aber okay. Und jetzt fliegt man wieder zurück. Nach Baumhausen-City. Jetzt können wir unser Pokémon gleich heilen. Okay. Und schon wieder das Wort mit O gesagt. Ihr müsst mal erzählen, wie oft ich okay sage. Wie kannst du ja in Comments schreiben. Ich mach das jetzt schneller, weil wir kennen ja den Weg schon. Nein, okay. Ab hier. Nee, Quatsch. Ab hier. Okay. Und schon wieder... Alter, das regt mich auf. Und da ist ein... Fintel. Fintel. Jetzt können wir da noch bis beziehungsweise Funksprung nicht einsetzen. Deswegen setzen wir jetzt Ultraschall ein. Jetzt wird er wieder ein Normaltyp. Wobei das eigentlich eh wurscht ist. So, das regnet weiter. Funke entsprungen. Und der letzte für diesen Part. Ich prüfe deine Pokémon und schaue, ob sie fit für das Leben im Freien sind. Ich mache jetzt pro Tag drei Teile, aber zwei lade ich hoch, weil ihr dann sehen, weil jetzt dann am Schluss, da seht ihr ja immer die, die Links zum nächsten Teil. Und die Namen auch gleich und wenn ich alle gleich hoch lade, dann weiß ich den Namen des nächsten Parts nicht, was dann kommt und so. Deswegen lade ich drei von zwei, äh, zwei von drei hoch. Naja, Magneton schon wieder. Ich glaube, das ist ein bisschen unabwegend wechselungsreich. Kamerobt. Er hat eine... Er hat seine Verteidigung. Glut. Und das war's. Es kommt Planas, nehme ich an. Oder Lothurzel. Ah, Lombrero. Dann kann man gleich die neue Fliegen-Attacke von Vibrava einsetzen. Hallo, ich bin ein Lombrero. Und ich setze mal Morgel die Beine. Oh nein, Vibrava schreckt zurück. Ja, sehr scheiße. Und setze ich Fliegen ein. Und der ist jetzt Sternenschauer. Sternenschauer. Okay, jetzt fliegt man Vibrava hoch in die Lüfte. Oh yeah. Naturkraft, ja, 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 ja. Eigentlich trifft Sternenschauer immer, aber jetzt nicht, weil Vibrava fliegen tut. Sehr effektiv wegen dem Blatt-Typ von Lombrero. Und es war ein One-Hit-Kill. Jetzt kommt Planas. Okay, ich lasse Vibrava nach draußen. Weil, dann zeige ich euch die Fliegen-Attacke nochmal. Für einige, die da gerade geblinzelt haben oder so. Ja, okay, jetzt. Und fliegen! Ich glaube, Vibrava kann fly. Und Vibrava erreicht fast Level 40. Mit solch starken Pokémon brauchst du in der Natur keine Angst zu haben. Ja, danke, das weiß ich. Aber was ist mit dir? Du hast schwache Pokémon. Ich kümmere dich ein bisschen um dir und nicht um andere Leute. Okay, jetzt spreche ich mal und bis morgen. Ciao. Beziehungsweise übermorgen. So, jetzt sind wir kommen zurück. Und wir gehen weiter durch dieses... Ja, durch diesen Urwald. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass sonst keine wilden Pokémon anspringen. Wobei die sehr unwahrscheinlich sind, weil wir eh nicht im Gras laufen. Ich habe einen Nugget gefunden. Können wir verkaufen. Da geht's weiter. Ja, und das war's schon. Echt geile Hute. Jetzt hört der Regen dann auf. Genau, jetzt hört er auf. Dann können wir den Schatten sehen da unten. Hallo! Naja. Ja, das ist gut gemacht. Ne? Für den Anfang. Ja, wenn wir nach rechts springen, dann sind wir wieder am Ausgangspunkt. Und das wollen wir nicht. Hier können wir surfen. Hier sieht man sogar die Wolken richtig. Das ist ja schön. Ein Meere. Ich glaube, ich sollte die Position verändern. Das wollte ich ja noch machen, genau. Und ich habe vergessen, einen des Münz-Amulett zu geben. Ist mir im letzten Teil aufgefallen, wo ich das gesehen habe bei mir. Also, fangen wir gleich damit an. Fangen wir zuerst mit dem Münz-Amulett an. Hier ist es. Naja. Bla, bla, bla. Okay. Äh, geben... Geben es dem Pokémon an erster Stelle. Geben es Kamerupt. Und jetzt tauschen wir Magneton... Ach. Magneton tauschen mit Kamerupt. Genau, so. War das nicht so schwer. Jetzt speichern wir noch schnell. Okay. Waren wir da oben schon? Ne, waren wir noch nicht. Ah, hier ist eh nur ein Geheimgang. Doch, wir waren da, glaube ich, schon. Ah, ne, wir waren noch nicht. Ach, kein Plan. Ich habe mir so ein langes Zeitgedächtnis. Pumppumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpumpump Und ein Freak! Käferfreak! G war erwäh... 28, Tschuldigung. Gab grad was drunnen... Steinhagel... Sehr effektiv wegen... N, ach, Käfertyp. Und das wär ganz schön schon... Naja, ganz schön, würde ich es nicht sagen. Das zeige ich jetzt bloß so. Ja, nochmal eins. Die gleiche Taktik wie vorhin. Und tot. Ja, wie Bobo kriegt immer noch EP wegen den EP-Teilen. Bald haben wir dann die Bilder. Noch eins. Also der Trainer ist wirklich schwach. Over and out. Ich habe verloren. Oh mein Gott. Und wir haben wieder Kohle bekommen. Damit können wir uns weitere Tränke und so einen Scheiß kaufen. Ja, dann möchte ich über Tränke reden. Hier haben wir einen Hypertrank. Und hier sind ein paar Beeren. Ich hole ihn mal mit der Speed-Taste Okay Und von der kriegt man auch noch eine Ich musste einfach ja tippen, obwohl ich gar nicht check, was sie labert So, vom Öko-Furz haben wir jetzt eine Wiebelbe bekommen Werden wir wahrscheinlich nicht einsetzen Aber, naja Die holen wir jetzt auch noch schnell Eine Himi-Beere Eine Nirbe-Beere Eine Nana-Beere Und eine Sana-Nan-Beere oder so ähnlich Hier können wir wieder surfen NOMERO SURFEN Ich mag das nicht, wenn da wilde Pokémon auftauchen, während man surft Das gibt mir richtig Äh Ja, gibt mir richtig hierhin Ihr wisst schon, wo ich meine, aber, naja Ein Hyperheiler Super Was ist eigentlich, wenn man hier Angenommen man trifft hier auf ein starkes Pokémon Man kriegt einen Statuswert und dann kriegt man einen Hyperheiler Dann fühlt man sich bestimmt verarscht Und ein Ninja-Junge, ich will die Techniken der Pokémon übernehmen und neue Ninja-Techniken daraus entwickeln Moment, ich trinke mal kurz Was? Okay, Ninja-Junge, der ist ein Haha, der hat einen Smogon Haha Haha, so ein Scheiß, wir können keine Intensität einsetzen Haha Und setzt mal Glut ein Haha, er brennt Ich sollte nicht zu viel Haha sagen Auf jeden Fall erschallt die Verbrennung ihn Ja, und das war's schon Aber das war noch nicht alles Nein, er hat noch ein zweites Smogon, glaube ich, oder? Ne, Ninja ist okay Normalerweise haben mit den Ninja-Jungen immer zwei Smogons Wenn sie zwei Pokémon haben Scheint wohl hier eine Ausgabe zu sein Aber gut Also, er erhöht seinen Angriff Wird noch mal nix bringen Weil Glut sehr effektiv ist Und es wird wahrscheinlich one hit ten Jawoll Ganz wie ich's gedacht hab Und gesagt hab Und Level 35 Jetzt müssen wir eine Attacke lernen Ah, doch nicht Wie bravo, noch fünf Level Die Entwicklung der Neu- Äh, die Entwicklung der Ninja-Technik Bleibt ein Traum Jetzt können wir eigentlich schon gegen den Arena-Leitern kämpfen Oder gegen die Arena-Leiter Mit dem Level Absol Oh Oh Oh, unten liegt Das haben wir auch noch nicht gesehen Absurd kann man ins Team eintun Muss man aber nicht Hab ich, glaube ich, schon mal was darüber gesagt Ja Ich hatte mal einen Absurd im Team Und das hat sich auch ganz gut gehalten Ganz besonders gegen Psychotrainer war das sehr gut Und hier haben wir einen Ruinen-Maniac Und es fängt wieder zum Regnen an Ja, jetzt kann man den Regenvorteil nicht mehr nutzen So effektiv Weil wir jetzt nicht mehr einen Lombrero an erster Stelle haben Sondern einen Kamerupt Ja, das schallt sogar unser Lombrero an erster Stelle haben wir überhaupt Weil das schwächt die Feuerattacken Deswegen setze ich Intensität ein Ist zwar nur eine normale Strecke, aber Glutwehr ist auch Schlütze Naja Schwach Hat nicht viel abgezogen Ähm Ja, setze ich mal zum Spaß Amnesie ein Keine Ahnung warum Wahrscheinlich habe ich es gewiss eingesetzt Weil ich seine Volltrefferquote senken will Ach, Giftstache Okay, nicht vergiftet Hat daher nichts gebracht Also, brettern wir nochmal mit Intensität rein Patschum! Achja, ich habe meine weiße Edition übrigens wieder Die hat irgendeine von den Partikeln ganz, wie ich es sagt habe Äh, aber ein anderer Freund von mir hatte sie mir dann wiedergegeben Damit bedanke ich mich auch Offiziell auf YouTube Ähm Und jetzt muss ich erst einmal dieses Sandland kaputt kriegen Und auch übrigens produziere ich jetzt da Äh, will ich versuchen, da ich jetzt nicht mehr so viel hochlade auf einmal Werde ich versuchen, das jetzt bis zum Ende durchzuziehen Die Edition, also ohne auf YouTube bloß zu hochzuladen Und dann lade ich sie auf einen Schlag hoch Weil sonst kommen wir nie weiter, weil Ich hocke jetzt schon seit drei Monaten an der Saphir rum Und wir sind gerade mal erst Ja, hier Ich habe bei anderen Let's Plays gesehen Die sind relativ weit Die sind schon bei Part 60 Das ist glaube ich ungefähr so Da sind sie schon bei Kiro, oder Gondon, oder so Oder Rayquaza Ich weiß auch nicht Irgendwie, ja, bin ich ein bisschen langsam Aber man sollte es nicht so negativ denken Weil das ist mein erstes Let's Play Und, ja Man wird ja auch nicht mit einem Schlag zum Meister, ne Der Schuhmacher wurde beim ersten Mal ja auch nicht Weltmeister Sondern erst noch ein drittes Mal oder so Also, nimmst du mir das nicht übel Und danach mache ich halt Spiele ich halt die Medi-Ever 2 Total War Und dann lade ich auf meinem neuen Channel die Die silberne Edition hoch Oder eine andere Edition, weiß ich nicht Aber Silber steht schon mal ein bisschen fest Also Silber wird es wahrscheinlich sein Und, ja Das wäre auch ganz nett, wenn ihr mich abonnieren würdet Also ich habe immer noch so wenig Abonnenten Keine Ahnung, warum sie nicht steigt Ich habe gerade vier Abonnenten Das kann sich ein bisschen ändern Es wäre echt höflich, wenn ihr über dem Abonnenten Zeichen ein Klick machen würdet Da würde ich mich echt freuen Ja, ich glaube, das war es schon mit der Route Okay, im nächsten Teil gehen wir nach Osten Und bis bald So Welcome back to Pokemon Sephy E-Evision Oder so ähnlich Mein Englisch ist nicht so besonders gut Auf jeden Fall ist hier eine Hexe Auf der Welt gibt es Dinge Jenseits deines Verständnisses liegen Scheiß Hexe Hexe, Hexe, Hexe Hexe Buden Budenhilde Also Personen gibt es hier in Pokemon Das ist echt Unglaublich Und endlich mal ein starkes Level, meine ich Level 30 Aber immer noch kein Gegner Für Kamerubt Uh, Zwirlicht Ein Geist-Pokemon Ich weiß nicht, ob Zwirlicht Schwebe hat oder nicht Deswegen Wechsle ich besser Und zwar Kommt zum Pex an der Reihe He, komm her Zum Pex Zwirlicht Und zum nächsten Ja, erstmal ein Level up Level 38 Gar kein nächstes mehr Okay, die ist wirklich schwach Ja, aber mit Normal-Pokemon und Kampf Muss man gegen die aufpassen Hier ist noch mal Alter, lass mich die Bären holen Du Schlampe Stopp, schau dir meine wunderbaren Pokemon gut an Nein, wenn ich nicht, ich will die Bären holen, du Tusse Fick dich ins Knie Fick dich ins Knie Okay, was setzt man denn gegen die Note ein Äh, Glut erstmal Das verbandelt ihn in einen Feuertyp Und danach Kommt die Bodenattacke Klammergriff Okay, wahrscheinlich Klammert der mit dem Schwanz Äh, ich will Jetzt Thema wechseln Also, Intensität ist sehr effektiv Und es ist ein Kill Wenn die Pflanzen eingehen, ist das deine Schuld Dann gehe ich zur Pokemon Company Oder wer auch immer dieses Spiel gemacht hat Und beschwere mich bei dir Bei denen Wegen dieser scheiß Trainerin Und Fibitus, das hat man glaube ich auch noch nicht Das ist der Rivale von Sengu Sengu hat man glaube ich auch noch nicht Das war's mit dir, Fibitus Ich bin eine Schlampe Blablabla So Jetzt lassen mich die Bärenhunde Tusse Fagier Bäre Jetzt mal auf die Schnelle Und hier noch Okay Ja, jetzt sind wir schon fast Oh, was ist denn da? Team Aqua Okay, wir sind auf dem letzten Pyroberg Ja, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten Entweder gehen wir hier nach unten Oder nach Osten Gehen wir erstmal nach Osten Weil da ist gleich die nächste Stadt Ah, Wingal Keinen Bock zu kämpfen Lass mich doch Keinen Plan Warum es mich nicht fliegen lässt Sehr mutiges Wingal Okay, dann eben Hallo? Wingal, willst du mich nerven? Friss Steinhagel, du So Okay, weiter geht's Hier ist ein Doppelkampf Muss man glaube ich nicht machen? Jawohl, müssen wir nicht Den machen wir später Wenn wir nach unten später gehen Hier sind noch zwei Kämpfen wir erstmal gegen ein Ding hier Aber, ja cool, den Ball konnten wir sogar noch holen Sehr schön Carbon erhöht die Verteidigung glaube ich Ne, erhöht den Die Initiative oder sowas Keine Ahnung Volt reverber Voltensow Ich mach mal laut da Okay Intensität Naja, Schrift nur wirkt nur gegen Geist-Pokémon Intensität BAM Very effective And enemy is down Ah, gut gespielt Das ist kein Spielidiot Da kämpfen Pokémon, das sind lebende Wesen Ja, ich nur Respekt Okay Gerard Dax Willst du mich auch nerven? Wahrscheinlich lässt es mich auch nicht fliehen Jawohl, dachte ich mir doch, keine Ahnung, warum die alle kämpfen wollen Sind wohl alle Emo-Pokémon Die... Oh nein, ich will sterben, greif mich an, bitte Okay, dann eben Sandwirbel, bitte Habe ich gesagt, dass du Sandwirbel einsetzen sollst? Nein So Ach, ne Beere trägt's auch noch, das ist ja schön Eine Trizo-Beere Ne, sieh, ne Beere, okay Okay, jetzt wär's nicht besser Ich sag da und okay, also Hab ich ja schon in vor zwei Teilen gesagt, dass ich jetzt ständig okay sage Das ist echt scheiße Ähm Jetzt versuche ich mal kein okay zu sagen, jetzt verwende ich mal andere Wörter Also sorry, falls ich jetzt ein bisschen schlechter sein sollte mit dem Sprechen, aber jetzt versuche ich kein okay mehr zu sagen Und zwar ab jetzt da So Gerardax ist jetzt tot und jetzt kämpfen wir gegen die Ähm Poké-Fan-Trainerin oder so Poké-Fan Ein weiblicher Poké-Fan Eine weibliche Poké-Fan Oh, oder so, keine Ahnung Und ein Pikachu Das Pokémon, das fast jeder Mensch kennt Intensität Ja, One-Hit-Kill, da Pikachu Elektro-Pokémon, äh, ein Elektro-Pokémon ist und daher schwach gegen Boden-Typen ist Ja Ach, welches Pokémon stört meinen Gesang Es ist ein Wingard mal wieder Wahrscheinlich lässt es mich auch nicht fliegen, deswegen setze ich gleich Steinhagel ein Ja, nicht schlimm, wir sind eh gleich in der Stadt Von daher kannst du ruhig gleich draufgehen, dass Kammer ruppt Complex 4 Level ab, level ab, level ab, level ab, level ab, level ab Oh, doch nicht, okay Neh, dann mal an der und Da 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 do Da da.... Da 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 dödo Da da DATOW Da da... DATA 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 Da 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 LA Da 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 da... Okay, difí, história Schöne Musik, echt. Und wir sind in Sega of Soul City angekommen. Also zuerst gehen wir ins Poké-Send. Das machen wir immer, wenn wir in eine neue Stadt kommen. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Ich glaube, wenn du das seht, habe ich die Saphir schon durchgespielt. Dann muss ich bloß noch alle Teile hochladen. Das kann auch ein bisschen dauern. Habt man ja bei der Roten gesehen, falls ihr mich verfolgt habt. Habt's. Und im... Ja, im nächsten Teil gehen wir zum Pyroberg. Ne, wir schauen uns die Stadt genau an, okay. Im nächsten Teil schauen wir die Stadt genau an. Bis zum nächsten Teil. Komm zurück. Und weiter geht's. Mir fällt zuvor, ich sollte nicht so viel, wir kommen zurück und so sagen am Anfang. Weil ich habe meine Dinge gesehen. Meine Let's Plays, da habe ich... Fast immer gesagt, zu 99,999% habe ich immer gesagt anfangs, okay, willkommen zurück und so. Ja. Und das war jetzt am... Gehört jetzt mal wieder zu... Willkommen zurück, ne? Und hier ist übrigens Maike. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Die steht direkt vor uns und... Ist hier am Einkaufszentrum vom Seekhaus-Sulp-City. Ein Überfluss an Wahn und Überraschungen. Ein Ort, an dem man alles findet, was das Herz begehrt. Und sie will kämpfen. Oh, hey, Kevin, bist du auch am Einkaufen? Nein, will ich nicht. Ich habe eine Menge Puppen und Pose gekauft. Oh mein Gott. Spielst du immer noch mit Puppen, du unreifes Mädchen? Okay, ich bin auch ein bisschen unreif. Ich spiele noch Pokémon. Hehehe. Obwohl ich 17 bin. Naja, aber natürlich habe ich auch Pokémon gefangen und sie... Und die ziehe ich geradezu vorbildlich auf. Schön für dich. Das sind nur komische Dateien. Die haben keine Gefühle. Ich habe eher Bedenken, dass du dich um deine Pokémon nicht richtig kümmerst. Da hast du recht. Ich werde gegen dich kämpfen. Dann sehe ich, ob du sie gut behandelst. Ja, meinetwegen. Die Pokémon, die ich aufgezogen habe, sind mit Sicherheit unbesiegbar. Ich hasse die Schlampe, ey. Warum lese ich... Habe ich den Dialog gerade vorgelesen? Ich glaube es nicht. Ja, hier ist wieder die Schwalbos-Nutte. Die Nutte, die ein Schwalbos besitzt oder so. Ach, ich weiß auch nicht, was ich da quatsch. Ich muss hier irgendwas quatschen, ne? Das ist so langweilig. Ihr könnt ja eine Stoppuhr machen und schauen, wie oft ich das Wort mir jetzt O sage. In welchen Abständen. Also, momentan habe ich es letztens gesagt vor fünf Minuten oder so. Und Nutitation einzusetzen ist sehr fies, ne? Ja, da Schwalbos noch fünf KP hat, hat uns das jetzt auch noch fünf KP. Plus Level A hat zwei KP zusätzlich gekriegt und hat jetzt sieben KP. Ja, wie bravo nennt Kreidisch 3. Nicht so eine schöne Attacke. Senkt nur den Verteilungswert. Also würde ich da ablehnen, das wie bravo beizubringen. Nein, habe ich es gesagt. Nein, habe ich es gesagt. Ja. Okay, was kommt jetzt? Kamau. Okay. Das können wir auch noch killen. Ach, jetzt habe ich wieder das Vox sagt. Okay. Ach, schon wieder. Intensität 8. Es müssen ein One-Hit-Kill sein, weil Kamau sehr effektiv, sehr anfällig gegen Boden-Typen ist. Jetzt müssen wir es wechseln, weil Weimar ein Wasser-Pokémon ist und Kamerubt ist vierfach schwach gegen Wasser und schon geschwächt. Also von daher würde jeder vernünftige Trainer das jetzt wechseln, so wie ich jetzt und Magneton würde es mit Donnerblitz schon kaputt kriegen. Äh, ja, wobei auch nicht so richtig, oder? Ach, ja, weil ich habe jetzt gedacht, weil Weimar so viel KP hat, habe ich gedacht, dass es vielleicht überleben könnte. Aber ich war zum Glück im Unrecht. Okay, Reptilien, Reptilien ist schnell, der schnellste Pflanzenstarter. Von daher Kamerubt einzusetzen, das würde gleichzeitig sein Tod bedeuten. Deswegen setze ich, ähm, Magneton immer noch ein. Genau, heißt, ich lasse Magneton draußen. Äh, Ultraschall. Weil die anderen Attacken wären nicht sehr effektiv. Naja, mehr kann man nicht machen. Ich glaube, Maike setzt bestimmt einen Trank später noch ein. Laubklinge. Äh, die Spezialattacke von Reptilien. Ja, Volltreffer, hohe Volltrefferquote. Fähigkeit von Laubklinge auch noch. Äh, mein Magneton hat jetzt einen riesigen Aufriss wegen dir. Ich zeige dich an wegen Körperverletzung gegen meinen Magneton. Okay, jetzt hole ich Vibrava aus dem Ärmel. Weil wenn ich nochmal Ultraschall einsetze, Maike einen Trank ein, dann bin ich mir ziemlich sicher. Vibrava ist zwar ein Bodentyp, aber mit seinem Drachentyp wird es wieder nicht sehr effektiv. Oha, so viel. Okay. Setz dich Fliegen ein, das ist sehr effektiv. Tja, jetzt hat es sich ausgeritzt, ne? Friss Fliegen! Bam! Magneton und Vibrava kriegen EP und Maike ist tot. Ich kann mich noch gut an unseren Kampf an der Route 103 erinnern. Kevin, dieser Kampf hat dir enorm geholfen, stärker zu werden, oder? Nein, weil ich spiele schon seit 2003, glaube ich, oder 2, oder ich weiß auch nicht. Ich spiele schon länger als du lebst. Gehe nach Hause und zeige, dass mein Papa... Oh, süß. Ja, 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 Pokédex arbeiten, blablabla. So, jetzt haben wir sie besiegt. Äh, das ist das letzte Mal, gegen das wir gegen die gekämpft haben, zum Glück. Es gibt, glaube ich, noch so einen Trick, wie man nochmal gegen die kämpfen kann, aber ich weiß nicht, wie man das macht. So, jetzt speichern wir nochmal. Ich speichern jetzt immer gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir noch haben, weil ich schaue immer unten auf meine Uhr bei meinem PC, ne? Da ist es gerade 19.10 Uhr. Ich weiß nicht, ich glaube, die letzte Aufnahme habe ich vor 6-7 Minuten beendet oder so. Deswegen spielen wir noch 4 Minuten, so bis 15. Man kann ja YouTube-Videos bis 15 Minuten hochladen und so. Ähm, ja. Gehen wir jetzt mal zum Pyro-Berg. Aber hier ist ein Doppelkampf. Machen wir den noch. Wer ist jetzt mal an erster Stelle? Einer von denen hat, glaube ich, ein Leta King und noch ein anderes, ein Flummel. Das weiß ich noch. Deswegen setze ich Vibrava und Kamerubt ein, weil Kamerubt kann Erdbeben und Vibrava hat Schwebe. Also wird es die Erdbebenattacke ab. Von Vibrava. Ne, Quatsch. Von Kamerubt. Geh mal schauen. Okay, Pandir und Leta King, okay. Also ich war fast richtig. Zu 50% richtig. Ähm, Steinhagel trifft beide Gegner und Erdbeben. Hä? Achso, ja. Dann machen wir das. Intensität trifft beide Gegner und, ähm, äh, fliegen auf Pandir. Weil Pandir kann verwirrende Attacken und wenn es gegen meinen Vibrava eingesetzt hat, habe ich Glück. Und Intensität 8 trifft alle Pokémon außer meine. Der Grund, warum meine nicht getroffen wird, da Vibrava gerade Schwebe hat und weil es zusätzlich noch fliegen tut. Also wird es viermal nicht getroffen. Jetzt kann ich sogar nochmal Intensität einsetzen, weil Vibrava dauerhaft Schwebe hat. Also, ja, und Leta King, Fowlens, das ist die Fähigkeit, setzt alle zwei Runden aus. Hat aber dafür hohe Statuswerte, habe ich gesehen. Ist eins der, ist, ja, ist sogar das stärkste nicht-legendäre Pokémon. So sehr man es auch glauben, äh, glauben kann, ja. Also es ist das stärkste nicht-legendäre Pokémon. Von Standauswerten her. Hat aber daher die Fähigkeit Schnachnasien. Hier haben wir noch Minuten zwei. Ja, ich glaube, das reicht noch, um zum Pyroberg zu gehen. Das Wasser ist tiefblau. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja. Da, oh man, Gott. Ich überspringe den Kampf, weil der ist boring, boring, boring. Tentacha, bla bla bla. Tentacha, fick dich ins Knieser. Ich sagte, fick dich ins Knieser. Und hier ist der Pyroberg. Und den machen wir im nächsten Teil. Ciao bis demnächst. Und im nächsten Teil versuche ich, ohne diese Standardsprüche wie, okay, wir kommen zurück, sozusagen, okay. Und jetzt habe ich wieder das Wachsack. Naja. Das wird schon noch bei mir. Und bis zum nächsten Teil. Ciao. Was geht ab? Tja, so ist meine neue Begrüßung. Und wir gehen jetzt in den Pyroberg. Das habe ich, glaube ich, reingepustet. Das ist nicht so gut. Hier ist ein Schuppet. Level 25. Ein Geist-Pokémon und endlich wird zwirligt. Aber ich habe keinen Bock gegen das zu kämpfen, weil das Level... Ja, das ist klar, wer gewinnen wird, ne? Bist du hier, um die verstorbenen Pokémon, deinen Respekt zu zollen? Du musst immer sehr fürsorglich zu deinen Pokémon sein. Oh. Beruht mein Zickzacks. Ich habe jetzt wirklich sehr geliebt. Oh, der Arme. Eine Runde Mitleid für ihn. Ne, das mache ich ernst jetzt, ohne Spaß, ja? Jetzt fahre ich selber gleich zum Flendern. Also, ich bin echt ein bisschen, ja... Äh, Gefühls-Gefühls-Gefühls-Stark oder so. Keine Ahnung, wie man das sagt. Wahrscheinlich, weil ich es vorgelesen habe. Die Erinnerung an meinem Liebling Eneko. Ich konnte... Ich könnte weinen. Dann wein halt. Na los! Soll ich dir irgendwas besorgen? Dass du wo du reinweinen kannst? Ich hole mal eine Kamera. Ne, Spaß. Spaß beiseite. Also, hier sollte man echt ganz besonders bei Verstorbenen und so Respekt zeigen. Ja, aber hier ist es zum Glück nur ein Spiel. Hier ist keiner verstorben, also, ja. Können wir hoffen, aber im echten Leben müsst ihr schon Respekt zeigen. Wenn einer gestorben ist, zum Beispiel bei Beerdigung oder so. Nicht so... Nicht so, ööö, so langweilig tun und so. Ja, also, hier muss man schon... Ja, wie gesagt, Respekt zeigen, ne? Und bevor ich hier noch religiös werde, äh, gehe ich zurück zum Spiel. Es setzt ein Stollrack ein. Das ist die Weiterentwicklung von Stollunior. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Die erste wäre Intensität. Da Stollrack ein Gestein und Stahl-Pokémon wäre, wäre es vierfach effektiv. Und Glut einmal effektiv, weil es ein... Ja. Weil es ein Stahl-Pokémon ist. Wobei... Ne, Glut wäre nicht sehr effektiv, weil Fels... Der Gestein wird diesen... Macht diesen Typ nämlich nutzlos. Intensität zu... 10... Pfff... Intensität 10 sogar! Nicht schlecht, nicht schlecht. So, vielleicht kann man einen One-Hit-Kick bei einem starken Stollrack machen. Oh wei, oh wei, tut mir leid, entschuldige, bitte. Und hier unten ist noch einer. Das müssten ein Poké-Fan sein. Ach so, der kämpft gar nicht. Aua, 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 aua. Der Bogen hat einen einigen Stellen Löcher. Ich habe das nicht gesehen und bin ins unterste Stockwerk gefallen. Autsch, aua. Pass halt auf, Mensch. Die Löcher, die kann man doch nicht übersehen. Bist du blöd, oder was? Hyperball, naja. Und ich habe beschlossen, ich werde versuchen, Kyogre zu fangen. Wenn ich allerdings, also später, werde ich versuchen, Kyogre zu fangen. Weil ich aber merke, dass Kyogre mich fertig macht, werde ich es besiegen. Genauso mache ich es. Und hier ist ein Doppelkampf erst einmal. Enekoro und Voltenzo. Das soll so eine Anspielung auf Hund und Katze sein. Gut, dass ich die Teams noch vorhin noch gemacht, also gemacht habe. Weil jetzt geht die Taktik wieder auf. Und das Voltenzo ist in dem Fall völlig nutzlos, weil beide meine Pokémon Bodentypen sind. Und deswegen soll ich zuerst Enekoro angreifen. Deswegen Angriff auf Enekoro. Volltreffer, sehr schön. Nein! Nicht gesungen, das schlifert mein Pokémon ein. Ja, in dem Fall ist es mein Kamerubt. Ja, und jetzt funktioniert die Intensität-Taktik nicht. Aber ich kann es immer noch machen. Und zwar kann ich eine Attacke einsetzen und mit meinem anderen dieses Pokémon, das die Attacke einsetzt, gleich heilen. Habe ich einen Aufwecker oder sowas? Ja, ich habe ja vorhin einen Doppelk gefunden. Genau da ist er. Okay, so haltet man einen Pokémon. Und ja, so funktioniert die Taktik. Ouch! 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 Ach komm, Enekoro kommt doch was besseres als Duplex-Heap. Jawohl, Intensität 10 trifft beide Gegner. Sehr effektiv, sogar weil Walt Tenzo ein Elektro ist. Endlich wie bei einem Pikachu von vorhin. Ich glaube, Groot müsste es jetzt auch packen. Naja, jetzt habe ich finde sie nicht mehr, das ist blöd, aber was soll's, Groot würde ich schon hinkriegen. Ja, Knirscher in dem Fall auch, also hätte ich gar nicht nachdenken müssen, ne? Ich denke, es ist immer sehr viel darüber nach, welcher Attacke ich da einsetzt. Selbst wenn der Gegner fast down ist, denke ich noch nach, welcher Attacke ich einsetzen soll. Tja, ich glaube, den Stock, das Stock welketten wir jetzt? Ach, 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 Schuppert wieder. Ich glaube, bei der anderen Edition tauchen mehr Zwirlichts als Schuppert auf. So, in der Rubin habe ich es hier, tauchen viele Zwirlichts auf. Und hier tauchen halt viele Schupperts auf, ne? Ach, 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 ach. Schiffen wir mal gegen die. Es ist ein Psycho. Eine Psycho-Rinn oder so. Kadabra. Ein Psycho-Pokémon. Ja, setzt sich wie Brava ein, weil Psycho ist ein Schwachgegen Unlicht. Und wie Brava kann er eine Unlicht-Attacke? Ach, Reflektor erhöht nur seine Verteidigung. Dauerhaft. Aber Knirscher ist eine Spezialattacke. Glaube ich ja mal. Jawohl. Sehr effektiv. Ne, ne Quatsch. Knirscher ist keine Spezialattacke. Ach, ich weiß auch nicht. Ich kenne mich da nicht so aus mit Spezialattacke und normalen Attacken. Vielleicht könntest du es mir genau erläutern, indem du es in den Kommentar unten schreibst. Weil ich verwechsel immer, weil ich Raphse ist noch nicht so richtig. Was ist Spezialangriff und Spezial... Ey, was ist Normalangriff und Angriff... Äh, Spezialangriff. Überhaupt, ähm... Ja, die Unterschiede halt. Ja, Kamerobt. Gegen Schuppert. Aber es lohnt sich nicht. Ich glaube, ich werde mich jetzt konzentrieren und wie Brava erst entickeln. Das Geläwe 42 hat... Junge, Junge. Wir haben aber starke Pokémon. Wir haben kein Problem in der Liga. Ich glaube, da müssen wir nicht einmal trainieren. Die unglaubliche Atmosphäre der Berge hat meine psychischen Kräfte gestärkt. Ein kleines Kind wie du. Du willst gewinnen, Tram weiter. Ja, wieder ein Psycho, allerdings ein männlicher. Er setzt ein Trussel ein. Gut, dass ich jetzt wie Brava erst so schnell habe. Nicht schlecht gedacht von mir. Da kann ich sogar gegen die ganzen Schuppels und so kämpfen, die auftauchen. Vielleicht werden wir in 5, 6 Teilen frühestens sogar nach 2 Teilen einen Libellia besitzen. Ja, hier ist die Weitermittlung von Trussela. Kill ja. One-Hit-Kill bei Unlicht gegen Psycho. Sehr viel tiefes Bla-Bla-Bla. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Ich kann es nur... Ich sag es ja nur noch... Ich sag es ja öfters, als man es... Äh, jetzt ist der Beutel voll. Das ist jetzt leider immer noch scheiße, dass hier der Beutel voll sein kann. Ab der Diamant... Ab der Diamant, Pearl und Platin wurde das behoben, dass man unendlich tragen kann. Ähm... Ja, aber jetzt müssen wir erstmal damit zurechtkommen, dass wir nicht unendlich viel tragen können. In der Silbernen wird mir später auch ein Problem sein. Aber das mach ich erst auf... Äh, die Silberne mach ich erst, wenn... Wenn ich Medi-Total War 2 durchhabe. Ich spiel dann mit den... Mit den Heiligen Römischen Reich, mit... Mit den Ägyptern und mit den Russen. Mit den Russen hab ich schon einmal durch. Das ist ziemlich schwierig, weil die Mongolen dann auftauchen. Bla-Bla-Bla, aber ich bin jetzt... Äh, ja. Ähm... Aber ich will nicht zu viel davon erzählen, sonst ist es ganz... Der ganze Spaß weg. Erstmal muss ich dieser viel fertig machen. Und ich werde es so oft wie es... Wenn ich Zeit hab, werde ich das dann... So oft wie es geht spielen. Also jetzt zum Beispiel Sonntag, ne... Sonntag hab ich nicht so viel Zeit. Äh, Quatsch, das glaub ich da. Sonntag hab ich viel Zeit. Also bitte... Bin ich jetzt blöd oder was? Ja, egal. Am Sonntag hab ich viel Zeit. Ähm... Allerdings ist es schon 19 Uhr. Und daher... Daher... Hab ich nicht mehr so viel Zeit, wenn morgen hab ich wieder Schule. Äh... Dann könnte ich vielleicht morgen nach die Schule machen. Dann bin ich allerdings bei meinen Großeltern. Das dauert auch so bis 15 Uhr und so... Bleib ich. Ähm... Ja. Hochladen tue ich die ganzen Teile ab jetzt, wenn... Wahrscheinlich habe ich es schon alle gemacht. Bis ich halt... Dieser vier durch hab. Also wenn ihr das seht, werde ich... Werde ich dieser vier schon durch haben. Ähnlich wie bei der Roten, da hab ich sie auch schon durch. Und auf einen Schlag durch... Äh... Hochladen. Hat mich auch ein bisschen genervt, das Hochladen. Das dauert auch eine einige Zeit. Das ist ein bisschen blöd an YouTube. Oder für Let's Plays halt, dass die so lange dauern. Könnte man ja so in 5 Minuten aufteilen, die Let's Plays. Aber das wäre wahrscheinlich für euch ein bisschen scheiße. Weil ihr dann immer wieder nach 5 Minuten ein neues Video... Ähm... Anwählen müsst und so suchen und so ein Scheiß. Aber ich mache immer Verlinkungen am Ende. Aber das... Sack auch ein bisschen. Warum setzt es nicht dauernd Wirbelwind ein? Das raffe ich irgendwie nicht. Ah, ich muss aufpassen. Die können alle Abschlag. Die können damit... Die haben mir mal damit mal ein Item gelegt. Und dann muss ich das Ganze resetten und so. Das hier muss ich aufpassen. Ja, sei hier Abschlag. Ist aber allerdings eine Unlichtattacke. Nicht sehr effektiv. Äh... Wuppen gesprungen. Die werden Pokémon in der Siegelstraße setzen auch dauernd Abschlag und Wirbelwind ein. So denkt man sie einem Items. Also da müsst ihr aufpassen. Falls ihr da trainiert. Ich glaube nicht, dass ich ein Item verloren habe. Weil ich war gerade nicht so aufmerksam. Gehen wir weiter nach oben. Diesen Part werde ich jetzt 15 Minuten lang machen, bis ich das fertig habe. Dann speichern wir ihn noch schnell. Okay. Hier ist noch eine Hexe. Ich mag gruselige Horror-Dinge. Es ist wie eine Sucht. Sobald ich hier bin, stehen mir die Haare zu Berge. Ja, ja. Ich muss ein bisschen schneller machen, weil ich muss den Pyro-Berg fertig machen. Ja, mal ein Schuppet. Ich glaube, bis hierhin reicht es, weil wir sind ja eh fast fertig. Knirscher. Kadabra. Was mache ich da? Hä, was mache ich da? Keine Ahnung. Ah ja, ich wollte schneller machen, aber ich habe die Tastenkombination ein bisschen falsch gehabt. Knirscher. One-Hit-Kill. Fertig. Level ab, noch zwei Level und sie ist... Sie hasst nie lang, hat sie gesagt. Wahrscheinlich, wer sie fast verloren hat. Jetzt rastet sie wahrscheinlich gleich aus. Alter, und ich auch. So. Und das ist die letzte Trainerin hier. Vier Minuten haben wir noch, das müsste super hinhauen. So, für die Hater, die sagen, ey, du kämpfst dich gegen die ganzen Trainer und so, gebe ich euch jetzt das hier, ein Schuppet. Also, für die Leute, die sich bei Let's Plays nur beschweren können und so und die überall negative Bewertungen machen, da sage ich einfach nur, fickt euch ins Knie. Weil, weil YouTube ist eine Gemeinschaft und die, wo negative Bewertungen machen, obwohl das Video gut ist, die kann ich einfach nicht verstehen, also... Ja, bei dem muss ich einfach sagen, fickt euch ins Knie. Und ich habe jetzt Zobiris. Zobiris hat einen riesigen Vorteil und zwar ist Zoribus das einzige Pokémon, das keine Schwäche hat. Da könnt ihr hier jeden Typ durchgehen, Zobiris hat keine Schwäche. Selbst hier, ich setze da Knirscher ein, hat keine Schwäche. Hm, da fällt mir was rein. Angenommen, man hat ein Ninja-Tom und ein Kadabr. Macht beim Wertewechsel auf Ninja-Tom. Gibt es dem Gegner. Wechselt dann das, ähm Ninja-Äh, wechselt man dann das, 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 das Zobiris. Ja, warte, das geht, ne, das hatte ich dann, Zweifeligkeiten. Okay, vergiss das. Wobei, doch, das geht sogar. Also man hat ein, ja, Ninja-Tom, Kadabr. Macht, gibt man, es heißt, man Wertewechsel an Ninja-Tom und den Gegner ein, oder von mir, eher vom Gegner. Wechselt das Kadabr. Ne, Quatsch, wechselt das Ninja-Tom. Ähm, zu, 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 zu. Zu Zobiris und gibt dann die Fähigkeit mit Wertewechsel dem Zobiris. Dann hat es nämlich Wunderwache und kein, und ist damit unverwundbar. Ja, hier haben wir einen Lachsrauch. Müssen wieder was ablegen. Zink, nehmen wir mal. Geben wir es mal, wie braver. Lachsrauch. Hier haben wir zwei Möglichkeiten, gehen wir mal nach unten. Ja, hier haben wir zwei Möglichkeiten. Nervt mich nicht schuppelt, ich hab nicht mehr so viel Zeit, jawohl, richtiger Weg. Hier ist noch ein Item. Seerauch. Ah. Was kann man jetzt wegschmeißen? Das Fluchtschmeiß. Äh, Quatsch. Den Hafenbrief, also bitte, wir brauchen einen Hafenbrief. Wahrscheinlich habe ich den gekauft, damit wir das Münsteramulett kriegen, aber das benutze ich eh nicht. Die Spielhalle ist ja auch bis zu dieser Edition ganz gut. Also ab der Edition fängt an zu scheißen, die Spielhalle. Ab der, ja, ab sie im Mann gibt's die, glaube ich, fast gar nicht mehr. Oder doch, einmal gibt's die gibt's dann noch. Aber ab der fünften, weißen und schwarzen gibt's die nicht mehr. Finde auch verständlich, weil bis zuerst und zweit haben wir das Spielhalle super gefallen, aber jetzt ist sie nur noch scheiße. So, jetzt gehen wir dann nach oben. Aber erst im nächsten Teil. Und bis dahin, Servus. Welcome back to Pokémon Saphir Edition. Oder wäre schön. Und wir sind hier auf dem Pyroberg und gehen nach oben. Jetzt habe ich bloß Angst, dass der Nebel unsere Sicht nicht wieder verdeckt. Wie in der Arena oder wie im Metaflottunnel. Das müsste Toxin sein, was wir da gefunden haben. Mal look kennen. Ja, jetzt muss gleich der Nebel anfangen. Ne, der fängt jetzt an, wenn man da, wenn man hier reingeht, genau. Naja. Äh, jetzt ist auf einen Schlag Nebel. Sehst du das? Top Trank. Naja. Also, sorry, dass das so ist. Das liegt am Emulator. Schmeiß das Elixier weg, das jetzt mir erinnert ein. Okay, jetzt gehe ich mal wieder nach unten, damit der Nebel verschwinden. Achso, ist der jetzt dauerhaft da, oder wie? Nein, das ist der Scheiße. Hoffentlich finde ich den Weg wieder raus. Ja, ich habe ja Fliegen, ist von daher... Ja, hier ist ein Team Aqua. Jetzt müssen wir einfach nur geradeaus gehen und dann fliegen und dann haben wir es schon. Ich zeige dir, wie unheimlich gruselig Team Aqua sein kann. Du, 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 du Ich hätte jetzt volle Leben, aber jetzt, jetzt, ich knirsche ein, und das müsste ihn hitten, jawohl, mit einem Volltreffer, mit einem Volltreffer, jetzt kommt noch ein Zubatz, jetzt wechsle ich mal zu einem Rero, denn es kann die Attacke eistrahlen, es kann die Attacke eistrahlen, und die setzen wir jetzt ein, eistrahlen. Zubat frisst eistrahlen, das wird dich one-hitten, jawohl, ein One-Hit, das hab ich mir so gedacht, jetzt kommt wahrscheinlich ein Goldbart, nein, ein Zubat kommt jetzt, so ein einfallsloser Trainer, jetzt kommt eistrahlen nochmal, und das, ja, das war der Kampf gegen ihn, ja, und jetzt hör ich auf zu singen, weil das nervt sich, ein paar von euch, und es ist aus, 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 vor, bei, ach, das war mein Gesang über Team Aqua, und du glaubst wirklich, dass du der Stärke Team Aquas gewachsen bist, oder so, keine Ahnung, jetzt kommen wir heute nach oben, Team Aqua Nummer 2, was ist los mit dir, was kann ein kleines Kind schon ausrichten, Junge, ich sag's euch zum letzten Mal, nehmt mir nicht kleines Kind, verdammt. Das haben sie schon im Wettelinstitut zu mir gesagt. Erstens bin ich kein, nicht klein, und zweitens bin ich kein Kind mehr. So, ja, okay, mit 17 ist man vielleicht ein halbes Kind und so. Ja, okay, ich bin 17,5, von daher, naja. Das ist ja für die, für eigentlich, für die Kinder gedacht, die jünger sind als ich und so. Warum setzt der Brüller ein, das schraff ich, das schraff ich echt nicht. Naja, was soll's, setz ich Surfer ein. Und, Critical Hits, aber was Wichtige ist, Fiffion ist tot, so. Hat er noch eins, jawohl, ein Carnivana, super, passt der, jetzt können wir Absauber einsetzen. Glaubt man denen ein paar KP, wobei Lombrero eh schon voll, voll im Leben hat. Näh. Rauhardt verletzt ihn, glaub ich, nicht, oder? Ne, okay. Und schon wieder hab ich das okay gesagt. Naja, jetzt senkt's die Spezialverteidigung, bringt's aber nicht so viel, ja, ihr wisst, warum. Weil Carnivana jetzt dauernd ist. Ich glaub, das war's letzte. Jawohl. Bums. Zu stark, viel zu stark. Und weiter geht's. Das ist der letzte vor Adrian. Ich kenn dich aus dem Schlotberg. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Echt? Ich wusste gar nicht, dass ich gegen dich am Schlotberg gekämpft hab. Das war's eigentlich der Vorstand. Ne, doch nicht. Ich kenn dich nicht aus dem Schlotberg. Das müsste wohl ein Missverständnis sein. Ach, der Typ. Ja, genau. Einer war ja, glaub ich, da beim Schlotberg. Okay, okay, kein Missverständnis. Du wirst also wache. Ja, schaff's aber nicht, wenn du einen Carnivana besitzt. Ich glaub, das kann schon längst ein Tohidu sein. Mit Level 31. Ja, ich weiß, warum das System so schwach ist. Die müssten mal ihre Pokémon alle entwickeln. War ich mit 31er Carnivanas? Also bitte, das ist doch gar nichts. Tohidu, das wär'n geil. So was wie der Adrian hat solche Pokémon, die fetzen richtig rein. Dann wird das Spiel auch ein bisschen schwerer. Und dann hätte man viel länger Zeit dafür. Und das wär' dann viel geiler. Weil ich hab das Spiel schon dutzend Mal durch, weil ich so leicht ist. Ja, Carnivana hat noch ein paar KP. Ja, Knirscher bringt dir kaum was. Welche Attacke setzt man denn ein? Jede Attacke könnt ihr ihn hitten. Setz ihn mal die ungenauste Attacke ein. Spaßeshalber. Kratz vor mir. Ja, Rauchhaut, super. Okay, ist noch zu schlimm. Oh, schon wieder besiegt von einem Kind. Nenn mir nicht Kind, verfickte Scheiße. Gleich schmeiß ich meine Tastatur rum. Ihr Wichser könnt nichts dagegen machen. Ich tue schon wieder. Du bist ja... Hä? Du bist uns ja sehr schnell auf die Spuren gekommen, aber es ist schon zu spät. Die rote Kugel, die sich oben auf dem Pureberg befindet. Ich, Ardgan sagte, sie gehört mir. Hahaha, jetzt werden meine, jetzt werden meine Visionen in Wirklichkeit. Los Mannschaft, Grafit Power City heißt unser Ziel. Oh nein, das darf nicht wohl sein. Wie konnte, wie konnte sie nur an die rote Kugel gelangen? Wie konnten sie nur an die rote Kugel gelangen? wie konnten sie nur an die rote Kugel gelangen? Die blaue Kugel und die rote Kugel dürfen nie getrennt werden. Sie gehören zusammen. Punkt, 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 Gut, nimm die verbliebene blaue Kugel an dich. Bitte folge diesem Schurk und bring die Kugel zurück. Ups, jetzt, okay, blaue Kugel erhalten. Das braucht man, die braucht man für Kyogre. Nein, Quatsch, für Gorner braucht man die blaue, ne, die braucht man für Kyogre, stimmt schon so. Ich hab zu viel weiße und schwarze gesehen, äh, äh, spiel daher, ist es immer das Gegenteil bei mir, ne? Okay, jetzt müssen wir fliegen, sonst kommen wir da nicht raus, wegen dem Nebel. Nääääh. Fliegen. Und nach Segras Subcity. Das könnte man nach unten, aber das machen wir diesmal nicht, weil das einfach nur eine nervige Route ist, wo wir überall jumpen müssen und immer wieder zurückspringen müssen und so weiter und es kotzt schon an. So, Segras Subcity. Wir kommen im Pokémon Center. Bla 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 bla. Okay. Das war das Pokémon Center in drei Sekunden. Da, 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 da. Was bist du? Du bist doch einer von Team Aqua, oder? Wenn die ganze Welt am erst einmal uns gehört, dem, äh, dem Team Aqua, dann wird sie ein Besserwort für Pokémon sein. Da, 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 da ich schlafe nicht so viel ich schlafe meistens immer so um 3 1 und wacht dann um sieben morgens aus sind so vier stunden also so ist es normal aber am wochenenden schlafe ich richtig aus wobei man sagen muss das ist nicht dauernd um dass sie nicht dauernd um drei uhr einschlafen meistens auch um ein oder zwei uhr und hier ist ein komisch irgendwie ja kann man da reingehen ja auch immer aquas versteckt junge junge was ist da los hey lass mich durch was wie was hast du mit dem aquas zu schaffen unser post ist nicht hier ist dabei sich ein u-boot unter dem nagel zu reißen wohin ist du glaubst du nicht im ernst dass ich dir das verrate was was hast du zu sagen was wie was hast du mit team aqua zu schaffen unser boss ist nicht hier ist auf dem weg nach grafit port city danke dass du es mir gesagt hast sehr freundlich warum er dort hinn ist du glaubst du nicht im ernst dass ich blablabla also irgendwie sind die schon ein bisschen blöde erst wollen sie es mir nicht sagen und dann sagen es mir doch sie ist mir doch er hat mich ein bisschen an ja also zeichentrisse in die ich vorher immer geschaut habe da gibt es ja ein paar fällt mir spontan keine ein aber gab es da gab es halt viele früher die ich angeschaut habe ach früher habe ich viele zeichen zu sehen und habe ich immer super rtl von morgens bis abends sehen nach der schule bis abends also ja hier ist nichts mal brigg werft gesucht ein erfahrener seemann der die gefahr nicht scheut wir mal rein ich weiß auch nicht wie es weitergeht ehrlich gesagt ich habe das ewig nicht mehr gespielt kann nur sein dass ich jetzt gerade falsch bin ja wird wahrscheinlich so sein wahrscheinlich dass man nach oben genau denn 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 ja wohl da sind auch schon sehr viele menschen für mal zu dem zu dem vorschau was da vorne ist ja genau wir haben vor unsere expedition weiter fortzuführen das ist wunderbar keppenbrick vielen dank dass sie trotz ihres vollen terminkalenders zeit für uns gefunden haben wir hoffen sie bald wieder zu neuen aufregenden funden interviewen zu dürfen das war das erste mal dass ich für eine fernsehsendung interviewt wurde ich war vielleicht nervös ok gut siehst aus wir haben bei unserer letzten tiefsee expedition eine großartige entdeckung gemacht wir haben auf der route 128 ein unterwachsen entdeckt wir glauben es ist die hülle eines pokémon das schon sehr lange ausgestorben ist captain brigg nehme ich an wir von team aqua werden das u-boot in unsere wald nehmen unsere einwände eure einwände sind bedeutungslos wir erwarten absolute kooperation mal sehen was ihr zu den plänen von team aqua sagt sind es irgendwie irgendwelche terroristen oder wie das soll das ganze sieht so aus als benutzt jemand ein megafon nie oder glaubst du jemand verwendet ein mikrofon ein megafon das hätte ich nicht gedacht wo kommt das her das kommt von der anlagestelle das ober dem hat versucht das zu stehlen kevin bitte komm mit mir nach meinem mund wird schon ganz dunkel moment ich trinke mein mund wird schon ganz trocken ich trinke mal schnell was ok hier sehen wir adrian das tut mir so leid all die mühen um mir vom püreberg bis hierhin zu folgen und nur niemand kann es stoppen niemand oder wirst du etwa uns in unser versteck von seca auf city folgen wenn du es so sagst so und so ausführlich ja und springen sie da rein und fahren mit dem u-boot weg warum warum sollte team aqua mein tiefseeforschungsboot einstehen wollen sie können sie können doch nicht hinter dem schlafenden pokémon am meeresgrund seer sein das heißt wenn ich sie verfolgen würde ich hätte keine chance gegen sie komisch was team aqua alles vor hat sind voll die terroristen ich werde die gehören osama bin laden an wobei ob zusammen beladen schon seit einer guten woche tot ist wobei ich habe das ein bisschen ja ich habe das wahrscheinlich schon durch länger dauert wahrscheinlich ein bisschen länger vielleicht monat oder so tot ist oder so weil jetzt ist bei mir der achte fünfte 2011 kann sein dass ja wird wahrscheinlich so sein dass es wahrscheinlich so schon juni sein wird wenn ich es hochladen so bis jetzt fertig bin und was team aqua im nächsten teil vor hat sehen wir ja was team aqua es nicht sofort sehen wir im letzten teil bis zum nächsten teil servus euer hanfbauer ja jetzt gehen wir zur zum versteck von team aqua weil adrian gesagt hat wir sollen dahin und gleichzeitig können wir unsere vibrava zu libelte entwickeln bei den schatzschulenden sohn herr os level hat nutzt man das auch gleich da hat er dort hat er dort weiter dort hat er dort 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 hat er dort 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 hat er dort 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 wird dort dort er hat mir geht echt die Puste aus weil ich nehme schon seit einer Stunde ungefähr auf und er da auch pausenlos muss man sagen da bleibt mir im wachsten Sinne des Wortes die Spucke weg erstmals helfen weil ich habe keinen bock da noch mit hin zu surfen und so ich sag nur will sich den tachas und hier ist der erste verdächtige person gesichtet sind jetzt blind das spiel ich im moment gerade die ja die quadrologie oder wie es auch reist mit vier teilen also das normale spiel habe ich schon durch das kann dort habe ich auch durch sehr schnell zum beispiel sehr schnell durchgespielt chaos theorie war ein bisschen schwieriger habe ich eine woche dafür gebraucht und jetzt spiel ich double agent und das neueste ich glaube ich weiß gar nicht wie es heißt irgendwas mit sehr am anfang konventionen oder so keine ahnung auf jeden fall habe ich das noch nicht das werde ich mir vielleicht kaufen vielleicht oder runterladen weiß nicht ich glaube jetzt werden wir wahrscheinlich kaufen heute ist mir schon kaufwertes spiel ich will auch sowas unterstützen und so weil das spiel ist echt geil pokémon unterstützt ja auch die weiße edition könnte man sich ja konnte man sich hier auch eigentlich runterladen für einen emulator und so wie bei dem geigen geikind der hat sie auch auch für einen emulator gespielt ein let's play gemacht ziemlich gutes sogar habe ich auch abonniert aber ich wollte es mal unterstützen und deswegen habe ich mir die weiße gekauft und ja es war mir auch exakt an kaufwert ne die schwarze kaufen wir auch dann kann sein dass ich auch ein let's play für die weiß und schwarz mal aber das dauert wahrscheinlich noch schon sehr lange erst mal die alten generationen alle durch je nach generation ein spiel also erst muss ich auch noch eins machen weil die rote die kamen dazu zählen das war ja nur eine geschwindigkeitserhöhung die ich so ausschusscheid durchspielen wie die saphir zum beispiel wo geht es nicht so lange ach ja hier geht es lang jetzt haben wir zwei teleporter eine führt nach einer geht nach einen rechten und den linken ja jetzt sage ich mal münze werfen habe ich irgendwo eine münze muss ich mal schauen nein ich habe keine münze aber ich das geht wahrscheinlich doch hier habe ich eine münze moment ich schmeiße mal schnell rechts ist kopf links ist zahl ok 321 und ok es ist zahl was ist rechts kopf glaube ich also links ist zahl gut dann immer nach links gute wahl ja haben wir zwei trainer in alten in den neuen teilen wie 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 smaragd dann kann man gegen so zum beispiel so hinstellen so dass man zwei trainer auf sich als auf sich zu laufen und dann ist dann gleichzeitig ein doppelkampf wird das gibt es hier leider nicht das gibt es erst ab der smaragd glaube ich ja das markt gibt sie erst finde ich auch sehr gut ja muss man kann man sich jede menge unnötige kämpfe sparen weil man sich sofort schnell auf einmal zwei gleich bekämpfen kann wo auch mit geht echt die spucke aus ich soll nicht so viel reden es nach dem teil werde ich fürs erste schluss machen dann sehen wir uns morgen wieder aber wobei morgen eigentlich kein ausdruck ist weil wenn es ja wie gesagt wenn ihr das seht werde ich alles fertig haben und wahrscheinlich auch gleich auf einen schlag hochladen wie die rote edition da habe ich ja auch alles auf einen schlag durch hochladen ja feuer oder sie brava auch richtig rein langsam ein level noch bis libel da ich glaube dem gewicht gleichen sonderbommern ich weiß es eine verschwendung aber wenn wenn es sich entwickelt kann man das so einsetzen also ich hätte es gerne ein wenn sich der pokémon nach diesem level entwickeln so wie braucht 45 und jetzt entwickelt sich achten tschüss liebe er wie brava hallo libellra und da und da um er so laut habe ich gerade macht da da bleibt gleich der hund von unten unseren großeltern die sind unter mir als meine anderen großeltern die wohnen unter mir und die haben und ja und der bett gleich über uns wohnt unser onkel ist mein onkel und der bruder meiner mutter ja für alle wohnen in einem haus ist eine schöne hausgemeinschaft kann man sich überall besuchen jederzeit und so sieht libellra aus im kampf um einiges besser als librava und knacklion und super das tod ich glaube libellra sollte ich wechseln meines levels langsam überirdisch ja das ist ein krasser unterschied fast zehn level unterschied zwischen meinen anderen pokémon und sich kamerup mal ein zeig was du kannst ähm ja intensität und erbäben moment moment mal kurz ich muss mal kurz pausieren sorry dass ich unterbrechen muss das war mein vater er hat mir bloß ein eis geben und hat dabei geschrien wie ein verrückter mhm carnivana schon wieder eins man soll jetzt sein internet schlecht reden aber das war echt blöd was er gemacht hat weil gleich da rumzuschreien ist echt ein bisschen scheiße wobei er kein schlechter mensch ist ich echt mein vater ist echt ein netterkerl als ich will ja niemanden schlitten aber es ist schon nett mein vater also man soll nicht denken dass dann das ein teubütiger irgendwas ist näher nein der ist schon ja super nett aber manchmal ist auch so richtig zickig ja er hat mir zum beispiel ein eis gerade geben ich glaube ich habe gesagt aber zurück weg von meinem vater sonst ja sonst äh ach vergisst das weiss man nicht ob ihr es hört ich höre gerade ich esse gerade ein eis ja muss ich schnell essen so schmilzt ist ne das video meine acht minuten und dann höre ich damit auf erstmal mit dem team aqua idioten fertig gemacht jetzt können wir nach rechts und links ich glaube wir gehen eher noch hier lang und dann hier und dann hier und dann so und schossen wir hier das sind zwei elektropeits die zwei und das sind ein nugget und das andere ist alter gefürchtete der gefürchtete und beste ball der schichte von pokamann es ist der meister ball den findet man wie gesagt hier das habe ich glaube ich unverständlich gesprochen habe gerade ein eis in meinem mund gehabt und das sind elektropeits kämpfen mal gegen die die geben ein paar erfahrungspunkte ich wollte die bilder wechseln warum habe ich es immer noch draußen ich weiß es nicht so und der boden von dem kampf sieht sehr gut aus der erinnert mich an irgendeinen anderen ort ja elektropeits schwach geht im boden attacken weil es ein elektro typ ist und ja das kann man sich schon denken jetzt wechsel ich erstmal die position die brett die bälder ist stark genug hat glaube ich noch den ep teiler ja das muss ich kamerup mal trainieren deswegen kamerup an erster stelle item geben ist es glaube ich oben oder nach in der weißen ist es immer ganz oben ist das item was man genommen hat immer ganz oben jetzt direkt das münz amulett nicht mehr egal kohle ist eh nicht so wichtig wobei es doch ein bisschen wichtig ist aber nicht so so ist so sehr arg wichtig wie ich habe keine kohle und so und jetzt was soll ich jetzt machen und so also so wichtig ist es nicht ich glaube ich werde es jetzt doch gleich beenden weil ja das kommt glaube ich nicht so gut wenn ich jetzt an eis esse und nebenzu display macht ja und das legt aber anscheinend der gleichen meinung weil es finale gerade eingesetzt hat ja ok dann sag ich mal bis zum nächsten teil euer hansbauer 133 come back to blokema saffier we are in the aquas house oder so ähnlich kann kein gut englisch wie auch immer mal ein bisschen rumprobieren ich glaube hier ist nichts mehr maus weg sonst seht ihr nichts jetzt hier geht's lang und da ist eine treppe und wieder ein aqua wichser ich bin so müde vom warten du schulst mir an den kampf ok mr team aqua rüppel ja 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 warum habe ich die bilder noch an erster stelle das wollte ich doch wechseln egal meister na body check ja rückstoß rückstoß es solls mal eine lehm schuss attacke one hit kill so ein schwacher gegner ok jetzt wechsel ich die position erst mal die tulle aber die setzen viele wasser ein hier ist noch ein porter noch eine treppe noch ein wichser danke für lange ok probierend ok nichts anderes mehr zu tun als eine nerven sich aus dem weg zu reiben du meinst du dich selber weil du nervst mich so noch ein kanibana das schwache pokémon hoch 3 tohibe ist ja ganz cool aber kanibana ne fast ein one hit kill sogar ich hätte mein lambrero wundersaat geben so ein trick des wundersaat zauberwasser ok das geht auch absorber und ihr seht es geht recht schlotz voran netzer es sind ja auch keine besonderes meister auf dem gegner ich meine hier in zubat schon wieder ja gar kein gegner das müssen level ups sein level 37 valenzitropumpe 40 glaube ich jetzt lenz raub kratz vorweg weg ich tue es noch nicht entwickeln weil sonst denn es keine attacken mehr wenn ich entwickle deswegen lasse ich noch deswegen lasse ich lombrero noch lombrero sein so kappellos entwickle ich es wenn es hydropumpe kann hier ist noch eine weibliche diesmal teleporter der ganze stolze versteckst du weißt gar nicht mehr wo du gerade bist stimmst kicher die gegner verwöhnen ermüden und dann auf innen mit gebrüllt das ist der plan die musik ist so geil ich mach mal lauter der 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 dre vedert der die und das war's schon nie man hat die kein gold Crime erer anderen mitte ist und da ist adrian glaube ich oder einer von oder einer seiner untertanen das tatsächlich bisher geschafft habe ich dich wohl etwas unterschätzt aber hier geht es für dich nicht weiter ich bin besser als die anderen rüpel die hier bisher begegnet sind ich finde keine zeit heraus ich werde dich polisieren das wahrscheinlich der vorstand ja team aqua vorstand wolfgang ja ja daumen kann iwana also für den vorstand wenn ich vorstand hätte ich schon einen tor heidu wenn ich schon so scheiß pokémon haben müsste und ich würde gar nicht erst reingehen eintreten wollen diese scheiß bonde das wäre es mir nicht wert so wohnet ne quatsch das lab ich dir kein wohnet jetzt aber doch ein tor aber warum hatte das kann die warner sind zyp es wäre doch viel besser von der zweite hätte was soll es ich glaube ich rede ein bisschen zu viel über die gegnerischen pokémon und wie man sie besser aufstehen könnte aber das stimmt eigentlich auch ich meine sind doch keine gegner bis auf das tor heidu raub setze ich nicht ein da ich weiß dass es kein item trägt und da ist da ist da ist da ist habe ich vorhin gesagt sowas wieder ein anfänger fehler von meinem let's play ding aber ich fange ja gerade erst an mit let's play das waren daher und tot muss ich alles noch lernen und so aber es geht schon aber so gut wie gronk werde ich nicht sein also ja durchschnittlicher let's player durch zu werden halt so wie gronk weil der ist wirklich hardcore jetzt erstmal mal eisstrahl ein in der hoffnung ihn einzufrieren diesmal nicht okay er ist als angeberei ein erhöht mein angriffswert verwirrt aber mein pokémon habe ich schon erklärt mal jetzt wünsche ich mein pokémon weil ich keinen bock habe dass es sich selbst verletzt zum text hat noch 38 müssen wir noch erhöhen lebensschuss und tot hey dann habe ich doch dann habe ich eben auch verloren wenn ich mit ihr spielt gespielt habe hat sich unser boss vorbereitet ohne ihn okay und ist ein vorstand sieht man mal wie loyal der überhaupt ist wenn ich vorstellen will werde dann würde ich doch mit kommen wollen zu der exposition naja spiel grenzt so an logik und jetzt haben wir alle idioten besiegt das gerne mal raus ja das war es im nächsten zeichen nach muss was sie die bis gleich willkommen zurück jetzt gehen wir nach muss was sie direkt weil es zu allen das bringt sie eben nicht und außerdem ja ist der weg gehen nicht so lang die lassen wir mal aus die lassen wir auch aus ich lasse jetzt erstmal alle aus genau direkt zur arena weil hier diese wasserroute die hasse ich am meisten ich glaube da werde ich die trainer überspringen weil unsere pokémon haben wir eh schon ein ordentliches level naja hier können wir tauchen aber mehr will ich nicht sagen bis jetzt hier können wir unsere scherben eingeben er abgeben im tausch gegen paar steine das ist viel besser als diese scheiße von musik er hat den tag hat den überspring ich ich habe kein bock auf den taras ok und er ist immer moosbach city wir sind doch schneller beim nächsten orden als ich dachte in das fahrradzone war man zwar nicht aber da mal ein special drüber ok einmal erstmal die pokémon danke deine pokémon sind wieder fit komm jederzeit wieder vorbei das werde ich so gehen wir gleich zur arena pokémon arena von moosbach city leiter sven hier und wenn die mysteriöse kombination ja rein und schauen und schauen schauen was uns erwartet ok das sind solche felder dann ist man drüber und damit wirkt man uns ähnlich wie in der rocket spielhalle in der roten edition er kommt man das ganze erste mal genug erkundet kämpfen wir erstmal gegen trainer und säubern die arena die also die arena er diese trainer in der arena setzen psycho pokémon ein deswegen könnte ich mit meinem kapper loris raub sehr viel gute kombis machen das thema raub ein rollentausch tauscht die werte aus und sehr effektiv zieht aber nicht viel ab wechsel ich lieber habe ich nun licht ich habe keine lebelle drab ich aber das hatte ich schon übermächtiges level ist die klatschung euro draußen ich glaube karl aber kann genesung warum setzt du dauernd rollentausch ein das check ich nicht was soll es für eine taktik sein ja jetzt hast du genesung ein will der mich nervt oder wie aber wirplicieren das dritter in diesem Putin ist einfach noch imnyten Hinblick auf ich heiße imeters lange dich nutело curse euch nur wir aus Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Okay. Okay. Hier haben wir noch. Schalter. Okay. Wir sind... Wir... ... 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 Äh, 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 ich sag es dazu besser nichts. Äh, was soll das? Ich raff's nicht. Mal schauen, vielleicht die belebtinite S. Jawohl. Äh, 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 hm. Tja, ihr fragt euch so, weil ich sicher warum ich's gefallen hab. Äh, weil Carpador entwickelt sich zu Garadus. Ist zwar ein bisschen aufwendig, aber Wofür haben wir einen Emulator? Ich mach mal eine Pause und dann Seht ihr mich mit einem Garadoss hier an der Stelle wieder Bis gleich Ja, hier bin ich wieder Ja, und ihr seht, die Miete entwickelt sich Aber das wird nicht unser Team Pokémon Weil Garadoss hat sich schon so oft in meinem Team Ich benutze es nur um zu tauchen Was ist passiert? Die Miete wohne zu einem Garadoss Ui Ja, hier hab ich trainiert Und ich hab mein Kamerobd ein Level hochgekriegt Aber jetzt hat's keine AP mehr, deswegen heil ich's jetzt schnell Und ich bring Garadoss gleich Taucher bei Garadoss ist er ein Taucher Super, jetzt kannst du kein Platscher mehr Hehehe, Spaß Kann immer noch Platscher Das ist unser Puckyslave, Garadoss Für Wasser Später bringen wir's noch Cascade und so bei Haben wir's schonmal vorgesorgt Und Stärke vielleicht auch noch Und zur Trümmere Ach, mein ist gleich Okay, zur Trümmere Äh, Platscher Und Cascade haben wir noch nicht Kriegt man später Und auf geht's nach Cenerowil Ah, Mann, ich hasse sie immer aus der Musik Und diese Musik hat sich am meisten Die Centaurerkämpfe werde ich überspringen, weil die sind einfach nur lästig Und jetzt ist es mal Taucher ein Garadoss, ab in die Tiefe Nein, ich seh nichts Okay, ich muss wieder auftauchen Sorry, Leute Das ist der schönste Punkt im Spiel Und dann ist er voll mit Nebel Echt schade Ja, schön für dich Hier ist Cenerowil, schätze ich mal Wobei ich das eh nicht sehen kann Ach, scheiße Nein Scheiße, scheiße Kann ich hier auftauchen? Ja Ich dauere jetzt mal ab Ja, da sieht man es ganz kurz Die Tachas sind ganz schön mutig Ja, hier ist was Ja, jawoll Hier ist Cenerowil Jetzt muss ich noch den Eingang finden Ah ja, hier ist Gras Okay Ein Perlu Findet man nur unter Wasser Düng, düng Ja, ich sehe den Eingang immer noch Wir müssen doch Wir müssen noch ein Stückchen machen Kämpfen mal gegen das Perlu Ja, Perlu ist basiert auf eine hohe Verteilung Hat hohe Verteilungswerte Ich bin jetzt sehr hohe Verteilung Nicht sehr, sehr hohe Verteilung Nicht sehr, sehr hohe Verteilung Ach, gut Eingang gefunden Ja, also Tauch einsetzen Das ist der Neroville Wir sind da Juhu Da 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 Alter, die Musik ist sowas von cool Aber sie ist gleich aus Weil ich jetzt im scheiß Pokémon Center bin Ach ja, ich singe so gerne Pokémon Musik Dann kann man gleich den Orden machen Mal schauen Jawohl, wir können gleich unseren Orden machen Das ging aber schnell Sehr, sehr schön Also, Lombiro ist zur Stelle Los geht's Nein, ist zu Scheiße Okay Geh mal hier lang Das Böde ist ein Szenarioville Man muss hier immer Surfer einsetzen Wer bist du denn wohl? Dies ist die Uhrzeithöhle Die Geister der Pokémon Zur Ruhe gebettet Am Pyroberg erwachen Hier zum Leben Sagt man Bitte verlasse diesen Ort Ey, fick dich! Du 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 die 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 um an es wäre bei einem in dem Raum ist so krio ist das ja auch neben uns ist das war wahrscheinlich auch nicht sehen schade Das ist echt scheiße, man Ich hätte mir eine bessere Rom nehmen sollen Ich hätte mir eine bessere Rom nehmen sollen Jawohl Hi, wie heißt du? Ja, ich heiße Punkt, Punkt, genau Schön, Bertha Nenn mich, äh, nenn mich Punkt, Punkt, genau, es gibt mir meine scheiß Beere Die du mir schuldest Was, du gehst nur noch eine Okay Danke Tschüss, Schlampe Im nächsten Teil erkunden wir die Suchen wir nach Team Aqua Aber zuerst machen wir diese Niete fertig Ich halte nicht viel von Nieten Epsa, aber Wer stört hier? Dieses Karpador hat mir meine Rede gestört Und ich hatte Level 13 So, also wie gesagt, im nächsten Teil erkunden Suchen wir nach Team Aqua Und nach dem Nach dem U-Boot, das sie gestohlen haben Ja Ich geh jetzt nochmal in Position Okay Bis zum nächsten Teil So, jetzt suchen wir Team Aqua Diese Schweine haben das U-Boot gestohlen Jetzt müssen wir sie suchen Und sie anzeigen Und töten und so'n Scheiß Und umbringen Und aber, hab ich's eh schon gesagt Und hinrichten Und Messer in ihre Kehlen reinstecken Aber zuerst müssen wir die Höhle suchen Fick dich Vingul Oder Vingal Oder wie manche Leute das auch sagen Ja, wir müssen hier lang Nein, hier müssen wir nicht lang Nein, hier müssen wir nicht lang Okay Aber hier müssen wir lang Nein, ich will nicht tauchen Genau aus dem Grund Ehrlich, ich sollte nicht so viel Speed-Taste machen Sonst verwickelt sich das in ein Speed-Legs-Play Wie bei der Roten Und das wird dann scheiße Ja, genau, hier ist die Uhrzeit-Höhle Ey, Quatsch, warum sag ich Uhrzeit-Höhle Unter-Wasser-Höhle heißt sie Ding, 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 ding Ding, ding Jetzt können wir nur blind sein Ich bin blind Ich sehe die Höhle nicht Ah, hier ist sie Was sehen wir hier? Ein unsichtbares Boot-Mobil Tiefsee-Forschungs-Boot Steht auf der Außenhöhle Das ist das U-Boot, das Team Aqua in Grafittport City gestohlen hat Team Aqua muss hier also an Land gegangen sein Ah, da ist das unsichtbare Boot-Mobil Wir sehen's Tiefsee-Höhle Hier ist Team Aqua Speichern wir erst einmal Und wir gehen in die Höhle rein Okay, hier ist noch alles friedlich Und ohne Nebel Der das Der alles in Eine Unsichtbarkeit verwickelt Wie die Frau im Sex-Auflockern in Diamant und Pearl Ist es hier Unendlich Aber was soll's Noch ist es kein Nebel Noch Wir haben ein Golbat Level 34 Gutes Pokémon Können wir super trainieren Aber warum Ähm Ach, vergiss es Ich will nicht trainieren Weiter geht's Hier haben wir einen Team Aqua Wichser Und hier haben wir einen Wichser-Zubat Wir können hier keine Kinder gebrauchen Geh nach Hause Sofort Nimm mich nicht, Kind Okay, fick dir jetzt in den Arsch Team Aqua Aber ich will mit deinem Scheiß-Film führen Ich hasse mich, wenn man mich Kind nennt Du Wichser Fick dich, friss einfach So, krepier Krepier Jetzt haben sie endlich mal ein scheides Level, die Gegner Wahrscheinlich werden wir ein paar Sachen jetzt übersprungen haben Die Trainer zum Beispiel in der Wasserroute Friss Nicht Knirscher Nicht friss Lombrero Friss Carnivana Zack Stirb Ach Mensch Ja, es wird geheilt Ah, kreide Schrei Friss Absorber Bam Ja Friss Stirb Friss Sand Und tot Ich will nach Hause zu meiner Mami Verpüß dich Und mich Kind nennen Jetzt habe ich wahrscheinlich gleich Vorhin den Smike Pusat Sorry Dafür Dieses U-Bot ist Ist sehr eng Ich habe überall blaue Flecken Ja, er war gestern eng gleich ist der Nacht Das ist gestern eng Hast gestern mit vielen Männern getrieben, was? Deswegen hast du jetzt einen Carnivana Die beißen so schön Timmer wechseln, Timmer wechseln Ähm Er setzt Knirscher ein Äh Ja, Volltreffer Äh Verteidigung sinkt Ja, alles klar Äh, Absorber One-Hit-Kill wahrscheinlich Na, nicht ganz, aber Er heilt sich wieder Sehr schön Sag mal Hast du Hunger oder was? Oder warum musst du doch ein Knirscher ein? Hat dir deinen Trainer nicht zum Fressen gegeben? Deswegen musst du dich am Pokémon verzehren Barbarisch Der hat da barische Pokémon Flirn verursacht bei mir Muskelkarte Und dein Pokémon verhungert Dieser Trainer ist scheiße Oh, ich muss einen Trank einsetzen Wo ist mein Trank? Wie gesagt, wo ist mein Trank? Ich hab einen, aber ich find ihn nicht Ah, da ist er Ein super Trank Jawohl Und nochmal gleich Weil wir eh loswerden müssen Wie ich schon tausendmal sage Oder sagte Oder Was weiß ich Was für ein Kasus das ist Oder Genus Oder Nummerus Ich weiß auch nicht Obwohl ich einen deutschen Eins hab Ja, gut Und das war's Wer bist du? Woher kommst du? Ich komm von oben Siehst du es nicht? Spaß dir Und ein Fischchen Gleiches Level Beide Level 38 Oder? Ne, 36 Okay, meine Augen Werden langsam scheiße Ich glaube Ich glaube Ich brauche eine Brille Nein Und sehe ich aus wie ein Spaß Die nicht so ungutliebe Billenträger Aber Ich mag keine Brille Und One-Hit-Kill Ja Kannibana Wiede dieses Kannibale-Pokémon Das Knirsche einsetzt Weil es so viel Hunger hat Ne Ja, ja Jetzt sinkt Meine Defense So kriegt man Energie Nicht durch Knirsche Sondern durch Absorben Nicht Knirschen Absorben Lernst du nichts dazu? So kriegt man Leben Verloren Ja, schön für dich Oder für mich Gehen wir mal da rein Gut Dies Ort kommt mir nicht bekannt vor Hier war man noch nicht Jetzt setzen wir uns egal Das wieder ein Mit Zertrümmer Ja, wir hätten es in anderen Fesen Auch gleich noch vor Das wäre sogar schneller gewesen Was soll's Okay Fickt euch hier zu Ich hab keinen Ehr für euch Das ist voll die Cheetah-Hülle Gehen wir mal hier noch lang Hier war man noch nicht Sieht zwar kompliziert aus Ist es aber nicht Was passiert? Wenn wir hier lang gehen Oh mein Gott Gehen wir wieder zurück Ah Spiel mir hier Portal oder Pokémon Überall diese Teleporter-Hüllen Ist doch völlig unlogisch Wenn jemand es umlogiert Schreibt es einen Kommentar Ah Da ist ein Zertrümmerer Felsen Okay Ah So, hier geht's lang Ah Diese Hölle mag ich nicht Die ist so verwinkelt Ja genau so geht's Okay Es taucht kein Pokémon auf Das ist sehr gut Hier kann man noch nicht hin Ich glaube da kann man überhaupt nicht hin Oder vielleicht auch so Durch eine Portal oder so Dann zack Und zack Oh Gott Die Hölle ist echt verwirrend Bis zum nächsten Teil Leute Ja wir sind hier immer noch in der Tiefsäule Und suchen nach Team Aqua Wobei wir sie schon gefunden haben Wir brauchen nur noch den Boss Und dann müssen wir Eine Knarre Da müssen wir unsere Knarre nehmen Und ihnen einen Kopfschluss verpassen Genau Wir spielen hier jetzt Ja ich spiele Splinter Cell In Pokémon Art Auftrag Töten Sie Adrian Ach scheiße Ah doch ist sogar richtig Ach die Schlampe schon wieder Die kennen wir ja Wie bist du uns ohne U-Boot gefolgt Was für ein bemerkenswertes Kind Aber das berechtigt sich nicht hierher herumzuschnüffeln Jetzt kann ich dir die Sache vom Klimainstitut Heinz sagen Ich gebe dir eine Lektion in Sachen Schmerz Pass gut auf Dann zeig mir mal was Schmerz ist Was ist Schmerz Okay ein Tor mit dem Toheido Jetzt habe ich schon den Sound mit Ach gemacht Weil ich mich gestreckt habe Das ist Toheido Spezielle Verteidigung Singt's Ja ja Einfach erstmal unsere Lombrero Und zapfen uns ein bisschen Energie ab Wie von einer Abs Ah ne Jetzt habe ich schon wieder scheiße gelabert Wie von einer Wie von einer Tanksäule Nein Nein Wir sind hier unter der Erde 20.000 Meter Okay ich übertreibe Sag mal mal 10 Meter unter der Erde Und auf einmal Setzt der Antoine ein Und killt mein Lombrero Was soll ich tun Ganz einfach Ich setze einen Magneton an Nö Setz dich mal 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 Funken sprung Warum habe ich Magneton Eine Donnerballe gebracht Bin ich blöd oder was Ich war zu geizig McDonalds zu kaufen So was Muss ich noch machen So Nein Nein Bitte nicht Greif an 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 Jawoll Ich liebe dich Magneton Obwohl du Weder männlich Noch weiblich bist Übent Genau Achso Das drückt Immer noch Den EP-Teiler Scheiße Okay, dann linke ich mir den EP-Teiler vom Poké-Slave Garados und gebe ihn gleich Kamerubt Alter, das nervt Ständig muss ich da nach unten Surfen wollte ich sagen, speichern meine ich Jawohl, das wurde gespeichert, sehr schön Und jetzt wird's wieder Ja, ihr wisst schon Es wird wieder Erst in der nächsten Öle Wie geht's jetzt nochmal? Ach ja, genau, so ging das irgendwie Wäre ich mich nicht irre Also dann so erst mal Dann so, dann so, dann so Dann so, dann so, dann so, dann so Nein, ohne Pokémon, hab ich gesagt Wie gesagt, dann so, dann so Und ab in die Unsichtbarkeit Nein, nicht nach, äh, nicht zurück Ab in die Unsichtbarkeit Ich hab ein Pokéball, das ist Erdbeben Erdbeben Wir haben Erdbeben gefunden Okay Wem bringen wir's bei? Die Bilder Erdbeben Hier haben wir Erdbeben Musli Beldra Ja, Sumpex Ja, genau, Sumpex ist besser Wobei, kann Sumpex nicht Erdbeben Ach, ich bring's erstmal nicht bei Ich schau später nach Vielleicht kann Sumpex Erdbeben durch Alleine lernen Vielleicht aber auch nicht Das wird jetzt super Das wird jetzt fett ein Fail, glaub ich Ja, in diesem Raum ist Kyogre Aber ihr seht's nicht Wegen dem scheiß Nebel, den Die Pokémon Company dort hingesetzt hat Damit's nichts für Raumspieler ist Wie ich einer bin Ja Aber ich weiss den Weg ein bisschen Und da ist Kyogre Kyogre Bleib sofort stehen Haha Du wartest also die ganze Zeit Schau nur Schau nur Schau wie schön die schlaffende Gestalt des antiken Pokémon Kyogre ist Ich habe es lange auf die Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet Es überrascht mich Wie du es geschafft hast Mir zu folgen Aber es ist nur alles eine Nebensache Damit meine Trommel wahr werden Musst du leider Verschwinden Oh, mir ist gerade eine Flasche runtergefallen Sorry Leute Magnaium Ja Nicht das Jetzt verlieren wir nicht nochmal Denn wir haben eine Libelder Fliegen Ach, hoch in die Lüfte Was, so wenig Oh mein Gott Habe ich eine Kampfattacke aufgelagert? Nein, ich glaube nicht Ach, warum setze ich Feuer denn ein? Ach, warum setzt du Angeberei ein? Ich glaube kaum, dass wir verdienen Weil wir haben 10 Supertränke Zagong Bäm Ja, super Ein Supertrank Sehr scheiße Zu geistig für einen Hypertrank, ne? Jawohl, Paralyse Danke Feuer Und down Jetzt sind es nur noch zwei nervige Pokémon Oh, X-Bart Die Weiterentwicklung von Goldbart Habe ich selber in meinem Team In Silver Auf Level 80 Hat eine Initiativwert von 300 Allerdings kann man es keinen Flügelschlag So wie seins Sondern fliegen Egal Steinnagel ist sehr effektiv Zieht aber trotzdem sehr wenig ab Aufgrund des Levelvorteils Glaube ich einmal Wie aus weiß ich Man, ich habe kaum meine Stimme So laut ist es jetzt bei mir Wisst ihr das? Ich werde es auch mal sogar Im ersten und Im ersten und dritten Stock Über und unter mir Naja, was soll's Ach, Nachmacher Okay Die Taktik hat er von mir gelernt Sie habe ich ihm gerade beigebracht, ne? Nein Alter Bäm, Bäm, Bäm Nein Nein Das habe ich glaube ich Beim ersten Kampf auch gesagt Und da ist glaube ich Nicht sehr viel draus geworden, ne? Mit diesem Nein Aber der Gegner, der ist schon Der ist schon Gegner für mich Nein Ach, gut Er hat überlebt Nein Ja Volltreffer, Volltreffer Ih Kein Volltreffer, aber egal Ist tot Jawohl Und so Heido Jetzt wechsle ich aber Scheiße Egal Jetzt hat die Magnete Ein Das wird's schon Schaffen Hier kommt sein Stärkste Er ist zu Heido Level 43 Donnerblitz Ja Fress Bäm Bäm One Hit Kill One Hit Kill One Hit Kill Voll Im Stärkst Dann Und es ist tot Äh, er ist tot Ich Ich habe wieder verloren So, jetzt mach ich leise Sonst beschweren sich die alle Über und unter mir Hahaha Ich empfehle mich Ich muss sagen Du bist wirklich sehr talentiert Aber ich habe Dieses hier in Besitz Mit der roten Kugel kann ich Kyogre Die Jogelkugel Beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten Und der Nebel ist weg Jetzt sehen wir alles Ist ja scheiße Und Kyogre Ist es in seiner Macht Aber es hat keinen Bock auf seine Macht Deswegen haut's ab Was Ich habe doch nichts gemacht Die roten Kugel, warum Wo ist Kyogre geblieben Hm Die Nachricht Für unsere Mitglieder Ja, was ist denn jetzt los Hm, es regt jetzt so heftig Gut Genau drauf habe ich gewartet Deshalb haben wir Kyogre erweckt Um Team Aquas Vision In der Erweiterung der Meere zu realisieren Was Es regnet stärker als wir vorausgesagt haben Wir sind in Gefahr Das kann nicht sein Das ist unmöglich Bleib wo du bist Ich behalte die Situation im Auge Erstmal bis zum nächsten Teil Leute Ciao So, wir kommen zurück Wir haben gerade jetzt Adrian besiegt Und ja, er quatscht uns voll Irgendetwas stimmt da draußen Nicht Die roten Kugel sollte Kyogre aufwecken Und ihn unter Kontrolle haben Hallo Das muss man auch merken Rote Kugel Auf einem blauen Pokémon Ergibt voll den Sinn, ne Aber warum Warum ist Kyogre verschwunden Warum Was hast du denn da Rauf Ey, was hast du denn da Rauf Äh, rauf Du hast Kyogre auferweckt Stimmt Was wird nur aus der Welt Wenn es bis in alle Ewigkeiten regnen wird Das Land wird untergehen Und im Meer verschwinden Was sagst du da Die roten Kugel sollte mir die Kontrolle über Kyogre verschaffen Das kann einfach nicht wahr sein Ich habe keine Zeit für Diskussionen Geh nach draußen Und zieh es dir selber an Sieht so aus als Was du Sieh ob das Was Steht da Sieh ob Sieh ob das Was du heraufbeschwunden hast Das ist was du wolltest Oh mein Gott Das ist so ein schwerer Satz Kevin Komm Du Äh, komm Du musst ebenfalls von hier verschwinden Oh, es regnet Was ist passiert Was für ein furchterregendes Szenario Habe ich Habe ich einen schrecklichen Fehler begangen Ich Ich wollte doch nur Begreifst du jetzt nur Adrian Begreifst du nun was für eine schreckliche Folgen Deines katastrophalen Traums Wir müssen uns beeilen Wir müssen etwas unternehmen Bevor die Situation völlig außer Kontrolle gerät Kevin Wir Team Aqua verfolgen Team Äh, wir Team Magma verfolgen Team Aqua Ah ja, okay Klingt logisch Schon lange, weil wir dies verhindern wollten Du warst uns eine Großhilfe Aber ich fürchte, das Schlimmste ist passiert Für ein Kind wie dich Ist die Sache viel zu weit gegangen Überlass die Sache uns und lauf weg Solange es noch geht Das ist ja unglaublich Ein super antikes Pokémon Seine Kraft ist unglaublich Es hat das Gleichgewicht der Natur verändert Oh mein Gott Trey ist hier Was geht hier vor? Das ist schrecklich Wenn das nicht aufhört Wird ganz Höhen Nein, die ganze Welt wird untergehen Zu viel Wasser hat die Welt nicht einmal Du Checker Diese riesige Regenweite kommt aus Richtung Sceneroville Was um Himmels willen geht dort vor? Es bleibt keine Zeit für Spekulationen In Sceneroville erfahren wir mehr Kevin, ich weiß nicht, was du vorhast Aber ich tue Ihnen nichts Unüberlegtes Okay, ich gehe nach Sceneroville Hier ebenfalls Ja, und jetzt regnet es hier überall Überall in diesem Gebiet hier Sogar hier in Flussburg regnet es Ja In Sceneroville Wahrscheinlich auch Nein, jetzt ist die schöne Musik weg Nein, die schöne Musik Ich hasse dich, Kyogre Okay, bla 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 Oh, ist okay, super Geh mal da lang Okay, in die Arena Wie gesagt, in die Arena können wir nicht rein So Geh mal da lang Oder ist das der richtige Weg? Ich habe das ewig nicht mehr gespielt Aber ich glaube schon, dass es hier lang geht Nein, hier geht es nicht lang Oh mein Gott Es regelt hier Die ganze Höhenregion wird überschwemmt Nein, was machen wir jetzt? Kevin, du bist auch hier Bei diesem schrecklichen Regen Oh ja Das kannst du verstehen, was mein Freund gerade sagt Äh, oh ja Kannst du verstehen, was mein Freund Ja, genau Mein Name ist Vasily Ich bin hier der Arena-Leiter Ich bin damit beauftragt, die Uhrzeit-Höhle zu schützen Diese Regenschauer werden durch eine Kraft in der Höhle verursacht Das, das ist die Blahe-Kugel Ich verstehe, folge mir Diese Regen Menschen und Pokémon brauchen was zum Leben Aber warum verursacht dieser Regen so viele Probleme? Immer mehrere Regenwolken werden sich über Xeneroville bilden Und sich über die ganze Höhenregion ausbreiten Ja, es ist der alte Sack, der weg Äh, weg, der uns nicht reinlassen darf Äh, der ja, reingelassen hat Die Uhrzeit-Höhle ist dort drüben Niemand in Xeneroville ist jetzt erlaubt, die Uhrzeit-Höhle zu betreten Aber du musst hineingehen Zusammen mit der Blauen-Hugel Du musst gehen, egal was dich im Inneren der Höhle erwartet Kevin, ich hätte nie vermutet, dass du die Blaue-Kugel bei dir hast Die wird nichts passieren Mit deinem Pokémon an deiner Seite schaffst du es Davon bin ich überzeugt Speichern wir erst einmal Ab in die Uhrzeit-Höhle Wir müssen Kyogre aufhalten Oder auch nicht Ja, jetzt ist es dunkel, aber der Weg ist trotzdem einfach Oh, ein Erdbeben So Nein Ein Zobirisk Nur fangen wir in der Saphir-Edition Und hier ist noch eine Leiter Ach, nö Das ist doch ein unfaires Handicap jetzt Nein Also, was soll das Wo geht's da lang Jetzt kann ich Obwohl, ich bin eh schon blind Aber jetzt bin ich noch blinder als ein Blinder Hier sehe ich nicht einmal die Treppe Hä? Okay, ich glaube, das nimmt die Spannung jetzt ein bisschen raus, ne Ah, jetzt ist er, hier ist es lang Dieses Verdammte nimmt die Spannung raus Alter Hoffentlich sind wir nicht wieder am Anfang Nein, das glaube ich nicht Weil am Anfang war kein Regen Ey, Quatsch, was labbe ich mit Regen? Kein Nebel, meine ich Hier ist ein Ball Das ist Kaskade Oh, es wird immer lauter Da ist Kyogre Ich speichere Ja, Kyogre Hallo, du antikes Pokémon Ich speichere jetzt alle zwei Sekunden Bis zum nächsten Teil, Leute Willkommen Die Blakule von Kevin beginnt plötzlich von innen zu leuchten So macht man das richtig Ich hätte Adrian mitnehmen sollen, er hätte das sehen können Und es geht los, Kampf gegen Kyogre Level 45 Absorber Oha Oha Nein Wechseln, wechseln Ich brauche Magneton Anders schaffe ich es nicht Zurück, Lombero Magneton Nein Eichstrahl Donnerblitz Boah, ging daneben Das Glück gehabt Gut, wir haben es gleich Gut, wir haben es gleich Funke im Sprung Gamm Gut, jetzt kann man es fangen Nehmen wir einen Hyperball Bäh Hyperball Bäh Nein Liebe Älter, los Ab in den Kampf Ja, jetzt kann man nur Hyperball schmeißen Nein Nein Vierfache Stärke Okay, Leute Ich merke Kyogre macht uns fertig Es bleibt doch nichts anderes übrig Wir müssen es versiegen Kamerobt Wir müssen Kyogre aufhalten Kamerobt, beende die Sie fahrt mit Erdbeben Nein Mach es fertig Erdbeben Jawohl Kyogre wurde offensichtlich Wieder im Schlaf versetzt Ja, gehen wir wieder raus Wobei, wir haben ein Fluchtseil eigentlich Haben wir ein Fluchtseil? Ja, ich glaube schon Jawohl, wir haben ein Können wir jetzt Flucht sein? Hier sind wir wieder Wir haben Kyogre aufgehalten, Leute Hallo Wo sind die Dankesreden? Dankesreden Hallo, ich bin ein Held Hallo Undankbares Volk Du bist undankbar Hallo, wo sind meine Fans? Oh Mann Irgendwie fühle ich mich jetzt wie ein Angeschissener Ich habe Kyogre besiegt und niemand dankt mir Ich schwöre ich f*** Ne, ich sag's wissen nicht Willkommen im Pokémons End Wir werden den Pokémons wieder fit Wir benötigen deine Pokémon Ja, ja Natürlich, setze ich Surfer ein Okay, im nächsten Fall gehen wir in die Arena Servus Leute Wir sind hier jetzt in Xeneroville Und müssen jetzt den Arena Halter Vasily machen Moment, ich muss jetzt mal meinen Mic noch zurecht tun Weil das ist ein bisschen verkrampft Okay So, passt Okay, ähm Reden wir erstmal mit Troy Kevin Dir verdanken wir alles Der Himmel über Xeneroville ist wieder normal Der verdankt dir auch Vasily Und genau dieser Vasily erwartet dich dort drinnen Er ist stark Auf dem Weg sollt Auf dem Weg Auf dem du dich befindest Solltest du keine Probleme haben, ihn zu besiegen Gib dein Bestes Und er haut ab Er hat Angst vor uns Deswegen haut er ständig ab Er fliegt ständig mit seinem scheiß Panzer heron Ähm, ähm, ja Also ich möchte heute die Saphir Edition Dui spielen Ja Ich glaube wir haben sie sogar schon kalt Aber was sollst Doppelt hält besser Vielleicht sollten wir uns der Pokémon erst noch trainieren Mal schauen, wenn wir verlieren, dann werde ich sie trainieren Und... Oh ja Und das Tränen Tränen ihren Hals rausschneiden Weil das möchtet ihr bestimmt nicht sehen Wie ich da überall Ja, kämpfe Ach, fuck Okay, jetzt fliegt man runter Und ja Wie ist der Zufall Wir sind da unten sehr viele Horden von Trainern Moment, ich mach mal lauter Geht das hier? Ich schau mal nach Lauter, lauter, lauter Achso, das ist Ding Hi Äh Nicht mehr Nee, geht, Leute Nicht, geht nicht lauter Sorry, Leute Aber ich glaube Das müsst ihr schon hören können Dadadadada Dadadadadas Absorber Sehr effektiv Achso So wenig Das erinnert mich an Kyogre Nein NIEIN! Okay, wechseln wir! Nomreo ist aber schwach! Zauberwasser! Tja! Magneton! Ja, ich glaub ich muss trainieren! Weil die haben alle schon über meinen Durchstütz-Level die Gegner-Pokémon. DONNERBLITZ! BAM! Ah, ich mach noch lauter! Du kämpfst aber auf einem hohen Niveau! Jetzt müssen wir wieder raus, aber ja, die Trainer sind hier überall! Die Art wie Vassili kämpft, dieser wunderbare Anblick! Blablabla, irgend so'n Fan! Erinnert mich an Justin Bieber-Fans! Lady Natascha! Goal King! Level 41! Ja! Probieren wir wieder Surfer! Hoffentlich zieht's jetzt diesmal mehr ab! Furienschlag! Trifft nur zweimal zum Glück! Hoffentlich zieht's viel ab! Näääh! Ich glaub Lombreros Spezialangriff ist nicht hoch! Ich weiß jetzt übrigens, was ein Spezialangriff ist! Spezialangriff ist die Attacke, die den Gegner schaden, ohne dass die beiden sich berühren! Und alle Absorber, die die Gegner sich nicht berühren! Es ist eine Spezialattacke! Dummerweise hat's... Na gut! Sowas hat sogar sehr viel Spezialangriff mehr als normalen Angriff! Aber warum zieht's so wenig ab? Wahrscheinlich, weil's sich nicht entwickelt hat! Oh nein! Now I must switch my Pokémon! Or it will be die! Oder sowas! Ja, Magneton kommt wieder ran! Also hier in der Wasser-Arena wird man Magneton auch reinsetzen! Das ist kein Kaskade! Sowas! Donnerblitz! Bam bam! Zzzzzzz! Psch 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 psch! Das war's mit dir! Natascha ist tot! Da 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 da! Ich werde dir beibringen, dass Kämpfe kein Zuckerschlecken sind! Wann zeig's mir? Einen Ast-Trainer! Nee, Schönheit! Okay! Oh Gott! Schwach! Da kann man ruhig Absorber einsetzen, obwohl Lombrero geschwächt ist! Nein! 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 Ja, gut! Hat überlebt! Oh mein Gott! Entweder ist Lombrero weak oder weak! Oder einfach nur schwach! Okay, das heißt ich mal abwechslungsrecht! Mal Zoompex ein! Äh! Lehmschuss! Bodycheck! Könnt man auch einsetzen! Aber das würde unserem Zoompex nur schaden! Oh Gott! Das war grad das erste! Und da hat man schon ein paar Probleme! Ja, okay! Das Lombrero hatte Probleme! Bodycheck! Ja! Das ist der Rückstoß! Na komm! Weißnebel! Das dauert so lange, bis die Attacken fertig gemacht ist! Äh! Lehmschuss! Weißnebel schützt nur vor Statusveränderungen! Aber Lombrero hat keiner dieser Attacken, die den Gegner Statusveränderungen geben! Und Level 41! Das ist der EP-Teiler! Das sagt jeder, dass ich stark bin! Da bist du keine Ausnahme! Ich zeige dir die Supplementen-Techniken, die ich von Ariad Vassili gelernt habe! Was ist das für ein Wort? SUBLITEN! Das habe ich noch nie gehört! Libiskus! Nein! Ich hasse dieses Pokémon! Okay, jetzt brauchen wir ein weibliches, weil sonst setzt ein... Nein, ich habe kein weibliches! Wie beschwungelt bin ich denn? Magneton! Magneton! Magneton hat kein... Geschlecht! Haha! So, Donnerblitz! Nein! Verwirr! Ja! Fick dich, Liebeskuss! Ich hasse dich! Du siehst so hässlich aus! So, Donnerblitz! Verzieh dich! Friss Donnerblitz und lass mich in Ruhe! Ja! Ja! Genau! Stirb! Bitte verzeih mir, Vassili! Oh mein Gott! Wieder so ein Justin Bieber-Fan! Ich habe das Rauch! Ja! Man muss noch so sein Ganzen! Ich habe das Trä Lazarus-Gruhr bekommen! So! Das ist wie in ihren weg, auch aus all den好的 niemanden! Ah ja, das ist die einzige Edition, wo sich das Poké-Send anders anhört. Ja, fällt mir grad auf. Und rein geht's da in die Arena. Hält es rein, sich. Ding! Doo-d짜-d짜-d짜-datch-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜-d짜. Ah scheiße, wie geht das nochmal? Ich glaube, das habe ich schon falsch gemacht. Ja, ich glaube auch. Wobei die Trainer müssen wir eh machen. Anmutig über das Eis zu gleiten, ohne die Glielen zu berühren. Ein Trainer, der das beherrscht, wirkt auch in anderen Dingen. Äh, äh... Ich kann da nur prüfen. ja kann im honor ja okay unser london ist wieder geheilt und die entweiter geht naja irgendwie ich weiß nicht irgendwie nervt mich diese attacke aber auch gleichzeitig nicht weil er wird den angriffswert die man jetzt deutlich sehen können aber wenn sich sehr verletzt ist es auch viel dämmen und jetzt sinkt unsere verteidigung das ist jetzt unschön aber das ist schön so du bist tot kann die war nach gegen kann ich war das kommt man immer an nach kurz vorm level ab to heido oh nein das kann man nur noch angreifen nicht selbst verletzt ach genau das habe ich befürchtet schaut sich wie das abzieht naja ist aber der kreideschreie und die angriffserhöhung was dazu geführt hat jetzt wechsle ich auch keine scheu ey du greif mich an oh god ich greif mich an du hast mich besiegt oh god ich habe mich fertig gemacht oh seine haut ist vielleicht scharf nehm ihn ab loberio kriegt nehm ihn ab hey was hast du mit meinem freund da getan ich bin ein walmer ich greif dich an oh das tat weh ey komm zu dir mein freund ich habe ihn fertig gemacht ey was hast du mit meinem pokémon gemacht entschuldige dich äh mich oder so jetzt habe ich gerade rein pusselt sorry leute safen wir noch ok bis zum nächsten part bei let's play zaphir ups egal so servus bei let's play zaphir schauen wir anfangs erst einmal nach wann lombrero ähm die attacke hydropumpe erlernt dazu gehen wir erstmal in pokémon wiki hinein da habe ich gerade eine schaltleiste aufgemacht da habe ich mal nachgeschaut wie despotar so ist hm es spinnt gerade der emulator ein bisschen bei mir äh quatsch der die hypercam mit dem ich das ganze zeug aufnehme moment jetzt tippe ich es gerade ein ach ich zeig es euch gleich was soll der scheiß so hier ist die seite tippe ich mal ein ähm lombrero so hier sehen wir das pokémon antwort von kensuki mori entwicklung mit einem wasserstein sie ist einmal das dritte generation ist das spiel also er lernt hitopumpe ziemlich spät mit level 49 mit level 43 auf wurde es ist eigentlich nicht schlecht kann ja das war's schauen wir noch ob die entwicklung hydropumpe lernen kann wenn ja entwickle ich es sofort ja hier sieht man den unterschied die entwicklung lernt keine attacken mehr außer durch den attacken verlerne äh er lerne ok jetzt zippen wir mal ein wir wollten noch nachschauen ob zumpecs erdbeben erlernen kann durch level up schauen wir jetzt auch noch gleich an jawoll mit level 52 lernt zumpecs erdbeben und mit level 61 notsituation also von daher können wir jetzt libeldraher beibringen schauen wir noch schnell nach ob libeldraher erdbeben kann ja und wie ihr sehen könnt kann libeldraher kein erdbeben kann höchstens nur hyperstrahl sandsturm kreideschrei nur noch erlernen wobei kreideschrei schon über dem level ist also nur sandsturm und hyperstrahl kann es nur noch erlernen von daher bringen wir libeldraher jetzt mal erdbeben bei also gut ja schön schön für dich fahrt die so und das welche themen war es noch mit obwohl die werden eher alle angezeigt also erdbeben libeldraher welcher tag jetzt soll vergessen werden ähm sandgrad braucht man nicht libeldraher hat sandgrad vergessen und libeldraher lernt erdbeben und weiter du bist auf du bis den ganzen lägel her gekommen aber bist du was sie benötigst du nicht vor wenn du gegen mich verlieren wirst ja die liga werden wir mit 60er pokémon machen das wird ein aufwand mit der trainiererei aber mit 60 ist das ziemlich sicher die zu machen meine liga haben so fünfund 55 der schimp und wir kriegen kappe wollen wir hat das mehr abgezogen als vorhin kann sein dass weimar eine schwache defense hat und das vorherige hatte eine heftige die fans ja jetzt können wir unsere lombo wieder auffrischen sehr schön nach das ist nicht sehr schön ich sagte ja vergisst es können sie sich ausweisen aus deutschland okay bis auf ruhe berichtsverletzung wirst du was fickt euch so war immer wie gute verletzung habe ich schon zwei ermahnungen auf youtube genau die falsche attacke genau die richtige attacke weiß man es wird es hier hat es hat merkt ihr den unterschied dieses war immer kann sein dass verwirrung vielleicht die den angriff schwächt keine ahnung ich glaube ich schaue später auch noch nach auch kaum nervt mich nicht mit deinem aqua-schelle ich kann gut rum machen Boah, das tat weh. Ich muss sterben. Hey, ich hab verloren. Du bist stark. Ich habe mich durch dein unschöniges Aussehen täuschen lassen. Und weiter geht's. Wenn ich mit meinem Pokémon zusammen bin, vergeht die Zeit so schnell, dass ich nicht einmal Ups sagen kann. So. Ah, ich hab hier drei Weimars um mich herum. Was, Azurin? Ich bin ein Azurin. Ich bin so süß. Jawohl, ein normaler Pokémon. Ich greife dich an mit Eichstrahl. Ah, das tut weh. Warum hast du das getan? Ich fick dich mit Blubber. Ah. Das hat sowas von gar nichts weh. Es greife dich mit Eichstrahl noch mal an. Ah, was soll das? Das ist vielleicht kalt. Ich peitsche dich mit meiner Rute. Alter, das ist volles perverse Pokémon. Und jetzt fasse ich eine Beere, weil ich so cool bin. Ja, Surfer kann man einsetzen. Ah, das tut weh. Ah, Vollstreffer. Oh, füg dich. So. Hey, du. Was hast du mit deinem kleinen Bruder gemacht? Ich habe ihn gesurft. Was? Du hast ihn gesurft? Was soll das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Gerade krall ich mir jetzt ein bisschen Energie von dir. Alter, ich hasse dich. Friss weiter. Oh, das tut weh. Das wird dir voll noch viel mehr weh tun, wenn ich nochmal angreife. Ich halte mich mal von deiner Energie. So, mein Gott. Fügt weiter. Oh, das tut echt mehr weh. Habe ich doch gesagt. Und weil ich es so weh tat, fresse ich noch eine Beere. Genau wie mein kleiner Bruder. So. Oh, ich halte dich nochmal mit Armfarbe an. Autsch. Was soll das? Es greifte mein Bruder an und jetzt müssen wir mich anfressen, Meerwalzer. Willst du mich killen, oder was? Ich nehm mir nochmal Energie von dir. Oh nein, ich fühle mich schwach. Ich hab nur noch ein paar Kapi. Nochmal mein Saar. Oh, das tut weh. Oh, ich bin fast down. Volltreffer. Leg dich nicht mit mir an. Ich greif dich an. Oh, du hast mich fertig gemacht. Fick dich. Fick du dich. So. Ich bin ein altes Tipp, Bruder. Was hast du mit meinen zwei kleinen Brüdern gemacht? Ich hab sie. Ich hab sie fertig gemacht. Das seh ich. Und jetzt greif ich dich an. Du Arschloch. Was soll das? Weißt du was? Hör dich einfach mit Blubstrahl ins Knie. Oh, Alter. Was soll das? Ich bin so süchtig nach Energie. Oh, ich bin so süchtig nach Energie. Ich friss Walzer. Oh, ich bin fast tot, aber ich greif trotzdem weiter an, weil ich so blöd bin. So, und noch ein paar K.P. Weißt du was? Noch mit Walzer. Das sind wir, mein Bruder. Oh, ich bin tot. So was. Was hat sich denn jetzt ein Mangel getan? Hallo. Du hast mein Bruder getötet. Nein, Quatsch. Ich hab keinen Bruder. Was laber ich denn da? Ich greif dich an. Mit Donnerblitz. Alter, was soll das? So, ich hab den Feind ausgelöscht. Ups. Okay, das war ein Pokémon-Kampf von der feinsten Art. Ich trainiere meine Pokémon zusammen mit was ich bin nicht leicht zu nehmen. Lombrero, komm her. Ey, was? Das ist ja nicht meins. So ein Scheiß. Ich hab ja ein eigenes. Aber scheiß drauf. Es ist ja eh kaputt. Jetzt greif ich mit Lombrero mit Fliegen an. Weil Lombrero ein Pflanzentyp ist. One-Hit-Kill, One-Hit-Kill, Enemy-Down. So, ich trainiere jetzt meine Pokémon. Und im nächsten Teil sehen wir uns mit starken Pokémon vor Vasili. Servus, Leute. So, jetzt, es wird Zeit. Vasili! Ich bin der Räder, Vasili von Xenerville. Irgendetwas fällt mir an dir auf. Da ist etwas, das dein Auftreten. Ich bedenke, ich spüre etwas in dir. Dass das war in der Uhrzeithöhle, passierte. Und was du getan hast, das werde ich im Kampf mit dir lesen können. Ich gebe mir die Gelegenheit dazu. Zeig mir, wie gut du deine Pokémon in Kampf führst. Und als Gegenleistung zeige ich dir eine Illusion für im Wasser. Tageboten von mir und meinen Pokémon. Letzter Orden, wir holen dich. Vasili! Ja, okay, ich habe alle meine Pokémon trainiert. Und Magneto hat Triplette gelernt. Ich zeige euch mal das, was ich gemacht habe. Also, Magneto hat Triplette gelernt. Ja. Lumbre hat auch vorgelernt und ist auf Level 45. Kamerut hat Eruption gelernt. Jawoll! Sumpex hat Lehmbrühe erlernt. Und Libelle hat nichts Neues, hat immer noch Level 45. Okay, das war's von Trainieren. Also, das, was ich jetzt gemacht habe. Greifen wir erstmal dieses Libiskus an. Anziehung kann es nicht einsetzen, weil Magneto weder männlich noch weiblich ist. Und Roboter verlieben sich anscheinend nicht. Ist ja auch logisch, ne? Oh, Welser ist heftig. Ist ein Boden- und Wasser-Pokémon. Ich habe mir still überlegt, ob ich es ins Team reintue. Habe ich aber doch nicht gemacht, weil... ...die Beldra besser ist. Also, ich habe mir überlegt, ob ich das reintun soll. Naja, also... So gut ist es. Hat viel EKP. Sieht man ja. Und kann erdbeben. Er setzt Regentanz ein. Er will seine Wassertacken stärken. Absorber! Welser ist... Habe ich vorhin Weimar, glaube ich, gesagt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe vorhin Weimar statt Welser gesagt. Was soll's? Ja, jetzt holt er seinen Trank ein. Ich wundere, dass es kein One-Hit-Kill ist. Weil Absorber ist vielmal so effektiv. Ja, wer ist halt viel EKP, das ist die erste Grunde. Und Bero hat nicht so einen besonders hohen Angriff. Hat aber 45. Merkwürdig. Egal. Auf jeden Fall... Ja, jetzt versucht er es herauszuzögern mit Amnesie. Das bringt eben aber nichts mehr. Ja, jetzt rückt es immer noch. Irgendwann hört der Regen ja auch auf. Das müsste es gewesen sein. Ja, Volltreffer. Kann sein, dass es ohne Volltreffer vielleicht überlebt hat. Oder hätte. Und, ey, ich tue mal die Maus weg. Was war das? Ich konnte es gerade nicht lesen, weil ich so schnell war. Das wird man schon sehen. Nein. Eis-Pokémon. Nein. Wasser. Habe ich mir auch überlebt, ob ich es ins Team rein tue. Ja, das ist eine Eis-Attacke. Aura-Strahl. Scheiße. Ich wollte Magnetan Donner beibringen, aber jetzt habe ich es immer noch nicht getan. Nach dem Kampf mache ich es sofort. Und sein Vorletztes ist ein Gold King. Auch kein großer Gegner für Magneton. One-Hit-Kirsche wieder. Und jetzt kommt sein stärkstes Milotick. Das kennen wir aus der Route mit diesen vielen Pokémon-Rangern. Ziemlich stark hatte ich mal im Team. Selten zu bekommen. Ja, ja. Wenn ihr genaue Informationen wollt, dann schaut diesen Part an. Aqua-Welle. Ja, das müsste es gewesen sein. Wir können in die Liga. Wir können in die Liga. Erste Liga. FCA. Jetzt erkenne ich, welch ein großartiger Pokémon-Trainer vor mir steht. Er hat mir viel Freude gemacht, dich und deinen Pokémon kennengelernt zu haben. Du verdienst zurecht den Schauer-Orden. Bitte nimm ihn an. Und Kohle haben wir bekommen. Das war... Das ist unser letzter Orden. Jetzt können wir Kaskade einsetzen. Und das ist Aqua-Welle, was wir bekommen. Genaue Informationen erklärt er uns jetzt. Diese TMA enthält Aquelle. Damit kann man gegnerische Pokémon mit Ultraschaden verwirren. Ja. Und wir fallen da immer rein. Boom. Zzzz. Zzzz. Und raus. Ach, ja. Erst kommen wir in die Liga. Aber zuerst holen wir uns einen Kitz-Wurm. Dazu müssen wir in die Meteor-Auffälle. Erstmal bringen wir Garados Kaskade bei. Mit der schönen Musik von Cineiro will im Hintergrund. Ja, die einzige, die wir noch vergessen können, ist Tackle. Also von daher müssen wir Tackle vergessen. Was auch unwillig ist, da wir Garados ihn nicht einsetzen würden. Und safen wir nochmal. Okay. Jetzt fliegt mir zur Meteor-Auffälle. Dazu müssen wir nach dem Lauf-Wechsel-Feld. Willkommen im Pokémon-Center. Wir sind ja Pokémon-O-Mann-Sivile-Fitz. Jetzt genießen wir mal die schöne Wanderung. Rote 114. Ich habe mir gemerkt, ich sollte ein bisschen weniger singen, weil ich singe sauerhaft. Das fällt mir gerade auf. Oder ist mir beim Display von mir anschauen aufgefallen, dass ich sehr, sehr oft singe. Ja. Deswegen werde ich mal versuchen, nicht mehr so oft zu singen. Wobei, es eigentlich nicht meine Schuld ist, weil ich singe sehr gerne. Warum setze ich zu den Zielschuss ein? Weil ich mich vertippt habe. Bringt es eigentlich kaum, aber vielleicht geht es zum Level-Up. Mal looken. Jawohl, Level-Up. Jetzt habe ich Level-Up gesagt, sowas. Oh, ich muss, ich will so gerne singen. Singen. Muss dagegen ankämpfen. Ich brauche. 40 Dollar. Ist da ein Item? Das wir noch nicht cool haben. Nö. So. Dann ist hier noch mal dieser Hitz-Kopf oder was das auch für eine ist. Hier haben wir zwei Wanderer, eine rechts und eine links vor uns. und zack, wir sind drin. Jetzt müssen wir... Ja, okay. Das sollte jetzt nichts sein. Ja, hier ist der Wasserfall. Dann zeigt ich euch gleich, was Kaskade alles kann. Also, Kaskade, zeig mir, was du kannst. Das ist Kaskade, man kann Wasserfälle erklimmen. Und bis zum nächsten Teil, dann suchen wir ein Kid Wurm für unser letztes Pokémon. Ja, komm, wir suchen unser letztes Pokémon, das wir ins Team aufnehmen. Es ist Kid Wurm. Ja, Gold Buds. Darauf kann ich verzichten. Hier geht's noch lang. Jawohl, ein Item. TM 23. Fällt mir gerade nicht ein, was das sein könnte. Ich glaube mal, das ist Verhöhner oder so. Reine Vermutung. Es ist Eisenschweif. Okay. Ziemlich gut, Herr Tackle. Ist aber ziemlich ungenau. Gehen wir mal dort lang. Hier ist eine Treppe. Zwei Trainer. Kämpfer gegen die... Wir sind seit 50 Jahren glücklich verheiratet. Das Band, das uns verbindet, kann niemand durchtrennen. Es ist altes Paar gut, dass ich es jetzt wechsele. Setze ich Eistrah auf Hariyama ein. Ah, Gigastoß oder so ähnlich, oder Powerpunch heißt die Attacke genauer. Gut, dass ich Hariyama angegriffen habe. Tja, wo war das Magneton? ist es nicht mehr da? Ich habe meinen Fokus verloren und kann nicht angreifen. Gut, fliegen auf. Das Militär ist schon eine Bedrohung, weil es Turm kick kann. Und... Surfer. Mist. Nummer 1 und Nummer 2. Hey, trifft es einfach die Beta gar nicht. Weiß nicht. Naja, er setzt noch mit Powerpunch ein. Zack. Sehr effektiv, müssten One-Hit-Kill sein. Jawohl, Volltreffer sogar. So was. Surfer trifft die Beta gar nicht. In der Weißen ist es ganz anders. Naja, soll mir recht sein. Kein Plan, warum ich Knirscher einsetze. Ist aber auch egal. Es sengst du in die Spezialverteilung. Und Lombe rückhielt ihn. Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Brauch. Erfahrungspunkte. Und weiter nach oben. Das ist dein Drachentrainer. Dort trainieren wir Drachenbesitzer. Auch den Champ-Corp machen wir vorbei. Verstehst du nun, dass es ein besonderer Ort ist? Es ist ein Drachenmeister oder Profi mit einem Altaria. Kennen wir aus der Arena von Baumhausen City. Setzen wir mal Triplette ein. Triplette hat eine besondere Fähigkeit. Kann entweder verbrennen, paralysieren oder einfrieren. als Statusveränderung. Und in dem Fall brennt sie jetzt. Das hat man auch noch gesehen, dass Magneton ein Altaria verbrennen kann. Und noch mal. Feuer. Blitz. Eis. Ich mag die Attacke. Gibt's seit der ersten Generation die Attacke. Und das Feuer brennt ihn. Und noch mal. Zum Abschluss. Feuer. Blitz. Eis. Und Tod. Blut. Jawoll. Was? Der hat noch eins. Okay, das ist eine Besonderheit. Zwei Altarias. Egal, das freut mich ein bisschen. Das kann ich Triplette noch mal einsetzen. Hehehe. Feuer. Blitz. Eis. Statusveränderung? Keine. Und noch mal. Feuer. Blitz. Eis. Keine Statusveränderung. Ah. Habe ich im Gefühl gehabt, dass es paralysiert wird. Ah. Jetzt macht's keinen Spaß mehr. Ja, er versucht mir vor Statusveränderung zu schützen. Nicht sehr effektiv. Was macht Altaria da? Jetzt regt's mich auf. Ich sollte die Speed-Taste nicht so oft einsetzen. Das ist eine Angewohnheit geworden, weil ich das gerade so mit Speeds-Geschwindigkeit trainiert hab. Und noch mal. Feuer. Blitz. Eis. Und Kill. Ich hätte nicht gedacht, dass du so stark bist. Das alte Superman. Gaylord. Ich hab vergessen, wie's rangeht. Ich belang' nicht mehr in der Dachmühle. Ich glaub' hier geht's lang. Naja, okay. Alle Wege führen nach oben. Luna Stein. Ich hab' keinen Bock zu kämpfen. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, verstehe. Da geht's lang. Ich, wie gesagt, ich hab' keinen Bock zu kämpfen. I'm peaceful. I'm peaceful, sagte ich. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Am Anfang. Ich muss es ein bisschen schneller machen, weil wir nicht bis so viel Zeit haben. Hier ist immer lang gelatscht. Genau. Ich sag' dir genau. Kein Luna Stein. Da-da-da. Da-da-da. Da-da-da-da. Jawoll, wir sind auf dem richtigen Wege. Mist, ich hab' kein Fluchtsal mehr. Was soll's. Jawoll, da ist die Höhle. Hier kann man Kidwurms fangen. In dieser Höhle. Das ist die einzige Höhle im Spiel, wo man Kidwurms fangen kann. Und da ist ein Item. Das müsste Drachenklaue sein. Können wir vielleicht die Beldra beibringen? Ich weiß es noch nicht so richtig. Weil Kidwurm kann... Ob Kidwurm Drachenklaue kann, weiß ich auch nicht. So von allein. ...gegen Level her. Suchen wir nach Kidwurm. Suchen wir nach Kidwurm. Es ist ein... ...Luna Stein. Suchen wir nach Kidwurm. Es ist ein Golbert. Suchen wir nach Kidwurm. Suchen wir nach Kidwurm. Es ist ein Golbert. Suchen wir nach Kidwurm. Es ist ein Luna Stein. Ich sag' dir Luna... ...Stein. Jawoll, da ist ein Kidwurm. Jetzt müssen wir uns nur noch einfangen. Ohne es zu killen. Ich glaub, da setzt sich Garados ein. Weil Garados hat das passende Level. Ja, bis zum nächsten Teil von Saphir Edition. Servus. Ja, wir fangen jetzt das Kidwurm. Ja, Kopfstoß. Oh Gott, nur Falle im Attacken. Ähm, Stärke. Wopsala! Da bist du wohl ausgerutscht, Kidwurm. Gut, wenn es kein Volltreffer ist, können wir es gut fangen. Wenn wir noch genug Bälle haben. Ich glaub' nicht, dass wir genug Bälle haben. Weil ich hab' keine eingekauft. Maluken. Ja, dachte ich mir. Äh, Superball. Ja, nein! Alter! Alter! Noch mal. Ja. 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 Es ist zwar weiblich, aber was soll's. Unser Team ist nicht mehr schwul. Kidwurm regt einen unerfüll... ...hegt einen unerfüllenden Traum. Er möchte einmal hoch über die Wolken fliegen, um seinen Frust über die Flugunfähigkeit zu vertreiben. ...heben rammt es seinen harten Kopf gegen riesige Felsen und macht Kiesel aus ihnen. Jetzt haben wir unser Kidwurm, unser letztes Pokémon. Und wir verlassen es, die Höhle. Aber gehen wir jetzt erst mal zur Pokémon-Liga. Dann traine ich meinen Kidwurm auf Level 45, entwickle es wahrscheinlich zu Draschel. Das werde ich dann reinschneiden. Und, ähm... ...dann machen wir ganz normal weiter. Hat sich grad angehört, wie ein Soundfehler bei mir. Was soll's. Nein, ach komm. Wo ist denn der Ausgang nochmal? Ja, ja, alter Scheiße. Ich find den Ausgang nichts. Nein. Na komm schon, wo ist der Ausgang? Ah ja, hier geht's lang. Jawohl, da ist der Ausgang. Ich hasse Golbert. Hab ich das euch schon mal gesagt? Ich glaub nicht. Ja, den Tacher hasse ich auch. Golbert hasse ich aber auch. Wenn ich die Höhlen erforsche, gibt's zum Glück in der weißen Edition nicht. Das ist ein Vorteil. Dafür gibt's aber... ...statt Golbert gibt's da, ähm... ...Sedimentur und... ...Flecknois. Wir waren noch gar nicht im Floßboden, aber was soll's, das zeig ich euch in meinem Special, weil in dieser Stadt muss man eigentlich nicht hin. Willkommen im Pokémon Center, wenn deine Pokémon machen sie wieder fit. Ach, Mist, was mach ich da jetzt? Obwohl, wir haben ja Taucher. Garadus kann ja Taucher. Ach ja, ich sollte nicht so viel singen, genau. So, und jetzt tauchen wir wieder auf. Den Tacher, der wird 20. Was ich sehr hasse. So, hier geht's zur Pokémon-Liga. Hier geht's zur Pokémon-Liga. Oh, da ist ein Schwimmer, den lassen wir mal. Weil ich hasse es, gegen Schwimmer zu kämpfen. Und gegen Angler. Weil die mir noch gleiche Pokémon einsetzen. Hier geht's nicht lang. Ich glaub, wir müssen weiter runter. Hier in der Gegend kann man Weil-Lots fangen. Mit einer super Angel. Ach, Vorsicht, Vorsicht. Sehr gut. Gut ausgerichen, Kevin. Gut ausgerichen. Dafür gibt's einen Knochen. Wir sind in Prachtpole-City. Die letzte Stadt, wo wir hin müssen, um Pokémon-Meister zu werden. Und wir benutzen Kaskade im Wasserfall hochzukommen. Jetzt holen wir unser Kid-Worm und ich trainiere es und dann... Ja. Dann sehen wir uns mit dem Draschel wieder in die Siegestrahle. Muss ich bloß aufpassen, dass ich gegen keine Trainer kämpfe. Hier ist unser Kid-Worm. Das nehm ich gleich mit. Und Garados weg. Für die Siegestrahle braucht man Garados, aber da können wir ein anderes Pokémon mitnehmen. Ey, ablegen mein ich. Das können wir noch machen in den letzten paar Minuten. Let's Play-Aufnahme. Genau, wir können unserem Magneton endlich die Donner-Attacke beibringen. Machen wir das schnell. Also, Donner findet man hier im Einkaufszentrum. Verkaufst du Donner? Ich suche Donner. Nein, nein, wir kaufen keinen Donner. Oh. Verkaufst du Donner? Nein, wir verkaufen keinen Donner. Oh. Verkaufst du Donner? Nein, wir verkaufen keinen Donner. Oh. Verkaufst du Donner? Nein, wir verkaufen keinen Donner. Oh. verkaufst du so ich glaube nicht so fragt man die noten verkaufst du doch ja wir verkaufen kein dollar aber fragt man meine kollegen kollegen neben mir wird sind lesbisch was 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 verkaufst du donner ja wir verkaufen donner aber für einen bucherpreis von 5500 viel spaß ihr lesben donner 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 bringen wir unseren magneton bei und vergessen eine andere donna attacke ich hatte vergessen wir den donnerblitz möchte jetzt verlieren weil donnerblitz genau besser ist er ist donner weil donner so ungenau ist donnerblitz ein zweiter ersatz für donner deswegen soll es mal statt donner nicht donnerblitz vergessen sondern funken sprung dass damit die gegner richtig fett gedonnert wird werden wird werden vergessen funken sprung genauer man geht da funken sprung vergessen und dann nicht an der land donner aber noch eine attacke die man beibringen können wenn wir schon hier sind die attacken passen eigentlich bis auf aufruhr kann man ob ich mag die attacke feuer flammen flammen sturm nicht irgendwie doch heißt feuersturm heißt die glaube ich ich glaube das passt schon den können wir hitze kohler beibringen wobei kann ich schon eine starke wie eruption also da braucht kein noch keine zweite starke mehr sonst endet es wie man turn up du in das so silver mit level 91 kannst du attacken lowe kanone eruption erdbeben und stern schaue aber egal wir sehen uns dann im nächsten teil wenn sich mein kiltworm zu draschel entwickelt bis zum nächsten teil servus lotte so ich trainiere die pokémon ist doch nicht damit noch eingefallen ist dass wir durch die siegelstraße müssen haha ja so schnell kann können wir uns doch nicht vorbereiten auf die liga da muss ich euch enttäuschen erst machen wir die siegelstraße ich glaube wir haben alle pokémon wir haben hier nun gar das kann ja alles was wir für ihn brauchen oder haben wir es dabei nehmen wir uns nicht dabei ist daher ich wollte mein kit vor mehr ding das kann ich ja nebenzu während ich liga bin machen ich habe ihren ep teile wo ist der ep teile ich suche ihn aber da ist er nehmen ja genau wenn ich schon hier bin kann ich gleich meine items lagen die ich nicht brauche nicht nehmen ablegen ok was brauche ich denn nicht die sonderbombs brauchen wir später den nein protein brauchen wir donnerstein weg platz stein weg lachs drauf weg seeloch weg pudersand weg nuggets das verkaufen wir alles später wenn wir kohle brauchen ap plus weg das machen wir wenn das wenn wir eine attacken können die wir ganz sicher behalten und sternstaub müssen wir auch verkaufen ok jetzt holen wir uns den ep teile so und geben ihnen unseren drachen ja genau ist noch speichern ok ob in die siegelstraße sie betreten die siegelstraße ich mache lauter damit ihr was hört dann 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 und ein pokémon kampf ich kämpfe jetzt gegen die pokémon weil wir unser flummel trainieren müssen äh quatsch was richtig ist flummel damit wir unser kriswurm trainieren können und noch mal triplette sink feuer blitz eis stampfer wo schreckt nicht zurück oder ja glück kappt feuer blitz eis bomb cool und level up wenn ich glück hab dass immer noch weit entfernt dann 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 da 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 haiyama ooooh! Kann für Kampf werden? Oder es ist K-K-K-K... Pffs! Pffs! Kann für Kampf werden? Keine Ahnung! Bauchtummeln, Kanz! Dachte ich mir, dass das jetzt einsetzt... Erhöht den Angriff maximal! Halbiert aber seine KP! Und jetzt trefft er Chaos! GIÄHUUUH-BÄÄM! loud 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 machen wir erstmal diese Ebene hier wie gesagt Machen wir erstmal diese Ebene hier aber zuerst müssen wir dieses Krakelo platt machen Domöarken-Blitz bzzz BÄM! Ok, wohn, erhält schön einen KP! Duh, 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 da, duh, du, an! Duh, 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 Stolrak, was soll das? Wir können... Äh ich weiß nicht, ob wir Daunerpitz einsetzen können. Ja, wo können wir? Stolrak ist ja kein Boden. Und Level Up, Level 47 Vielleicht muss ich die Pokémon gar nicht zonieren Ja doch, muss ich schon, ich muss sie bis zu 60 bringen Ich bin nicht hergekommen, um zu verlieren, diese Option existiert nicht Da 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 Astrainer Poplo ersetzt ein Voltenzo ein Level 3 und fühlt sich, ich hab ein Magneton Meins kann es geblätter, ha 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 Feuerblitz und Eis Keine Statusveränderung, aber okay Ja, keine Ahnung, warum er Funkensprung einsetzt Wahrscheinlich weil es seine beste Attacke ist hier gegen meinen Magneton einsetzen kann Obwohl sie eine Elektroattacke ist Das heißt, er kann nur Elektroattacke Deswegen sollten wir vielleicht den Boden einsetzen Aber das nutzt sich nicht mehr Ich meine, schaut euch die Leben an Äh Egal, das war grad ein Fail Okay, jetzt wechseln wir Nimm mal einen Boden-Pokémon Kamerupt Tja, jetzt geht der Funkensprung nicht mehr, was? Erdbeben Ach, kann doch eine andere Attacke Außer ne Donnerattacke Er hat mich gelingt Toppelt sogar Erst sag ich, er hat fast kein Leben mehr Es lohnt sich nicht Und dann benutzt er einen Hypertrank Und dann haben wir auch noch nichts gehabt Schleimok Entwicklung aus Slimer Ein Gift-Pokémon, ja Ja, aber Nutzlos gegen meinen Kamerupt Du bist tot Jawohl Mein Gott, wann kriegt Level Äh, Kitwurm ein Level ab? So ein hässlicher Wurm Na super Ich krieg die Krise Noch ein Krakelo Donner Schauen, ob's trifft Sehr schön Ja, One-Hit-Kill Endlich Jetzt haben wir einen Draschle Krakelo Äh, Kitwurm entwickelt sich Darf ich's vorstellen, meine Leute Einen Draschle Dann, dann Oh nein, ein Pokémon Kampf nochmal Golbats Ja, ich hasse es Da, 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 da So Ich werde jetzt die Pokémon-Kämpfe kürzen Mit der Speed-Taste Da geht's hoch Nach rechts Ich glaub, da waren wir vorhin schon Aber Da wollte ich jetzt hingehen Da, da Ja, da Ja, genau so ist es sicher besser für euch Und für mich Ja, ups, das sollte ich nicht machen Das war ein Top-Elixier Für die Leute, die es nicht so schnell lesen konnten Für das Trieblätter Jawohl, eingefroren Aber das ist scheiß drauf Ähm, ja Geben mal Makuhita, das lohnt sich eigentlich nicht Nein, ah, das sollte ich nicht machen Jetzt gehen wir mal raus und teilen unsere Pokémon auf die Schnelle Okay, gehen wir mal raus und teilen unsere Pokémon auf die Schnelle Okay, geh mal wieder rein So Down with Golbat Äh, Golbat is down oder so Wie man's auch sagt Jawohl, eingefroren Aber Ne, das hat paralysiert, glaub ich Diesmal war ich Ach, den haben wir ja schon Ich höre jetzt bloß einmal dieses Frieren Und dann denke ich, der ist eingefroren Okay, wir haben jetzt, glaub ich, hier alle Ich sollte nicht so starke Attacke einsetzen Was mach ich hier? Äh, jetzt hat der Wirbelwind eingesetzt Da, 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 da Yo, bis zum nächsten Part Bei Let's Play Pokémon Saphir Oder bla, bla, bla Welcome back to Saphir Edition Und wie ich sie Äh, Makuhita, Hariyama Hä? Hat mir ein Item gelingt? Ich hoffe nicht Ne, ich glaub, Magneton hat keins tragen Da, da, da Und da haben wir noch einen Oh, ein Flurmel Ist ja niedlich Diese unendliche, raue Straße Wird ihrem Namen Sieg gerecht Da, 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 da Alter, ich soll nicht so viel singen Ja, die Musik ja eh schlecht Ich mach mal lauter Triplette Fire Thunder Ice Magneton hat doch keine Nase Die Attacke ist völlig unlogisch Fire Thunder Ice Volltreffer Critical Hit Dein Kampfstil ist fantastisch Ja Scheiße Es ist dunkel So dunkel wie Adolf Hitlers Mutter Äh Äh Mh Dann 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 Da 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 Mal gucken Ne 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 Nein Ja Okay Leute Ich muss mal schnell raus aus der Höhle Ich schnallte es einfach zusammen Wie du Ja Okay Ich hab mir jetzt ein Ja ich hab mir jetzt keckle und es geholt und es blitzball gebracht Setzen wir es mal ein Ach ja und ich hab gar das auch nie vergessen mitzunehmen Das hab ich auch gleich mitgenommen Gott sprach es wäre die Licht doch Jesus fand den Schalter nicht Ha 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 Nehme Lombrero mal in der erste Stelle weil hier gibt es viele Gesteins Pokémon Ich bin ein Geräus Aufruhr Warum setze ich aufruhen bin ich blöd Jawohl ich bin blöd Ja ich bin sehr blöd Schau übertrank aber ja Alter ich sollte nicht so viel vorspulen sonst wird es hier zu einem Speed Let's Play Eistrahl 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 Ein Trainer EIN TRAINER Der Gedanke dass ich den Pokémon-Lyckor immer näher komme Ich bekomme ein Hushornbefieber Astrainer Ein Astrainericat Dodri Ein Flug-Pokémon Rechtentwicklung von Dodri Es wird gewöchse ich Ich nehme jetzt mal Spontan Äh Die Bilder Scheiße, jetzt habe ich nur drei Pokémon, mit denen ich kämpfen kann Und Raschel zählt nur als halbes Weil das ist nicht besonders stark Ja, dann drei sind es Alle Poké Slaves Und die anderen zwei in dem Fall Finische Feuer, Blitz, Eis Diesmal war es kein Spaß zuzuschauen Zack Keine Statusveränderung So ist flippig aus, ja Gut Ich wollte gerade ausflippen Hab es mir aber noch verkniffen Okay, noch ein Hyperheiler Äh, Trank Das war was anderes So ist einer so Triplette, verdammt So Jetzt zeig ich dir, was mein Liebbelter kann Dachte ich mir, dass du nochmal Triplette einsetzt Wie einfallslos Hast du Pech jetzt Vorher schon fliegende einsetzen sollen Egal Stolrak Warte, Liebbelter kann ja Erdbeben Ja, das ist noch draußen Erstmal die Erdbeben-Attacke von Liebbelter ein Ach, so Scheiß Schutzschild, ey Level 46 Aber Kadabra Hier ist ein Kadabra Simsalabim Eigentlich müsste es noch ein Pokémon namens Bim geben So, nochmal Knirscher Und das Kadabra ist tot Richard ist tot T-O-T Wir gehen heute noch runter Nach rechts Nach unten Und ein Pokémon Kampf Mit Lombrio kämpfen Nicht zu gern gegen Kampf Hier geht's Warum habe ich wieder Speed angemacht? So, als dass ich meine Taste von Äh, das darf ich mein Ding voll Äh, Quatsch Jetzt lasse ich meinen Finger von der Speed-Taste So, als richtig, genau Michaila Surfer Der perfekte Gegner für Lombriero Gut, hat überlebt Jawoll 33 Und Volona Das hat man auch noch nicht gesehen Das ist die Vorentwicklung von Äh, die Weiteentwicklung von Vulpix Okay, noch ein Hypertrank Ja, ja, ja Dacht ihr mir, dass der irgendwas Schnelles einsetzt Die nerven mich, die Trainer Ausrastung Nummer 2 Alter Kommst du nur vor Oder verkache dich grad voll Du bist besser als ich Danke, ich weiß Das sagen viele Und hier ist Wasser Hier ist doch irgendwo ein Wasserfall Damit kann man irgendwie abkürzen Oder so Habe ich in Erinnerung Ein riesiger Wasserfall Ja, ja, ja Gerhard, du hast jetzt deine Kaskade ein Und hier ist noch einer Ich habe mit meiner Familie trainiert Mit jedem einzelnen Mitglied Ich verliere gegen niemanden Ach, das ist der Typ von den Siegers Wahrscheinlich Da, wo ich meinen ersten Ausraste habe Irgendwie provozieren mich alle Siegers Der heißt Paul Und wir sehen uns zum nächsten Teil, Leute Bei Saphir-Edition Und wir sind mal wieder In der Siegerstraße Ach Ich hasse es Okay, wechsel zu Zu Kamerub Wer war's Steinhagel Nein Weh, wenn Steinhagel nicht trifft Ich bin eh schon scheiße gelaunt So, das war's Noch ein Kadabra Das hatten wir vorhin schon Okay, Libell da Und Knirscher Genau Was hat ihr überlebt? Was ist der Psyche-Knie-Sein? Was, meine Bilder ist fast tot? Was ist jetzt ein Top-Genesung ein? Oh, Leute Diese Hülle provoziert mich voll Okay, noch ein Top-Genesung Oder Hyper-Trank Oder was weiß ich Wie das heißt Die Attacke bringt ihm zum Glück nichts Nämlich mal was Gutes So, friss Knirscher, du Arsch Tod So, verrückende Hölle Er hat noch eins Nein, er hat noch zwei Nein Dann bringt die Seer-Attacke doch was Okay, Erdbeben One is killed Jetzt kommt wahrscheinlich die Seer-Attacke Jetzt kommen wahrscheinlich die Seer-Attacke Kommt ein Tango-List Die Weiterentwicklung von Blanas Jawohl Dachte ich mir, dass es jetzt kommt Zieht wahrscheinlich sehr viel ab Ah, doch So, jetzt sitzt irgendwelche Attacke ein Die es abwehrt Wachstum Er hat seinen Spezialangriff Hat überlebt Wem wundert's Was bringt es Ich raffe es irgendwie nicht Wahrscheinlich Ist Ja Das wusste ich eh schon Dass der CPO-Attacken zufällig regeneriert Bei Trainerkämpfen Aber bei starken Trainern Haben die schon Taktiken Das Dumme ist, dass sie ihre Taktiken zu ernst nehmen Und das war gerade so eine So Ein Hyperheiler Bringt mir voll was Und zwar, weil ich jetzt mein Ding heilen kann Ja, toll Ich hab ein Feuerheiler Ah, super Trinke hab ich ja noch Das ist ja cool Äh, cool Ich wollte schon das Wort mit GEIL sagen Aber das würde dann zensiert Durchschnittlich Tippmann bei Starkroft das Wort GEIL ein Dann Ja, dann wird es zensiert Keine Ahnung warum Ist doch ein ganz normales Wort Okay Das werden vielleicht Im Pornos Das wird vielleicht Im Pornos Aufgesagtes Wort Aber Ja Deswegen muss man Das noch nicht zensieren Unnötig Naja Ich zog Eh kein Starkroft mehr Okay Ich mach jetzt nur noch Die 5 Let's Plays Und dann schau ich mal Was hier mit Starkroft noch Anfangen lässt Ah ja Eingefroren K-k-k-kalt Vielleicht wird es doch Viel Kälte für dich Golbert So Bieres Das Pokémon Ohne eine Schwäche Hier haben wir noch eine Wie gesagt Hier haben wir noch eine Du musst doch langsam mal müde werden Das bin ich Das bin ich Das kannst du mir ruhig glauben Caroline Oder Caroline Ne Caroline Ey du Ich zieh mal meine Leinen Karos Eine Caroline Ich hab keine Ahnung Was ich einsetzen soll Außer Surfer Flunkkiffer ist ein Stahl Pokémon Ja das sieht man hier auch An der Tocke Eisenabwehr Ich nenne es immer Flunkkiffer Also Flunkkiffer Heilt sich mit Top Genesung Oder Träne des Flunkkiffer Heilt das Flunkkiffer Das sieht aus Als hätte ich das gekifft Deswegen Ich nenne es Flunkkiffer Hey Flunkkiffer ist down So Flunkkiffer Verpiss dich Und das Pokémon Ohne Schwäche Zobiris Letzten wir es auf einen Ich spuck dich mal Früher habe ich mal Spuckball gesagt Jetzt nenne ich Spuckball Tod Kurz vor dem Level ab Mein Nombrero Golbert schon wieder Ach machen wir es auch zum Level ab Egal Ich habe keine Speedtaste Sorry Leute für die Speedtaste Noch ein Astrainer Hier gibt es nur Astrainer Mit einem Kleck Kleon Genau Echt witzig Na mal die Drachen Taktik Autsch Das ist weh Das ist sehr effektiv was Paralysiert Paralysiert Kannst du nicht angreifen Jetzt kann er angreifen So du Schwein Friss Feuer oder Stürb Ich hasse dich Scheiß Siegelstraße Ein Rihorn Moment Mike Zurecht Tun Okay Wie soll es denn so nah am Mund Sonst hört man down so Genau Rihorn Ist ein Gestein Pokémon aus der ersten Generation Entwickelt sich Vollentwicklung zu Rihorn Abonnent In dieser Edition Ist tot Tentoxa Ja Gift Pokémon Können wir auch mit Libelle da klein kriegen Kill Das ist die weite Entwägung Von dem Tentacher Dieser Diese kleine Kröte ist echt stark Ich bin keine Kröte Okay Und nicht klein Ja Ich hasse dich Wo geht es denn da jetzt lang Geh mal mal da lang You found A A Medizialis Das ist ein Kampf um Psycho Hä Anscheinend gehst du wieder runter oder Ja Okay Da kommen wir her Wir schauen mir vielleicht später an Wenn ich so trainiere Oh man Wie lang ist denn die Hülle noch Und da geht es ja doch nicht lang Tm29 Juhu Ich freu mich Was ist denn das überhaupt Tm29 Tm29 Ist Psychokinese Die wird man brauchen Wahrscheinlich Aber kann eins Und der Pokémon Psychokinese Noch nicht Ja ich surfe Ich surfe auf meinem Lombrero Hä? Wo geht es denn da jetzt weiter? Was geht ab? Wo geht es hier weiter? Doch da geht es doch weiter oder wie? Nein du kannst ja nicht weitergehen Weil hier eine Sackasse ist Wie lustig Oh man Hä? Geht die da runter? Ne da kommen wir wahrscheinlich wieder zum Anfang hin So viel Glück So viel Glück wir haben Wo geht es ja doch weiter? Hä? Ach da kannst du immer wieder hier Familie schon? Äh Schwer zu sagen Ich weiß es nicht Ich bin jetzt auf der Siegestraße Da Weiß ich den Verlauf nicht Ja hier kommen wir her Ja genau Da kommen wir zum Anfang Alter So Ich weiß ich wollte die Pokémon eigentlich besiegen Aber jetzt habe ich keine Lust mehr drauf Aufs gut Deutsch gesagt Geht es nicht weiter Ich weiß es durch diese Höhle Vielleicht werde ich bekloppt wie der Gronkh Bei seinem Minecraft Let's Play Da wohl in diese Höhle Woher rumwandert So ist es bei mir jetzt auch Ja ja ich bin entkommen Schön für dich Müssen wir doch weiter runter oder wie? Also hier ist Hier ist immer schon ein bisschen Ne Ich finde den Weg nicht Geht es da runter? Ich weiß es gar nichts mehr Ist es so lang? Ja es sieht vielversprechend aus Hier war man noch nicht Genau hier ist es weiter Ich zertrümere den Felsen Mit meinem Gorgados Wie viel Zeit haben wir noch? Ich habe keine Ahnung Ich schaue immer auf meine Windows Uhr da unten rechts halt Ich glaube wir haben noch so 5 Minuten oder so Ja endlich Endlich Freiheit Das sieht von unheilig Freiheit Freiheit Ich will noch Ich will nicht leise sein Oh sehn Ich kenne das Lied nicht so richtig Oh nein Noch ein Spaß Ich habe es innerhalb kürzester Zeit bis hierher geschafft Aber das letzte Stück zieht sich wie Kaugummi Der letzte Weg ist nur 100 Meter weiter vor dir Und das zieht sich wie Kaugummi Hast du keine Fitness? Du Noctusse Weiter wie noch von Tuska Noctuska Er gibt auch dem voll den Sinn Er gibt auch voll den Sinn Immer wenn ich mache Heißt dass ich Scheiße labere Okay Das müsst ihr euch merken Ja er pflanzt seine Wurzeln Genau wie das sein Trainer Er setzte wahrscheinlich wieder einen Trank ein So sehr kenne ich die Trainer schon Jawohl Wem wundert Deswegen setze ich Fliegen nochmal ein Hat wieder survived Aber was soll es Das bringt ihm gar nichts mehr Stahl erscheint nur wenn man die Pokémon wechselt So jetzt setzen wir mal Feuerordem ein Wobei es eigentlich egal ist welcher Attacke ich einsetze So ist Feuerordem Da spare ich mir Menge ab Hier enden meine Träume Oh nein oh nein Noch ein scheiß Pokémon Da ist der Ausgang Da ist der Ausgang Juhu Nein Wer ist das Heiko Hallo Kevin Du bist bestimmt überrascht mich Überrascht mich hier zu sehen Ich habe es bis hier geschafft Und das verdanke ich dir Meine Niederlage gegen dich hat mich viel stärker gemacht Ich werde nie wieder verlieren Ich werde gewinnen für die Pokémon Die mir Mut und Kraft gegeben haben Okay jetzt komme ich Nein Kann ich nicht zuerst ins Fokusender gehen Bevor wir kämpfen Bitte Nein Wir werden so abkacken Das kann ich schon Vorhersagen Wir kacken ab Oh nein Schaut mal was der hat Ein Gebälderer Äh Quatsch Das habe ich Ein Altaria Oh Gott Leute Wenn ich gewinne Dann Keine Ahnung Dann bin ich gut Er sitzt ein Super-Trank ein Okay So ein armer Schlucker Feuer oder Du bist tot Level Up Level Up 47 Okay das war das erste Es fehlen nur noch 4 Und Rasche hat auch ein Level Up Jetzt kommt Roselia Das können wir auch noch klein kriegen Mit Fliegen Aber bei seinem letzten werden wir verkacken Da bin ich mir sicher Weil das kann so üble Kombis Okay Roselia ist tot Jetzt kommt sein Indokoro Der hat voll die schwulen Pokémon Fällt mir gerade auf Jetzt kommt mein Kamerobt ein Abwechslungsreich Eruption Wo bleibt die Eruptionsattacke Ich will kein Bodyguard Oder der Gegner Oder was auch weiß ich wer Nein Senkt man Angriff stark Scham Du geh Einfach mit deiner Power Geil One hit kill Und jetzt kommt sein stärkstes Ne nicht Magneton Noch eins kommt Also nach Magneton kommt sein stärkstes Erdbeben Wir kennen ja die Spähe von Magneton Daher muss ich euch nicht sagen Wie man das Magneton klein kriegen Vierfache Stärke Und one hit kill Jetzt kommt sein stärkstes Guadeveux Das war sein Trassler Es ist es noch schwuler geworden Eine Transe Ein männliches Guadeveux Eruption Bäm Bäm Na so wenig Oh Gott Nein Das gibt's nicht I can't believe it now Nochmal Und Bäm Bäm Oh Mann Uns geht die Zeit flöten Im wahrsten Sinne des Wortes Ne Was denke ich hier flöten Ach das soll's Erdbeben Erdbeben trifft Nein Oh Mann Das ist eine Kombi Erdbeben Okay gleich haben wir's Nein Kamerob des Todes Haben nur noch Unser Libelle Die anderen sind nutzlos Okay Drashe ist ein bisschen stark Aber das kann's nicht Gegen Guadeveux Aufnehmen Knirscher Ja Juhu Wir haben ihn besiegt Wir haben ihn besiegt Oh yeah Oh yeah Oh yeah Heiko ist tot Oh yeah Ich konnte dich heute nicht besiegen Aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen Ich freu mich Endlich Nach so vielen Mühseligen Stunden Pokémon Spielen sind wir endlich in der Poké Liga angekommen Und ich traine jetzt meine Pokémon Und im nächsten Teil Sehen wir uns vor der Top 4 Bis dann Leute Willkommen bei Let's Play Pokémon Saphir Ich war jetzt in meinem Schiffswrack Und hab den Wasserstein geholt Das werdet ihr dann auch im Special sehen Dies ich dann hochlade Jetzt zeig ich euch erstmal was ich alles gemacht hab In der Zwischenzeit Bevor ich die Wasserstein einsetze Also wir sind dann ganz fertig Es geht später noch weiter Ich trainiere sie bis 54 Hab ich beschlossen Weil 60 ist ein bisschen übertrieben Okay Zumpex hat Level 49 Die Attacken Surfer Bodycheck Nebenschuss Und Lehmbrühe Die Belta Immer noch beim Alten Level 49 Keine neuen Attacken Kamerub Level 48 Auch keine neuen Attacken Das gehört nicht in unser Team Ja und wir haben jetzt ein Brutal anderer Drasch hat sich entwickelt Hat Fliegen nach dem Level Level Äh nach der Entwicklung gelernt Und sonst keine neuen Attacken Und unser Lombriero hat das Hydro Pumpe erlernt Jetzt können wir es entwickeln Und das Magi 2 hat Level 45 Kann aber auch keine anderen Attacken Bis Ähm ja Und Lombriero entwickelt sich Ich stelle mein Headset kurz an den Lautsprecher Damit es hört Ja jetzt haben wir ein Kappaloris Und die Entwicklung vom Bootteil anderer konnte die Client aufzeichnen Da ich viel zu schnell trainiert habe Also hoffentlich Ist es nicht so schlimm Ja Und dann sage ich Bis zum nächsten Teil Oder ich mach das noch in dieser Aufnahme Oder was weiß ich Ich glaub das ich mach's In der nächsten Aufnahme geht's dann mit der Top 4 los Und Ey Quatsch In der nächsten geht's mit Vorbereitungen los Jetzt hab ich's Also in der nächsten Teil geht's mit der Vorbereitungen los Und bis demnächst Ciao So ich hab jetzt meine Pokémon alle auf Level 55 trainiert Die wir in der Pokéliga verwenden werden Und es haben auch ein paar neue Attacken gelernt Die zeig ich euch jetzt Also Die Belda hat 55 jetzt Keine neuen Attacken gelernt Zumpax hat Appbeben erlernt Hat Level 56 Das hat ein Level mehr Weil ich eine Art zu trainieren hab Da wo die Pokémon Mehr Level kriegen Also mehr EP kriegen Als sie eigentlich sollten dürften Äh Brutalander hat Nix Neues erlernt Kamerobt hat Geofissur gelernt Da schau ich später noch nach Wie Ob wir die mit Willensleser kombinieren können Ob Kamerobt Willensleser kann Weiß ich nicht Magnetor hat keine neue Attacke gelernt Lernt aber irgendwann mal Äh Donnerkanone oder so Glaub ich Und Kapalos 56 Hat keine neuen Attacken gelernt Jetzt bereiten wir uns erst einmal Auf die Liga vor Indem wir jetzt unsere Pokémon stärken Und Items kaufen So wie in der roten Edition Wer es nicht sehen will Wer es nicht sehen will Kann einfach Hier in den Link klicken Der müsste jetzt dran stehen Gut also Vielleicht Takke bringen wir unseren Pokémon bei Schauen wir mal Sonnen Tag Ob wir die vielleicht Kamerobt beibringen können Obwohl Kamerobt schon sehr gut Attacken kann Kamerobt bleibt so wie es ist Kamerobt kann Gute Attacken Unser Liebelder könnte vielleicht ein paar neue Attacken lernen Oder Schau mal Feuerodem ist ein bisschen schwach Bring mir mal Liebelder drachenklaue bei Okay Und wir vergessen Feuerodem Ist quasi ein Update Und drachenklaue hat eine hohe Folter für Quote Was bringen wir Okay Ich glaube die Weltrapp hat so weit Zumfax Bodycheck Ich glaube wir sollten Bodycheck vergessen Und Lehmbrühe Ja Lehmbrühe ist ein bisschen ungenau Und genauso stark wie Surfer Und das ist die Genauigkeit Senkt Genauigkeit Ist nicht besonders wichtig Deswegen vergesse ich jetzt Lehmbrühe und Bodycheck Die Frage ist welche Attacken bringen wir ihnen bei Mal schauen Felsgraben Nein Nein Gunpower Nein Braub Nein Blizzard können wir ihnen beibringen Müssen wir aber zuerst einkaufen Schaufler können wir ihnen auch beibringen Und Aquavelle Aquavelle können wir ihnen eigentlich beibringen Bringen wir mal Aquavelle bei Habe ich eh noch nie Einen meiner Pokémon beigebracht Mal schauen wie stark Aquavelle überhaupt ist 60 Kann aber verwirren Wobei wenn ich mit einer Wasserattacke angreife Dann setze ich Surfer meistens ein Also von daher wäre Aquavelle doch nichts Vielleicht doch eine Eisattacke Oder Regentanz Genau wir bringen Regentanz bei Vergessen wir Bodycheck Und die andere wird Blizzard Ja gehen wir gleich ins Einkaufszentrum Weil wir werden wahrscheinlich mehrere TM's dort einkaufen Und wir waren immer noch nicht im Fluss wohnen Episch Ab geht's ins Einkaufszentrum Och wir sind ja schon drin So was Ich glaub das war der dritte Stock Jawohl hier war's Das war diese Nutte hier Die Lesben sind wieder da Oder ich bin wieder hier bei den Lesben Also wir wollten Blizzard kaufen Das ist die hier Und Hyperstrahl kaufen auch noch Für Butalandra Ey Butalandra kann auch nicht so Perfekt attacken Ja 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 So ein Packs Ja 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 Lebenbrühe weg Ja jetzt kommt Butalandra dann Äh welcher Tag ist nutzlos Hm Kopfnuss Würde Butalandra Zidane heißen Wärts perfekt Könnt man jedes One Pokemon One hitten Ähm Aeroass bringen wir ihm noch bei Wobei wir setzen eh Fliegen ein Ach was soll's Aeroass So Weil es Fliegen zu ungenau wird So Glut weg Hitzekollern bringen wir ihm nicht bei Weil das ist ein bisschen Speziellattacken mäßig schlecht Okay Kapolores Absorber ist ein bisschen schwach Würde ich sagen Gibt's keine stärkere Kugelsaaten nähe Nie im Leben Also was attacken kannst Jetzt brauchen wir eine Pflanzenattacke Ähm Gigasauger Genau Müssen wir aber zuerst zum Pyroberg Da findet man es nämlich Okay Gehen wir zum Pyroberg Ich mach das noch ein bisschen schneller Damit ihr euch nicht langweilt Okay Hier finden wir Gigasauger Und Toxin Ah ja Bären Ich liebe Pflanzen Pokemon Hast du einige Pflanzen Pokemon? Oh Du magst Pflanzen Pokemon auch gerne Hab ich recht Das freut mich Ich schenke dir ein Zeichen unserer Freundschaft Entweder ist es Toxin Oder Solar Ne Quatsch Gigasauger Ich glaub das ist Gigasauger Solarstrah Weiß ich nicht Auf die schnell wo man es Äh Weiß ich es gerade nicht Auf die schnell wo man es findet Jawohl Gigasauger Und Kapolores kann es ja sehr schön Ups Vertippt Libertra kann Gigasauger So eine Mücke ey Und Absauer weg Jetzt brauchen wir noch eine Attacke für Magneton Weil Zielschuss ist nix Ähm Welche Attacke Welche Attacke bringen wir denn noch bei Vorhin hat Kontis Kreideschreie lernen Das hätte ich es vielleicht beibringen können Gehen wir mal zum Attackenverlerner Oder Erlerner Ne Attacken Erlerner Warum ist eigentlich da auch ein Verlerner? Der ist hier im Lob Wechselfeld Genau da müsste er drin sein Haben wir Neherzschuppe? Ich glaube schon Ja 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 Achso wir haben gar keine Erzschuppe Scheiße Wir haben keine Erzschuppe Wie schwul ist das? Hm Stoppt Gestein Attacken kann Initiative senken Ich glaube Kann Magneton Sandsturm? Ich glaube nicht Ach Schockwelle Genau Perfekt Schockwelle Warum sehe ich das erst jetzt? Zielschuss weg Schockwelle Falls der Gegner mit irgendwelchen Doppelteam Attacken Angreift oder so Okay nochmal schauen Die Attacken passen Die passen auch Die auch Bis auf Feuerohlimm Kann man aber nicht mehr Weiter verstärken Die sind auch gut Ja die auch Und ja Genau So stelle ich mir mein Team vor Gut dann speichern wir nochmal Das sage ich auch dauernd Wir speichern dann nochmal Und so Das sage ich auch oft Was soll's Und auf zur Liga Wir gehen nicht mehr zurück Wir bleiben jetzt in der Liga Bis wir Champion sind So Tschüss Natur Wir werden dich vermissen So Jetzt verlassen wir dieses Gebäude Nicht mehr bis wir Champion sind Jetzt kaufen wir uns So ein paar Items Und Tränke Hypertrank Kaufen wir uns davon mal Mann Wir haben ja viel Kohle Kaufen mal 50 davon Wobei das ein bisschen Übertrieben ist Aber was soll's Kann nicht schaden Und belebe Auch 50 Und mit dem Rest Kaufen wir uns Top Genesung Naja Kaufen wir zu viel 25 müssten reichen Gut Was haben wir in der Box Ja Ich tue jetzt Das ein bisschen Herauszögern Nicht wahr Ist auch gut so Damit Damit's ein bisschen Nervenkitzel langsam Wird ne Also bei mir Geht's schon Nervenkitzel los Ich bin schon Ein bisschen Auch ein bisschen Aufgelegt Wie vor dem Ersten WM Spiel Sonderbomb Man geht mit dem Immer unserem stärksten Sonderbomb Man sollte man Immer den stärksten Geben Deswegen Geh mal Jetzt zum Ja Ihr habt's Sehen Ihr habt Ich hab den Abysszahn genommen Wollte ich eigentlich Nicht zeigen Weil ich neutral Sein wollte Nicht dass Wenn ich jetzt Ein Abysszahn nehme Dann Das dann All den Abysszahn Nehme Nein Ihr könnt auch Die Platte Nehmen Das ist Eigentlich Egal Ich finde Beide Pokémon Gleich stark Protein Kann man nicht Einsetzen Das habe ich schon Gesehen Wundersaat Können wir Ding geben Zauberwasser Ja genau Zauberwasser Gebt mir Zoom Packs Okay Münz Amulett Nein Wir haben ja noch Ein Magnet Den können wir Magneton geben Ja Protein Funktioniert Nicht Will ich auch Jetzt Eigentlich Will ich Jetzt Will ich Auch ungern Jetzt Einsetzen Das ganze Zeug Liebe Älter Trinkt Die Teile Mal schauen Nehmen Sanft Glocke Seerauch Lachsrauch Können wir Mitnehmen Nugget AP Plus Abysszahn Ja wir haben Eigentlich Gar nicht Zu viele Trage Items Schatten Schatten Glas Können wir Mitnehmen Können wir Ja Ding Geben Die Wälder Lachsrauch Geben wir Kamerubts Nein warte Das ist keine Bodenattacken Deswegen können wir Noch eine Attacke Mitnehmen Die Boden Attacke Äh Ein item Mitnehmen Das Bodentacken Verstärkt Und das ist Pudersans Genau das geben wir Kamerubts Budersans Geben wir Kamerubts Tausch gegen Lachsrauch Und Lachsrauch geben Wir Haben wir echt Keinen Magnets Ich glaube wir haben Doch wir haben Auch Magnets Das wundert Mich ein bisschen Egal Geben wir Geben wir den Brutalander Und Schattenglas Geben wir Die Bälder Und den IP-Teiler Geben wir Magneton Wobei Geben wir Obwohl Ich wollte Schon Das Münz Amulet Geben Aber Das Bringt es Nicht Mehr Weil Wir Das Spiel Nicht Mehr So Lange Spielen Okay Sind alle Pokémon geheilt Ja Sind sie Aber Sicherheitshalber Mache ich es nochmal Speichern Okay Im nächsten Part Machen wir Die Top 4 Bis dann Herzlich willkommen Bei Let's Play Pokémon Saphir Wir machen Jetzt Die Elite Vor Machen wir Laute Damit Wer es Hört Okay Ab hier Haben nur Die Trainer Die Alle Orden Der Arena Erhalten Haben Zutritt Trainer Lass uns Sicherstellen Dass du Auch Alle Orden Hast Glaube An Dich Und Deine Pokémon Geh weiter Okay Wir Betreten Jetzt Die Pokémon Liga Da 바� Bad Bad Der Es ist Ulrich Der Setzt Psycho Pokémon Ein Ich Mach Deinen Herausforder Glück Ich Denke Das Wird Ein Guter Kampf Gut Das Sieht Gut Aus Der Sagt Auch Darin Gut Wie Ich Schön Dann Lass Uns Bide Eien Kampf Erleben Wie Man Nur Hier In Top 4 Erleben In der Pokémon Liege Erleben kann Ulrich, was ist Kevin? Zeig mir, was du kannst. Magnaien, 46. Erdbeben. Müssen Mordnetkill sein? Ah, doch nicht. Sandwirbel, er versucht, das herauszuzuzögern. Aber es bringt ihm nichts, wir wechseln bis dann. Das war Nummer 1. Es kommt Noctusca, da setzen wir Brutalander ein. Neville, 46. Auch nicht besonders stark im Vergleich zu unserem Pokémon. Fliegen. Aeroas haben wir jetzt mal auch einsetzen können, aber fliegen zieht mehr ab. Müssen Mordnetkill sein? Jawohl. Jawohl. Jetzt kommt Tohaido. Da haben wir Magneton. Also ich habe mein Team extra auf die Liga aufgebaut. Wir werden wahrscheinlich keine Probleme haben. Ach, Donner ging daneben. Geht nicht so an. Ja, wenn ich es heile, dann setze ich nochmal Angeberei ein. Deswegen wechsle ich jetzt und hole Kapaloris mal raus. Ja, das ist kein Surfer, sowas. Gigasauger. One-Hit-Kill. Und volle Leben. Jetzt kommt Absol. Sein Stärkstes nehme ich an. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es sein Stärkstes ist. Erstmal mal Sumprix ein. Ja, das ist jetzt ein Stärkstes, oder? Keine Ahnung. Er hat dann noch ein zweites. Ähm, Erdbeben. Und One-Hit-Kill. Oh, das ist ein Stärkstes Tango-List. Erstmal mal Kamerup die Sache erledigen. Level 48. Eruption. Ach, Doppelteam. Hoffentlich trifft Eruption. Nein, okay. Nicht tragisch. Das ist tragisch. Ja, er versucht herauszuzögern, das merkt man. Weil er jetzt lauter defensive Attacke einsetzt. Jawohl, so stehe ich mir das vor. Ja, sehr, sehr schön. Und Tango-List muss tot sein, da Kamerup einen erhöhten Angriffswert hat. Und das war's. Ulrich ist Geschichte. Das hab ich in der Runde auch gesagt, beim Champion allerdings. Ich hab ich verloren. Ich, Ulrich von der Top 4. Macht nichts. Es war lustig. Nur hört sich an, was dieser Verlierer zu sagen hat. Du bist bestens ausgelöstet, daher solltest du dich in den nächsten Raum gehen. Zum nächsten Kampf. Okay, bis zum nächsten Teil. Das war Ulrich. Ja, wir sind ja immer noch in der Top 4. Ups, Maus weg, so. Jetzt, auf in den nächsten Raum. Der Name von der fährt mir gerade mit ein. Annika, glaube ich. Antonia, okay. Kommt nah dran. Ich, ich bin Antonia von den Top 4. Ich habe am Pyroberg trainiert. Während des Trainings habe ich die Fähigkeiten erworben, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das Spann zwischen mir und dem Pokémon sehr stark. Komm und schau, ob du irgendwas gegen meine Pokémon ausrichten kannst. Annika versus Kevin. Oder wie heißt die? Antonia. Ich sag dauernd Annika. Keine Ahnung warum. Zirklop. Die Weiterentwicklung von Zwirlicht. Gut, dass wir die Welt da jetzt draußen haben. Knischer. Ja, jetzt war kein One-Hit-Kill, aber nicht so schlimm. Ach, er verwirrt unsere... Sie verwirrt unsere Pokémon. Ja, ja, ja. Ups. Hat man kurz die Registerkarte geschlossen, damit ich meinen Desktop sehe. Hoffentlich war es gar nicht so schlimm, aber egal. Zwirli... Äh, noch ein Zwirlklop. Ist die bekloppt oder was? Isris Nieku. Es sieht nur kloppt oder was. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Nein. шаяig. Scheiße! Nein! Erste Probleme in Bay Antonia. Oder wie die auch heißt. Ach! Nein, warum setze ich guter Lander ein? Alter, ich bin so blöd. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Warum? Ach! Warum setze ich guter Lander ein? Sorry Leute, kleiner Denkfehler. Aber ist das schlimm. Wir haben ja genug Tränke. Und tot. Das kommt jetzt. Banette, die Waldwiener von Schuppet. Magneton. Noch noch drei Pokémon hat sie. Donner. Bäm, Bäm, Bäm und Bäm. One-Hill-Skill. Ja, sehr schön. Level-Up sogar. Level 56. Jetzt kommt Zobiris. Das Pokémon ohne Schwäche. Und nochmal Donner. Ja, okay. Diesmal haben wir nicht so viel Glück. Und nochmal Donner. Normale Stärke. Und Volltreffer. Jetzt hat sie noch ein zweites Banette. Äh, äh, äh. Nur drei Pokémon hat sie. Drei verschiedene Pokémon. Zwei davon sind gleich. Und Donner, na komm. Magneton, was ist los? Magneton, bitte. Schwäch dir bitte nicht. Donner. Okay. Und Tod. Jetzt heilen wir unsere Pokémon. Oh, verdammt. Aus und vorbei. Verloren. Okay, heilen wir unsere Pokémon zunächst. Erstmal die Supertränke raus. Mann, wie lang die Supertränke bis zum Schluss halten. Ihr macht es jetzt ein bisschen schneller, damit ihr euch nicht langweilt und damit die Spannung jetzt verloren geht. Jetzt müssen wir unser Ding auftauen. Was, Hyper? Achso, das ist ein Hypertrank. Im nächsten Kampf kommt, äh, der Name fällt mir gerade ein, irgendwas mit Frost oder so. Speichern wir ihn nochmal. Bis Part 3 des Finales. Servus. Jetzt machen wir die Eistrainerin. Von der Top 4. Setz mal Kamerobb an erster Stelle. Das wäre... Wobei, die hat ein Seeyong. Ist mir gerade eingefallen. Seeyong. Deswegen setzen wir doch Magneton an erster Stelle. Mein Name ist Frost... Frost... Frostina. Frostina. Frostina oder so ähnlich. Ich bin weiter nach Höhen gereicht, um meine einzigen Talente zu trainieren. Aber bisher haben mich nur lausige Trainer mit nur noch lausigen Pokémon herausgefordert. Wie sieht es mit dir aus? Es würde mich zu überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zugeben. Frostina versus Kevin. Kampf möge beginnen. Frostina heißt sie. Komischer Name. Was, dir hat doch einen 400 Tonnen an erster Stelle? Okay. Typlette. Typlette. Ja, sie setzt Eisstrahl ein. Eine typische Attacke für einen Eistrainer. No! Nicht schon wieder. Kamerobb. Machen wir es schnell. Okay, sie erhöht ihre Spezialverteidigung. Mal Geofissur ausprobieren. Warum nicht? Hagelstürm. Die Attacke ist schwach. Ja, die ging daneben. Ich will sie auch nicht so oft einsetzen. Die heben wir uns für richtige Brocken auf. Für den Champion zum Beispiel. Ach, Eruption haben wir zu spät eigentlich. Jetzt hat es nicht mehr seine volle Power. Aber trotzdem sehr effektiv. Und Volltreffer sogar. Haben wir Glück gehabt. Jetzt kommen die Seons und so ein Scheiß. Und Magneton ist eingefroren. Deswegen kommt... Mh... Kapaloris, genau. Kapaloris ist Eis. Äh, Quatsch. Ist Wasser zusätzlich. Deswegen werden die Eisattacken keine sehr effektive Stärke haben. Giga-Sauger. Ja, nicht so viel wie ich dachte. Aber gut. Keine Paralyse, keine Paralyse, keine Paralyse, keine... Genau das wollte ich nicht. War... Nach jeder Attacke, die ein Statuseffekt bewirken kann, wird es auch ein Statuseffekt bei mir. Entweder habe ich jetzt Pech oder... Ich weiß nicht. Haben wir wieder unser Kapaloris. Er setzt sie einen Trank ein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen heilen wir uns auch gleich unsere Magneton. Hyperheiler. Weiß, wir können Hyperheile mehr haben. Wir haben noch Bären. Ja, genau. Mein Verdacht bestätigt sich. Sie heilt sich auch. Okay, versuch nochmal zwei, Magneton. Glaubst du, du schaffst es? Warum setzen die Hagelstürmer ein? Das bringt doch nichts. Diese paar KP schaden. Unnötig. Da vergiftet man den Gegner doch gleich. Das ist viel besser. Okay, Donnergegner daneben. Und Surfer trifft. Verdammt. Jetzt, Donner. Jawohl, Vornetke. Jetzt müssen wir Magneton schnell heilen. Jetzt kommt noch ein Seiyong. Ich schau mal, ob Donnerblitz wirkt. Obwohl Heilen ein bisschen besser wäre. Aber ich probiere es mal. Wir können es ja notfalls eh wiederbeleben. Ist daher nicht so schlimm. Ist daher nicht so schlimm. Ja, okay. Donnerblitz geht auch. Donnerblitz geht auch für Seiyong. Aber nicht für ihr stärkstes Walreiser. Da müssen wir Donnerblitz geht. Da müssen wir Donner einsetzen. Das ist die Weiterminigung von Seiyong. Habe ich mir auch überlegt, ob ich es ins Team rein tue. Kill, 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 kill. Bitte. Ja, sehr schön. Es läuft alles wie geschmiert. Und jetzt kommt noch ein zweites Förnern-Tor. Hallo, Förnern-Tor. Eruption. Ja, sieht der Zagelsturm ein. Ein Urkanausbruch. Oh, Förnern-Tor hat überlebt. Sieht man zwar schlecht, aber es hat es überlebt. Stein Hagel setzt man jetzt mal ein. Sie ist auch sehr effektiv gegen Eis. Ja, nicht so stark wie Eruption, aber... ...ein guter Ersatz. Ich will nicht so oft Eruption einsetzen, weil... ...die brauchen wir später ja auch noch. Auf, die Gefahr in das Kamerobt jetzt drauf geht. Ja, okay. Die Gefahr ist vorüber. Wir haben eine Trainerin... Die Trainerin haben wir jetzt geschlagen. Du und deine Pokémon. Euer Zusammenhalt verbrennt alles. Die Hilfe besiegt jeden. Kein Wunder, dass mein einziges Talent dahinschmolz. Und dir nichts schadete. Geh weiter in den nächsten Raum... ...und du wirst die schreckliche Seite der Top... ...äh, Pokémon-Liga kennenlernen. Ich sag ja auch Top 4, sagst... ...Stadt Pokémon-Liga. Okay, jetzt haben wir unsere Pokémon wieder. Wie üblich. Ein Marina-Behre. Ups, jetzt haben wir uns die Bären angeschaut, aber okay. Ja, ich glaub... Ja, okay, Kapoloris, dieser kleine Schadenwart, der Hagelsturm, halt. Das ist nicht tragisch. Auf in den nächsten Raum. Okay, bis zum nächsten Part. Herzlich willkommen zurück. Jetzt machen wir Dragan, den Drachen-Trainer. Da Drachen schwach gegen Eis sind, setzen wir... ...Zumpex an. Das ist der Stereo, denn Zumpex kann Blizzard. Und notfalls, falls Zumpex draufgehen wird, setzen wir noch Kapoloris ein, weil das kann Eisstrahl. Ich bin der Letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga. Dragan, der Drachenmeister. Von Natur aus sind Pokémon wild. Sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was es bedeutet, mit Pokémon als gleichwertigen Partner zu kämpfen? Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern. Dragan vs. Kevin. Er ist jetzt ein Draschlein, das kennen wir ja. Das ist die Vorentwicklung von unserem... ...ähm... 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 ...Brutal Andra. Setz mal mal die Eis-Attacke Blizzard ein. Kalte Nächte! Bam! Müssten Warneke sein, weil Drachen sind echt schwach gegen Eis. Ja, der hat auch einen Altarier. Deswegen nochmal Eis-Strahl. Okay, ist ein Altarier schneller, ist aber nicht tragisch. Eis-E-Blizzard! Blizzard! Bäm! Vielfache Stärke! Und tot! Er hat auch einen Li-Belderer wie wir. Und er setzt es ein. Aber wir wissen, wie schwer ich von Li-Belder... ...ähm... ...das bringt ihm gar nichts. Okay, Blizzard ging daneben, kann passieren. Blizzard ist nur mit einer Genauigkeit von 85. Was? Ist das kein Schaufler? Ah! Das ist ja lustig. Jetzt könnt's mal Erddeben einsetzen, aber sein Li-Belderer ist schneller als meins. Deswegen müssen wir Blizzard nochmal einsetzen. Ja, One-Hit-Kill. Noch ein Li-Belderer, in der Smaragd hatte er einen Seedra-King. Wieder gleiche Taktik, Blizzard. Oh, kein AP mehr. Okay, jetzt müssen wir improvisieren. Surfer. Ja, der Sandsturm, die bringt ihm nichts. Ja, ja, Feuerodem. Ja, immer wenn ich daran denke, dass es paralysiert wird, wird es auch paralysiert. Komischer Zufall, oder? Gerade hab ich für einen kurzen Moment gedacht... Oh, scheiße. So ein Bix kann paralysiert werden. Und was passiert? Es wird paralysiert. Er hat auch einen Brutalander. Dann lassen wir mal Drache gegen Drache kämpfen. Gleiches Level. Beide identisch, bis auf das Geschlecht. Mal schauen, welches schneller ist. Seins oder meins. Lasst mal Überstrahle ein. Klick Drachenklaue Das ist nicht gut Drachen sind gegen Drachen Sehr effektiv Und mein Brutalander muss nachladen Ja, wo ich es eingesetzt habe Das Brutalander, da habe ich gedacht Dass es Drachenklaue kann Also meins meine ich Aber dann ist mir eingefallen Die Beldra kann Drachenklaue Deswegen kommt jetzt die Beldra So, jetzt spürst du es Wie sich eine Drachenklaue anfühlt Hervorragend, das muss man sagen Dagen ist Geschichte Dir gebührt alle Ehre Dass du als Trainer so weit gekommen bist Du weißt was verlangt wird Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz Trainer berühren das Gute im Herzen des Trainers Und lernen zwischen Ey, Pokémon berühren das Gute im Herzen des Trainers Und lernen zwischen gut und schlecht zu unterscheiden Sie berühren im guten Herzen der Trainer Und wachsen heran Gehe weiter Der Champ wartet auf dich Boah, wenn ich das Wort Champs schon höre Wird mir schon Kalt Im Nacken Ja, wieder das gleiche wie bei Trainer Blau In der roten Wir heilen unsere Pokémon vor dem Champion Mäßig geht dauernd auf Prüfen Jetzt können wir alles raushauen Was wir haben Top-Ater Hauen wir noch raus Auf Blizzard Hat keine AP mehr Der Tacke haben wir auch noch oft eingesetzt Donner glaube ich war es Ja genau, Donner Und Noch ein Beleber Und noch Kapaloris Zur Vollständigkeit Damit weisen Dass es ein epischer Kampf wird Auf Safen Okay Bis zum nächsten Part Ja Jetzt ist es soweit Wir haben so viel Trainer gekämpft So viel Pokémon besiegt Das habe ich auch in der roten Edition gesagt Jetzt kommt der letzte Trainer in dieser Edition Begrüßt Troy Jawohl, unser Champion ist Troy Willkommen Kevin Ich habe schon so sehr auf dich gewartet Dich eines Tages hier zu sehen Und Was hast du alles auf deiner Reise mit den Pokémon erlebt Was hast du gefühlt Als du auf so viele andere Trainer getroffen bist Was wurde in dir erweckt Ich will, dass du all das in diesen Kampf gegen mich einsetzt Nun zeige es mir Champion Troy Versus Kevin Er setzt einen Panzer-Eraan ein Da habe ich auch schon was vorgesagt Surfer Ach, er setzt Stahl ein Jetzt können wir unsere Pokémon nicht mehr wechseln Ohne dass sie geschädigt werden Gute Taktik Panzer-Eraan Dann mal Kampf Als erste Stelle Einzusetzen Oh, Stollers Harter Brocken Muss man so sagen Das ist die Weiterentwicklung von Stollrack Deswegen kommt jetzt eine Erdbeben-Attacke Müssen One-Hit-Kill sein Jawohl, Stahl und Gestalt zusammen Ist schwach gegen Boden Willi Ein Fossil-Pokémon Jetzt mal Kamerob da ein Ja, der Stahl erschadet Setzen wir mal Geo-Fissur ein Er trifft leider nicht Ja, okay Ist im Mogen gegen Geo-Fissur Mist Okay, nochmal wechseln Kapaloris Ja, ich sollte nicht so oft wechseln Antikraft Hat nur 5 AP Setz mal Eistrahl ein 4V Stärke Da will ihr pflanzen Und Na, doch keinem pflanzen Nur Gestein Ach, Matschbombe Sehr effektiv Giftattacke Ach, und vergiftet Zusätzlich noch Egal Hydro-Pumpe Ach, ging daneben Ja, Kapaloris ist tot Aber ist nicht schlimm Wir können es heilen Liebälder Ähm, Erdbeben Ach, schon wieder Konfu-Strahl Ja, sorry Dass ich jetzt gerade ein bisschen verzögert habe Aber ich habe mal ganz kurz nachgedacht Wie man das Vili jetzt am besten schlagen können Er setzt einen Top-Trank ein Oder Genesung Oder wie auch immer Mal schauen, wie es mit Drachenklaue aussieht Okay, das bringt wenig Ähm 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 Nochmal, Kamerob Mal schauen, was Kamerob jetzt noch machen kann Ach Stahler regt mich auf Mist Mist, 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 Mist Erdbeben Ach, sehr schön Und doch mal Erdbeben Okay, jetzt kurz vorm Draufgehen Mein Kamerob jetzt wahrscheinlich auch Okay, es ist draufgegangen Zum Pex Äh Äh Ja, ich Äh Nichts Nichts Ich wollte nur sagen, beende es Aber Das wäre nicht so ganz richtig Okay, er hat nochmal Er hat vier Top-Genesung Er setzt wohl alles auf sein Vili Weil das uns Heftig dem macht Jetzt müssen wir uns wechseln Bei Vili Setzt er uns Gigasauger ein Und killt den dann Guter Land Ach, Bedrohers Denkt seinen Angriff Ah, okay Er hat wahrscheinlich Keine AP mehr für Gigasauger Ich hab grad nicht mitzielt Wie oft der Gigasauger eingesetzt hat Los fliegen Ja, jetzt wollte er uns mit Antikraft sehr effektiven Schaden zufügen Mist Mist, 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 Mist Jetzt sei doch nicht verwirrt Du Votalandra Antikraft hat wohl keine AP mehr Ja, sehr, sehr schön Bam Und jetzt Eros Und das Vili ist endlich tot Level 58 Magneton Das war der AP-Teiler Oh, Lepomentas Ja, lassen wir Sumpex wieder ran Weil Lepomentas ist ein Boden Psycho Ist die weite Wendung von Pupanze Er stärkt sein Team mit seinem Reflektor Ach, Mist Ja, okay Jetzt halt er Das ist eigentlich sehr gut Weil jetzt haut er seinen dritten Top-Genesung raus Im Moment ist es kurz vorm Draufgehen Jetzt hat's doch kein Top-Genesung mehr ein Den letzten Bilder wohl für sein Stärkstes aufheben Jetzt kommt sein Stärkstes Ladies und Gentlemen Ich begrüße euch Ich begrüße euch Tolles Stärkstes Pokémon Metagross Ein Stab-Psycho Okay, sein AP immer schneller als meins Ach, zieht wenig ab Jetzt kommt ein Hyperstrahl Oh mein Gott Er kämpft Er kämpft sehr aggressiv Das merkt man an seinen Attacken Die Bälder Erdbeben Okay Nur noch ein paar KP Dann haben wir sein Stärkstes Ja, das ist die Citro-Beere Die sein Metagross trägt Halt sein Metagross um 30 KP Er haut aus seinen letzten Top-Genesung raus Wieder sehr effektiv Stahl gegen Boden gegen Stahl Und Volltreffer Okay, jetzt müssen wir noch eins fertig machen Dann sind wir Champion erneut Allerdings in der Höhenregion Das letzte ist Amaldo Käfer und Gestein Ja, Schlitzer Auch ein Fusier-Pokémon Amaldo Ähm, setzen wir was anderes ein Drachen-Klaue Hat eine Volltrefferquote Deswegen habe ich einen Klaue eingesetzt Und nochmal Es fehlt nicht mehr viel Und aus Aus, aus, aus Spieler besiegt Champ Troy Ich, der Champ, habe verloren Dir gebührt alle Ehre, Kevin Du bist wahrhaft ein edler Pokémon-Trainer Und 11.600 Poké-Dollar Herzlichen Glückwunsch Die Gefühle, die du deinem Pokémon entgegenbringst Und die Trainer, die auf diese Gefühle Mit all ihrer Kraft antworteten Sie werden eins Und bringen eine weit größte Stärke hervor Und so gehört der Sieg heute dir Und bis zum nächsten Teil Herzlich Willkommen Wir haben Streu besiegt Du bist mit rechts Höhenzneuer Kevin Ich muss dir unbedingt ein Rat geben Bevor du gegen den Champion antrittst Wie, was, was, was Es ist schon vorbei Siehst du, was habe ich dir gesagt Michael, ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen Um Kevin zu machen Kevin, du hast es geschafft Als ich hörte, dass du Deinen Vater in Blütenburg City besiegt hast Wusste ich, dass du eine Chance hast Aber dass du sogar den Champion Dass du sogar Champion geworden bist Oh ja Was ist aus deinem Pokédex geworden Lass mal sehen Hm Oh, du hast 139 Pokémon gesehen Und 22 Pokémon gefangen Einige Pokémon trauen nur in bestimmten Regionen auf Hab nur Geduld Also dann sage ich herzlichen Glückwunsch Nun kannst du dich mit Stolz Nun kannst du mit Stolz Den letzten Raum betreten Kevin Nein, neuer Champ Komm mit mir Tut mir leid, aber Diesen Raum dürfen nur Trainer betreten Die Champs geworden sind Warte bitte draußen mit dem Professor Oh, kein Bock Ich bin schon ein bisschen heiser Ich mache nur Spaß Ist schon okay So sind die Regeln Ehrlich Äh, Kevin Ehrlich Herzlichen Glückwunsch Ach Die Rumeshalle Dieser Raum Hier verzeichnen wir die Pokémon Die siegreich aus harten Kämpfen Ja vorgegangen sind Hier werden die Champs Der Pokémon Liga geehrt Komm, schreiben mir deinen Namen nieder Als ein Trainer Der über die Pokémon Liga triumphiert hat Und die Namen deiner Partner ebenfalls Ach, es ist geschafft Ich hab Saphir durch Ja, endlich kann ich's sagen Ich hab die Saphir durch Ja, ich hab die Saphir durch Ja Zumpex Level 57 Mangita Level 58 Brutalandra Level 55 Die Weltra Level 55 Kamerob Level 55 Kaplaus Level 56 Willkommen in der Rumeshalle Juii Schein der Pokémon Liga Herzlichen Glückwunsch Pokémon Pokémon Saphir Die Zungen Kredits Na, die lese ich nicht vor Ja Jetzt werde ich Das war mein letztes Let's Play Auf meinem Hanfbauer Channel Jetzt werde ich Alle Let's Plays Nur noch auf Dem Kanal Calvin Let's Play Hochladen Darunter kommt jetzt gleich Am Anfang Die 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 Star Wars Reihe Also nicht die Reihe Sondern das Spiel Star Wars The Force Unleashed Ja Vorschläge seht ihr noch Auf meinem alten Channel Jetzt werde ich erstmal Die Teile hochladen Wobei Wenn ihr das schon seht Werde ich alle hochgeladen haben Und Ja Videos werde ich noch Auf meinem alten Channel Machen Auf Hanfbauer 193 Aber Let's Plays werde ich Hier keine mehr hochladen Die kommen nur noch auf Meinen neuen Channel hoch Jetzt mache ich halt noch Die Specials Wie in der roten Edition Aber heute mache ich Nicht mehr Ich fange damit morgen an Und dann fange ich auch an Die ganzen Parts hochzuladen Und Ja Was soll man zum Spiel sagen Es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht War sehr schön Das zu spielen Mein erstes Let's Play Hat mir auch ganz gut kalt Hab ich gesehen Im Vergleich zu anderen Displayern Und das immer Meike Vorbeibrausen Jawoll Und Ähm Ja Die Specials Die werde ich dann auch hochladen Und dann war's das eigentlich Dann werde ich hier keine Let's Plays mehr hochladen Wie gesagt Und Mein neuer Kanal Der ist noch in der Link Beschreibung Den werdet ihr schon sehen Also Der müsste noch in meinem alten Channel Drin stehen Und Ja Jetzt Ich mach noch weiter Let's Plays Jawohl Und Pokémon Parts Kommen auch noch neue Die nächste wird wahrscheinlich Nicht mehr die Nicht mehr die Silberne sein Sondern die Ähm Die gelbe Edition Werde ich anfangen Die erste Generation Die werde ich endlich mal Gescheit durchmachen Weil die Speed Ist wahr nichts Und Ja Abonniert mich Wenn ihr Bock habt Schreibt Kommentare Und dann sage ich Für dieses Let's Play Auf Wiedersehen Tschau Euer Hanfbauer 193 Ich habe